Der Frühling in Neuengland hielt immer erst spät Einzug. An vor der Sonne geschützten Stellen blieb der Schnee lange liegen. Und das erste Grün an den kahlen Ästen der Bäume und Büsche zeigte sich nur zaghaft. Schwungvoll öffnete Nelly ihr Schlafzimmerfenster und sog die kühle Luft tief ein. Dann flocht sie ihr weizenblondes Haar zu zöpfen. Es war Samstag. Das Hotel Lakeside Inn war nur zur Hälfte belegt. Erst in drei Wochen begann die eigentliche Saison. Wenn alles nach Plan verlief, würden Nellys Pflichten als Hotelmanagerin sie an diesem Wochenende nicht sehr in Anspruch nehmen. Nelly zog sich uralte, verwaschene Jeans an und kam gar nicht auf den Gedanken, wie wenig ihr Äußeres zu ihrer Stellung passte. Aus dem Spiegel blickte ihr eine zierliche, kindlich aussehende Frau entgegen. Die Zöpfe und die Stupsnase wirkten frech, der fein gezeichnete Mund verriet viel Sinn für Humor, und die großen grauen Augen funkelten schelmisch. Nelly war 24 Jahre alt, sah aber viel jünger aus. Als sie die große Diele durchquerte, hörte sie aus dem Speisesaal das Klappern von Besteck und einen hitzigen Wortwechsel. Sie stöhnte auf. Die beiden Kellnerinnen lagen sich also schon wieder in den Haaren. »Wenn Männer mit Schweinsäuglein dein Typ sind, dann kann ich mir vorstellen, dass du sehr glücklich bist«, Liz zuckte abfällig die Schultern. »Walt hat keine Schweinsaugen«, Maggie war sauer. »Du bist ja bloß neidisch«, Nelly schüttelte den Kopf und begab sich in die Küche. Dies war der einzige Platz in dem altmodisch eingerichteten Hotel, der daran erinnerte, dass man im 20. Jahrhundert lebte. Überall blitzte polierter Edelstahl. Regale und Schränke aus Kunststoff standen an den Wänden, und im Linoleum-Fußboden konnte man sich spiegeln. Es duftete nach frischem Kaffee. »Morgen, Elsie«, die rundliche Fond, die sich an der Arbeitsplatte zu schaffen machte, ließ ein undeutliches Gemurmel verlauten. »Wenn nichts Besonderes anliegt, mache ich jetzt erst einmal einen Spaziergang.« »Betty Jackson will uns kein Brombeergelee mehr verkaufen.« »Was? Du liebe Zeit, warum denn nicht?« verärgert runzelte Nelly die Stirn. »Das Gelee ist so lecker, und wir haben das letzte Glas angebrochen.« »Sie hat gesagt, wenn du keine Zeit hast, eine einsame alte Frau zu besuchen, dann hätte sie keine Lust, uns noch weiterhin damit zu versorgen.« »Einsame alte Frau?« »In ihrem Haus treffen sich mehr Leute zum Tratschen als im ganzen Ort zusammen.« »Verflicks noch mal, Elsie. Wir brauchen das Gelee.« »Aber letzte Woche hatte ich so viel zu tun, dass ich wirklich keine Zeit aufbringen konnte, mir stundenlang den neuesten Klatsch anzuhören.« »Machst du dir Sorgen, weil am Montag der neue Besitzer kommt?« »Man erzählt, du hättest vor Wut mit den Türen geknallt, als du hörtest, dass er herkommt.« »Hab ich nicht.« Nelly schenkte sich ein Glas Orangensaft ein. »Es ist Mr. Reynolds' gutes Recht, sich seinen neuen Besitz anzusehen. Aber zum Teufel, mich stören diese verschwommenen Andeutungen über irgendwelche Modernisierungen. Er soll bloß die Finger vom Lakeside lassen und sich um seine anderen Hotels kümmern. Hier braucht nichts verändert zu werden.« »Außer Brombeergelee,« wandte Elsie mürrisch ein. Nelly holte Tiefluft. »Na schön,« stöhnte sie und ging zur Tür. »Ich hole welches. Aber wenn Betty noch einmal anfängt, mir zu erzählen, Howard Beale wäre der ideale Ehemann für mich, dann fange ich an zu schreien.« Nachdem Nelly diese Drohung ausgestoßen hatte, verließ sie das Hotel. Draußen in der milden Frühlingssonne besserte sich jedoch ihre Laune. Sie schwang sich auf ihr altes, klappriges Fahrrad und radelte munter los. Mit geröteten Wangen erreichte Nelly die Ortschaft Lakeside, eine kleine Stadt mit alten, aber gepflegten Häusern in liebevoll angelegten Gärten. Im Osten erhoben sich hohe, bewaltete Berge, und im Westen schimmerte die ruhige Wasseroberfläche des Champlain-Sees. Vor einem kleinen Haus mit grün gestrichenen Fensterläden stellte Nelly das Rad ab, entschlossen mit allen Mitteln der Überredungskunst, um das Brombeer-Gelit zu kämpfen. »Na so etwas, Nelly, das ist aber eine Überraschung!« Betty öffnete die Haustier und strich sich vorsichtig über das graue Haar. »Im Hotel gab es ungewöhnlich viel zu tun.« Nelly wollte jetzt bloß nichts Falsches sagen. »Ach ja, der neue Besitzer kommt!« Betty nickte wissend und ließ Nelly eintreten. »Ich habe gehört, dass er viele Änderungen vornehmen will.« »Leonie Myers scheint wieder mal in anderen Umständen zu sein.« Betty erzählte gern den neuesten Tratsch. »Drei Babys in vier Jahren, aber du magst ja Kinder nicht, wa, Nelly?« »Ja, ich war schon immer sehr kinderlieb, Miss Jackson.« Nelly überlegte, wie sie das Gespräch auf das Brombeer-Gelit bringen sollte. »Mein Neffe Howard auch.« Nelly unterdrückte den Wunsch, einen Schrei auszustoßen. Ihr kam eine Idee und beherzt fuhr sie fort. »Kinder essen ja so gern Süßes. Unsere Marmeladen und Gelees haben sie buchstäblich verschlungen. Gestern mussten wir das letzte Glas anbrechen, aber so gute Gelees können auch nur sie kochen, Miss Jackson.« »Tja, das will gekonnt sein!« Betty sandte sich sichtlich in dem Lob. »Ich müsste das Hotel wahrscheinlich schließen, wenn sie mich nicht mit Gelee versorgten.« »Das meine ich ganz im Ernst. Ach, es wäre schrecklich. Das göttliche Gelee.« »Einfach göttlich, ja!« Betty nickte zufrieden. Eine Viertelstunde später stellte Nelly einen Karton mit zwölf Gläsern Gelee in den Gepäckkorb ihres Fahrrads, winkte Betty zum Abschied zu und radelte davon. »Ich kam, sah und siegte.« Stolz blickte sie zum Himmel hinauf. »Und ich brauchte nicht einmal zu schreien.« Da ertönte eine Stimme. »Hallo, Nelly! Hilf uns! Juniors Mannschaft gewinnt!« Nelly drehte sich um, als sie ihren Namen hörte, und fuhr an den Rand des Spielfelds, auf dem einige Jungen Schlagball spielten. Ein kleiner Knirps kam angelaufen. »Was? Dem werde ich zeigen, was Schlagball ist!« Sie nahm dem kleinen Jungen die Schirmwitze ab, zog sie sich über den Kopf und marschierte auf das Spielfeld. Junior kam langsam näher, die Hände lässig in die Hüften gestemmt und sah Nelly herausfordernd an. »Wollen wir wetten, dass du nicht mal bis zur nächsten Ecke kommst?« Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Ich will dich nicht um dein Taschengeld berauben.« Nelly zog sich die geborgte Mütze tiefer in die Sternen. »Seht euch diesen Ball noch mal gut an, Jungs!« herausfordernd schaute sie sich um, »denn der fliegt jetzt gleich bis nach New York!« Mit lautem Knall traf das Schlagholz den harten Lederball. In gebückter Haltung mit ausgebreiteten Armen hielt sich Junior bereit, den Ball aufzufangen, als Nelly sich bäuchlings über die Markierungslinie warf. Eine Staubwolke wirbelte auf und die Jungen schrien aufgeregt. »Schade, du hast es nicht geschafft!« »Was?« Nelly sprang hoch und baute sich vor Wilbur Hayes auf, der den Schiedsrichter spielte. »Du spinnst wohl! Ich war schon an der Ecke, als der Ball noch stundenlang durch die Luft segelte!« »Du hast es nicht geschafft!« Wilbur verschränkte die Arme. Empört wandte sie sich an die Zuschauer. »Wer von euch ist unparteiisch?« Daher klang eine andere Stimme. »Du hast es wirklich nicht geschafft!« Nelly wirbote herum. Stirnrunzelnd betrachtete sie den Mann, der lässig am Rand des Spielfelds stand. Er lächelte spöttisch, strich sich die schwarzen Locken aus der Stirn und kam aus sie zu. »Du hättest den Ball höher schlagen müssen!« Nelly wandte sich dem Fremden zu, der die hitzige Meinungsverschiedenheit amüsiert verfolgte. Er war groß gewachsen und schlank, und das dunkle Haar schimmerte leicht im Sonnenlicht. Der beigefarbene Anzug wirkte leger, doch Nelly erkannte, dass er erstklassig geschnitten und mit Sicherheit sehr teuer war. Ihre Abneigung gegen ihn wuchs. »Ich muss jetzt zurück!« Nelly wischte sich den Staub von der Hose. »Hey, warte mal!« Nelly, die sich bereits auf ihr Fahrrad geschwungen hatte, stieg noch einmal ab. Der Fremde kam auf sie zu. »Wie weit ist es noch bis zum Lakeside Inn?« Offenbar hielt er sie für eine Spielgefährtin der Jungen. Nelly packte der Übermut. »Meine Mami hat mir verboten, mit fremden Männern zu sprechen!« antwortete sie mit kindlicher Stimme. »Oh, das ist auch richtig so, aber ich will ja nur wissen, wie weit es bis zum Hotel ist.« »Fahren Sie einfach die Straße nach. Es sind noch ungefähr fünf Kilometer.« Er sah sie nachdenklich an. »Vielen Dank, mein Kind.« »Keine Ursache!« Sie schaute ihm nach, als er zu einem metallblauen Mercedes zurückging. Dann gab sie dem kleinen Knirps die Mütze wieder, die sie sich ausgeborgt hatte, und radelte quer über eine Wiese zum Lakeside Inn zurück. Beruhigt stellte sie dann fest, dass der Fremde offenbar noch nicht angekommen war. Sie betrat das kleine Foyer und stellte den Karton mit dem Gelee auf dem Rezeptionspult ab. Danach sortierte sie die eingegangene Post. Als sie einen Brief von ihrer Großmutter entdeckte, riss sie hoch erfreut den Umschlag auf und begann sogleich zu lesen. »Du hast dich aber beeilt!« Nelly schaute überrascht auf, legte den Brief zur Seite und begegnete dem Blick des Mannes mit dem Mercedes. Er hatte dunkelbraune Augen. »Kann ich etwas für Sie tun?« »Ich glaube nicht. Du könntest mir höchstens sagen, wo ich den Manager finde.« Sein herablassender Tonfall ärgerte sie. Sie zwang sich jedoch zur Höflichkeit. »Gibt es irgendwelche Probleme? Wenn Sie ein Zimmer suchen, können Sie eins bekommen.« »Sei so gut und hol mir die Managerin.« Er sprach sie ihr wie zu einem schwierigen Kind. »Ich habe etwas Wichtiges mit ihr zu klären.« Nelly straffte die Schultern und verschränkte die Arme über der Brust. »Die Managerin steht vor ihnen.« Er zog die Brauen hoch und sah sie ungläubig an. »Hilfst du nach der Schule und am Wochenende hier aus?« Nelly schoss das Blut in die Wangen. »Ich helfe nicht aus.« »Sand fast vier Jahren bin ich für die Leitung dieses Hotels zuständig. Wenn Sie ein Problem haben, das Sie mit mir erörtern wollen, können wir das hier oder in meinem Büro tun. Suchen Sie jedoch nur ein Zimmer. Dann tragen Sie sich bitte hier ein.« Sie dortete auf das aufgeschlagene Gästebuch. »Sie sind Nelly Clark?« Er runzelte die Stirn. »Richtig.« »Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich habe mich durch Ihre sportlichen Übungen auf dem Spielplatz und Ihre ziemlich jugendliche Erscheinung täuschen lassen.« »Ja, offensichtlich.« »Und wer sind Sie?« Nelly sah den Fremden erwartungsvoll an. »Rennolds«, er lächelte, als er Nellys Verblüffung bemerkte. »Percy Reynolds.« Nelly rang um Fassung und bemühte sich um eine möglichst geschäftsmäßige Haltung. »Wir hatten Sie erst am Montag erwartet, Mr. Reynolds.« »Ich habe meine Pläne geändert.« »Ja, na schön. Ich heiße Sie im Lakeside in herzlich willkommen.« Sie lächelte gezwungen und warf die Zöpfe zurück. »Danke. Solange ich hier bin, benötige ich ein Büro, in dem ich arbeiten kann. Lässt sich das einrichten?« »Unser Platz ist begrenzt, Mr. Reynolds.« Nelly nahm den Schlüssel zum besten Zimmer des Hotels vom Haken und trat hinter dem Pult hervor. »Aber selbstverständlich können Sie mein Büro mitbenutzen. Ich glaube, damit werden Sie auskommen.« »Hm, mal sehen. Ich möchte ohnehin die Geschäftsbücher und die Akten überprüfen.« Es ging ihr gegen den Strich, dass sich plötzlich ein Fremder in die Angelegenheiten des Hotels einmischte. »Kommen Sie bitte mit.« Nelly öffnete die Tür ihres Büros und ließ Percy Reynolds den Vortritt. »Groß ist es nicht, aber für die paar Tage, die Sie hier sein werden, wird es für uns beide reichen.« »Spielen Sie jeden Samstag Baseball, Miss Clark?« Dieser Reynolds lächelte. »Nein, natürlich nicht. Ich kam nur zufällig vorbei.« Nelly lächelte nicht. »Ich fand es sehr mutig von Ihnen, wie Sie über die Ecklinie gehechtet sind.« Reynolds streckte unvermutigt die Hand aus und strich Nelly mit dem Zeigefinger über die Wange. »Geschont haben Sie sich nicht.« »Das sieht man Ihrem Gesicht an. Ich frage mich, ob Sie das Hotel ebenso energisch leiten, wie Sie Ball spielen.« »Heute Nachmittag gehen wir mal gemeinsam die Bücher durch. Ich wollte auch einige Änderungen mit Ihnen besprechen.« »Änderungen?« Nun war Nelly auf der Hut. Mr. Reynolds nickte begeistert. »Ja, ich denke da an einen Swimmingpool, Tennisplätze, an ein Fitnesszentrum. Man müsste natürlich modernisieren und die verschiedensten Einrichtungen hinzufügen.« »In diesem Haus gibt es nichts auszusetzen. Wir beherbergen keine Mitglieder der Schickeria, Mr. Reynolds.« Aufgebracht stemmte Nelly die Fäuste in die Hüften. »Das Lakeside Inn ist ein Familienhotel mit allem, was dazugehört. Gut bürgerlichem Essen, gemütlichen Zimmern und einer ruhigen, gediegenen Atmosphäre. Das wollen unsere Gäste, und deshalb kommen Sie immer wieder zurück. In Ihren übrigen Hotels können Sie von mir aus Diskotheken und Trimmdichkeller einrichten.« Nelly redete sich in Rage. »Aber wir sind hier in Lakeside, einer friedlichen, ruhigen Gegend, und nicht in Acapulco.« »Rein rechtlich gesehen sind Sie natürlich der Eigentümer, Mr. Reynolds. Aber ich kenne diesen Betrieb. Sie werden hier keinen einzigen Stuhl oder Tisch umstellen, wenn ich es nicht will.« »Miss Clark, wenn es mir beliebt, sämtliche Möbel auf den Sperrmüll zu werfen, dann werden Sie mich nicht daran hindern. Egal, welche Entscheidung ich treffe, Sie werden sich fügen müssen. Auch wenn Sie hier Managerin sind, haben Sie noch lange kein Mitspracherecht.« Reynolds sah Nelly herausfordernd an. »Und der Umstand, dass Sie der Hotelbesitzer sind, bedeutet noch lange nicht, dass Sie Verstand haben.« Jetzt reichte es, Nelly. Sie verließ das Büro und schlug die Tür krachend hinter sich zu. Zornig rannte Nelly in ihr Zimmer. Sie war außer sich verwut. Dieser Mann war eine Zumutung. Warum musste er ausgerechnet hierher kommen und sich einmischen? Besaß er nicht schon genug Hotels, die er nach Herzenslust modernisieren konnte? Allein in Amerika gab es bestimmt hundert Betriebe, die zur Reynolds-Hotelkette gehörten. »Da sollte er sich austoben.« Nelly erschrak, als sie zufällig in den Spiegel schaute. Ihr Gesicht war schmutzverschmiert. Sweatshirt und Jeans trugen die Spuren ihrer Bauchlandung auf dem Spielfeld. Die Zöpfe baumelten ihr halb aufgelöst über den Rücken. »Tu liebe Zeit!« dachte sie entsetzt. »Ich sehe aus wie eine Zwölfjährige, die draußen herumgetobt hat.« Schnell bürstete Nelly sich das Haar, bis es ihr in duftigen Wellen über die Schultern fiel. Dann zog sie ein cremefarbenes Kleid an und einen roten Gürtel, der zu den winzigen Rubinen in ihren Oberläppchen passte. Sie trug Schuhe mit hohen Absätzen und wirkte dadurch größer. Nelly betrachtete sich zufrieden im Spiegel. Mit einem säuberlich beschriebenen Blatt Papier in der Hand verließ sie energisch ihr Zimmer, um den Löwen in seiner Höhle aufzusuchen. Nelly klopfte leise und wartete nicht etwa auf eine Antwort, sondern drückte die Klinke nieder und betrat selbstbewusst ihr Büro. Hinter dem Schreibtisch saß Percy Reynolds. Wortlos legte sie ihm das Schriftstück auf die Tischplatte. »Aha, Miss Clark. Welch eine Verwandlung!« Er lehnte sich zurück und musterte sie von Kopf bis Fuß. »Was ist das?« Mit spitzen Fingern hob er das Blatt hoch und wedelte damit herum. »Meine Kündigung!« Nelly stützte sich mit den Händen auf der Tischplatte ab, beugte sich vor und machte ihrem aufgestauten Zorn Luft. Sie sind ein eiskalter, geldgieriger Geschäftsmann, der nur an Profit denkt. Sie haben ein Hotel gekauft, das seit Jahrzehnten für seine familiäre Atmosphäre und die ausgezeichnete persönliche Betreuung seiner Gäste bekannt ist. Nur um jährlich ein paar Dollar mehr herauszuschinden, wollen Sie dieses gemütliche Haus in ein Vergnügungszentrum verwandeln. Damit bringen Sie nicht nur eine Reihe von älteren Hotelangestellten, die zum Teil seit 20 Jahren hier beschäftigt sind, um ihre Arbeit, sondern Sie zerstören auch eine Gegend, die bis jetzt noch intakt ist. Lakeside ist kein Ort, der auf Massentourismus eingestellt ist, sondern ein ruhiges, verträumtes Städtchen. »Unsere Gäste kommen hierher, weil sie die gesunde Luft und eine unverdorbene Landschaft genießen wollen und nicht etwa, um die neueste Tennis-Mode vorzuführen oder sich in einer Diskothek auszutoben.« Sie schlug mit der Hand auf den Tisch. »Graben Sie sich hier ruhig Ihren Swimmingpool, von mir aus auch zwei, wenn Sie wollen, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie darin ertrinken.« Sie wirbelte auf dem Absatz herum und wollte den Raum verlassen, wurde jedoch unsanft zurückgerissen und mit dem Rücken gegen die Türfüllung gedrückt. Wütend blitzte sie diesen Reynolds an. Was bildete der Mann sich eigentlich ein? »Jetzt hören Sie mir mal zu,« Reynolds hielt sie an den Schultern fest. »Aus zwei Gründen habe ich Ihnen erlaubt, Ihre Wut an mir auszulassen. Erstens geben Sie einen entzückenden Anblick ab, wenn das Temperament mit Ihnen durchgeht, und zweitens bin ich für Ihre berufliche Meinung durchaus empfänglich, wenn auch nicht für Ihre Art und Weise, Sie an den Mann zu bringen.« Percy lächelte plötzlich. Sein Gesicht war Ihrem ganz nah. Ein seltsames Gefühl durchzuckte sie wie ein elektrischer Schlag. Sie riss sich von ihm los und glättete ihr Zerzaus des Haar. »Darf ich jetzt vielleicht auch einmal etwas sagen? Was ich letzten Endes mit diesem Hotel tun werde, ist allein meine Angelegenheit. Aber ich bin gern bereit, mir Ihre Meinung anzuhören, denn Sie kennen sich in dem Betrieb und in der Umgebung aus.« Er nahm Nellys Kündigungsschreiben, riss es in zwei und ließ die beiden Helfen auf die Tischplatte fallen. »Im Augenblick denke ich nicht daran, Ihre Kündigung anzunehmen. Später können wir darüber reden. Wenn Sie allerdings nichts mehr hier halten kann, steht es natürlich nicht in meiner Macht, Sie zurückzuhalten. Leider sehe ich mich dann gezwungen, das Hotel für ein paar Monate zu schließen, bis ich einen entsprechenden Ersatz für Sie gefunden habe.« »Das kann doch nicht Monate dauern, bis Sie eine neue Managerin finden.« Nellie tippte sich an die Stirn. Percy legte den Kopf in den Nacken und blickte an die Zimmerdecke. »Nun, ich rechne mindestens mit einem halben Jahr.« Dann schaute er sie traurig an. »Ein halbes Jahr?« Sie furchte die Stirn. »Aber das geht nicht. Wir haben Reservierungen. Demnächst beginnt ja schon die Sommersaison. Sie können doch die Gäste nicht enttäuschen und das Personal wäre dann arbeitslos. »Richtig.« Fromm faltete er die Hände. Sie riss die Augen auf. »Aber das ist ja glatte Erpressung.« »Gut erkannt, Miss Clark.« Er grinste sie schelmisch an. »Sie schließen doch wohl nicht das Hotel, nur weil ich kündige?« »Glauben Sie, das brächte ich nicht fertig?« Er schaute sie unergründlich an. »Wollen Sie es darauf ankommen lassen?« Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Ihre Blicke begegneten sich und sie versuchten, einander einzuschätzen. »Das bringe ich nicht fertig. Und das wissen Sie.« »Trotzdem verstehe ich Ihre Handlungsweise nicht.« Nelly schüttelte den Kopf. »Der Grund, weshalb ich Sie wenigstens eine Zeit lang noch hier behalten möchte, ist ganz einfach. Sie kennen das Personal, die Gäste, die Lieferanten und so weiter. Während dieser Übergangsperiode brauche ich Ihre Unterstützung. Ich möchte von Ihrer Erfahrung profitieren.« »Na schön, Mr. Reynolds.« Nelly entspannte sich wieder, als sie merkte, dass ihr Gespräch sich nun auf beruflicher Ebene weiterbewegte. »Aber machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie in allem, was darauf hinausläuft, den Charakter des Hauses zu verändern, von mir keine Hilfe erwarten dürfen. Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich dann alles tun werde, um Ihnen Sand ins Getriebe zu werfen.« »Das habe ich erwartet. Und nun möchte ich mir gerne das Hotel ansehen und mir einen Überblick verschaffen, wie der Betrieb läuft. Ich werde zwei Wochen bleiben. Das sollte genügen, um mich gründlich zu informieren. Lassen Sie uns jetzt einen Rundgang machen.« Freundlich wie ein Regentag führte Nelly Percy durch das Erdgeschoss und beschrieb ihm in allen Einzelheiten Vorratsräume und Wäscheschränke. Die ganze Zeit über hielt er ihren Arm fest, als befürchte er, dass sie fortlief. Der ständige körperliche Kontakt verwirrte sie, und sie atmete den hartmännlichen Duft seines Rasierwassers ein. Percy bewegte sich völlig ungezwungen. Trotzdem spürte sie seine Kraft und Energie. Seine Stimme klang tief und melodisch. Und manchmal ertappte Nelly sich dabei, dass sie mehr auf den Tonfall achtete, als auf das, was er sagte. Wütend auf sich antwortete sie ihm noch frostiger als zuvor. Als es Zeit zum Mittagessen war, ließ er sich von ihr in den Speisesaal führen. Der große Raum war in rustikalem Stil eingerichtet. Die Holzbalken der Decke hatten Altersrisse, und die Tapeten waren ein wenig verblichen. Doch der Saal besaß eine gemütliche Atmosphäre. Lampenschirme aus gelbem Glas verbreiteten abends ein anheimelndes Licht. Und wo Platz war, standen ausgesuchte Antiquitäten oder Gegenstände aus schwerem alten Silber. Und es gab auch einen Kamin. Die Tische im Speisesaal waren so angeordnet, dass sich die Gäste miteinander unterhalten konnten. Für die Besucher, die sich gern ein wenig abseits hielten, gab es eigens ruhigere Plätze. Aus dem Raum drang Stimmenlärm und das Klappern der Bestecke. Der Duft frisch gebackenen Brotes wie Tenelly und Percy entgegen. Auf der Schwelle blieb er mit einem prüfenden Blick stehen. Jede Einzelheit erregte sein Interesse. Und schweigend schaute er sich so lange um, als wolle er später aus dem Gedächtnis eine Skizze machen. Hm, sehr hübsch. Er nickte. Ein kräftiger, wohlbeleibter Mann näherte sich ihm. Theatralisch hob er den Kopf. Wohlan denn, spielt auf, wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, rezitierte er. Gib mir ein Übermaß davon, damit der Hunger mir vergehe und so schnell nicht wiederkehre. Nelly grinste. Der Mann schmunzelte über Nellys Antwort und trabte trotz seines Übergewichts überraschend Behände in den Speisesaal. Wer war das denn? Percy verstand gar nichts mehr. Das war Mr. Leander. Seit zehn Jahren ist der Stammgast bei uns. Früher war er Schauspieler an einer Provinzbühne. Er überrascht mich gern mit Zitaten aus irgendwelchen Schauspielen und wartet immer auf eine passende Antwort von mir. Fällt Ihnen denn immer etwas entsprechendes ein? Zum Glück habe ich mich seit jeher fürs Theater interessiert. Und um besser gerüstet zu sein, stöbere ich stets noch ein bisschen in den bekanntesten Dramen herum, wenn Mr. Leander bei uns reserviert. Gehört das mit zum Service? Fragte Percy spöttisch. Ja, das könnte man sagen. Sie setzten sich und gleich darauf kam Liz, eine Angestellte. Liz, serviere bitte Mr. Reynolds das Mittagessen. Entschuldigen Sie mich jetzt, Mr. Reynolds. Ich habe noch zu tun. Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, schicken Sie nach mir. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Dann verließ sie den Speisesaal, drehte sich aber noch einmal um. Percy Reynolds sah irgendwie enttäuscht aus. Am Nachmittag erledigte Nelly tausend kleine Dinge. Die hohe Kunst der Diplomatie und die Fähigkeit, rasche Entscheidungen zu treffen, gehörten mit zu ihrem Beruf. Zum Glück wusste Nelly instinktiv, wie man Menschen behandelte und wen man mit wichtigen Aufgaben betrauen konnte. Ohne die Ruhe zu verlieren, diskutierte sie ausführlich mit den Zwillingen der Dobsons, sie waren Stammgäste, darüber, ob es ratsam sei, einen Frosch in die Bademanne zu setzen. Und röstete gleich darauf ein Zimmermädchen, das sich in der Wäschekammer vor Liebeskummer die Augen ausweinte. Während Nelly sich Gefühlsergüsse anhörte, Trostworte fand und Urteilssprüche fällte, kreisten ihre Gedanken unablässig um Percy Reynolds. Es war kein Problem, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch sein Bild folgte ihr überall hin. Ständig schien er bei ihr zu sein, was sie auch tat oder dachte. Er hatte sich in ihr Leben gedrängt. Und sie konnte ihn nicht vergessen. Nelly ließ das Abendessen ausfallen. Erst spät suchte sie den Gesellschaftsraum auf. Fast alle Lampen waren ausgeschaltet und die Drei-Mann-Kapelle, die immer am Samstagabend spielte, hatte bereits ihre Instrumente eingepackt. Nur eine Handvoll Leute saß noch bei ihren Drinks und unterhielt sich leise. Der Abend neigte sich dem Ende entgegen. Nelly gestattete sich, ihre Gedanken wieder um Percy kreisen zu lassen. »Ich habe zwei Wochen Zeit, um ihn zur Einsicht zu bringen«, sagte sie sich. »Eigentlich müsste das reichen, um selbst einen hartgesottenen Geschäftsmann von der Richtigkeit meiner Argumente zu überzeugen. »Ich habe das Problem von Anfang an falsch angepackt. Morgen beginne ich mit einer neuen Strategie noch einmal ganz von vorn. Ich werde mich beherrschen und meinen weiblichen Charme einsetzen. Ich kann sehr charmant sein, wenn ich will.« Gut gelaunt wandte sie sich an den Barkeeper, der mit einem Tuch die Theke sauber wischte. »Geh jetzt nach Hause, Don. Den Rest mache ich selbst.« »Danke, Nelly«. Der junge Mann wartete auf keine zweite Aufforderung und verschwand gleich durch die Tür. Nelly wanderte durch den Raum, um die Körbchen mit den Erdnüssen und die leeren Gläser einzusammeln. Dann setzte sie sich vor den Fernseher. Ein Gruselfilm lief. Sie zog sich die Schuhe aus und kuschelte sich in einen Sessel. Fasziniert beobachtete sie, wie dunkle Wolkenfetzen vor einem Vollmond dahin jagten. Geistesabwesen griff sie nach einem Körbchen mit Erdnüssen, nahm ihn auf den Schoß und knabbelte davon. Das Fernsehbild zeigte inzwischen dichte Nebelschwaden in einem tiefen Wald. Und Nelly erschauerte, als sie schwere, tappende Schritte und keuchende Atemzüge hörte. Der Nebel lichtete sich und enthüllte die Fratze eines zähnefletschenden Ungeheuers. Nelly hielt sich die Augen zu und wartet auf den Schrei, den die Heldin des Films beim Anblick des Monsters unweigerlich ausstoßen würde. »Wenn Sie die Hände vom Gesicht nehmen, sehen Sie mehr.« Nelly schnellte mit einem Aufschrei hoch, sodass die Erdnüsse nach allen Seiten flogen. »Machen Sie das nicht noch einmal!« Sie blitzte Percy wütend an. »Sie haben mich zu Tode erschreckt.« »Oh, das tut mir leid.« Mit dem Ellenbogen stützte er sich auf die Bartheke und zeigte auf das Fernseher. »Warum setzen Sie sich vor den Kasten, wenn Sie doch nicht hinschauen?« »Ich sehe für mein Leben gern Gruselfilme. Es ist eine richtige Sucht. Aber bei den spannenden Szenen muss ich einfach die Augen schließen. Schauen Sie sich das mal an. Bald wird es ganz dramatisch. Den Film kenne ich nämlich schon.« Mit einer Hand griff sie nach seinem Arm, mit der anderen zeigte sie auf den Bildschirm. »Die Heldin öffnet jetzt gleich die Tür und geht nach draußen.« »Ich frage Sie, welcher Mensch, der nicht komplett schwachsinnig ist, verlässt im Stock finstern sein Haus, weil er ein unheimliches Kratzen an der Fensterscheibe hört. Ach, du liebe Zeit!« Unwillkürlich zog sie Percy näher an sich heran, und als das gebleckte Gebiss des Ungeheuers in Großaufnahme erschien, drückte sie ihr Gesicht gegen seine Brust. »Das ist erschrecklich! Ich kann gar nicht hinsehen! Sagen Sie mir Bescheid, wenn es vorbei ist!« Plötzlich wurde Nellie bewusst, dass sie sich an Percy kuschelte. Sie hörte das Klopfen seines Herzens. Er streichelte ihr Haar, so wie man ein Kind tröstet. Sie verkampfte sich und wollte sich aus einer Umarmung lösen, doch er hielt sie fest. Endlich war die schlimme Szene vorbei. Nellie stand auf und versuchte, die verstreuten Nüsse und ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden. »Heute Nachmittag war ich leider sehr beschäftigt, Mr. Reynolds. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, weil wir unseren Rundgang durch das Hotel nicht beenden konnten.« Er sah ihr zu, wie sie auf Händen und Knien über den Boden rutschte, wobei ihr das Haar wie ein Vorhang über das Gesicht fiel. »Ach, das macht nichts! Ich lernte einige Gäste kennen. Sie scheinen hier allgemein beliebt zu sein, Nellie.« Percy kam zu ihr und strich ihr das Haar aus dem Gesicht. »Verraten Sie mir mal, was das für eine Abkürzung ist.« »Was?« Seine Finger berührten ihre Wange und sie konnte sich nicht mehr auf das Gespräch konzentrieren. »Nellie«, lächelnd sah er hier in ihre verstörten Augen. »Wie heißen Sie mit vollem Namen?« »Ach so«, sie erwiderte sein Lächeln, erhob sich und rückte ein Stück von ihm ab. »Das ist ein streng gehütetes Geheimnis. Ich würde es nicht mal meiner Mutter verraten.« Percy zog sie einfach so an sich. Ehe sie protestieren konnte, senkte sich sein Mund auf ihre Lippen und er küßte sie leidenschaftlich. Nellies Herz klopfte wild. »Was tat sie hier nur?« Doch dann dachte sie an gar nichts mehr und überließ sich ganz ihren Gefühlen. »Sie sind wunderbar.« Perseys Lippen glitten ihre Wange entlang zu ihrem Ohr und dann zu ihrem Mund zurück, um sie erneut zu küssen. Doch diesmal ließ Nellie sich nicht überrumpeln. »Nur nicht die Fassung verlieren«, ermahnte sie sich. »In einer solchen Situation gibt man sich am besten kühl und überheblich. »Mr. Reynolds, ich bitte Sie, Ihre romantischen Annäherungen zu unterlassen.« »Ich heiße Percy«, erblickte lächelnd auf ihre kleinen Hände, die sich nicht sehr wirksam gegen seine breite Brust wehrten. Heute Morgen, als sie mich im Büro mit ihrer Kündigung überfiel, nahm ich mir vor, sie etwas näher kennenzulernen. »Verfahren Sie eigentlich mit all Ihren Hotelmanagern so wie mit mir?« Nellie hoffte, ihn mit dieser bissigen Bemerkung zu verletzen, und sie kochte vor Wut, als er lediglich den Kopf in den Nacken legte und schallend lachte. »Nellie, mein Vorsatz, Sie näher kennenzulernen, hat mit Ihrer Stellung in diesem Hotel nicht das Geringste zu tun. Für wen halten Sie mich?« »Wagen Sie ja nicht, mich noch einmal zu küssen.« Nellie versuchte verzweifelt, Percy zurückzustoßen. »Sie sind lieb und so gleich störrisch wie ein Kätzchen.« Endlich ließ er sie los, schob die Hände in die Taschen seines Jackets und wippte auf den Absätzen. »Eine interessante Mischung.« »Aber das wissen Sie vermutlich, sonst würden Sie sich nicht so geben.« Nellie vergaß, ihren Vorsatz sich zu beherrschen und trat einen Schritt auf Percy zu. »Ich weiß nur, dass mir absolut nichts daran liegt, Ihr Wohlgefallen oder Ihr Interesse zu erringen. Mein einziger Wunsch ist, dass Sie aus diesem hübschen, ruhigen Familienhotel kein supermodernes Ferienzentrum machen.« Sie ballte die Hände. »Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann fahren Sie nach New York zurück und lassen sich hier nie wieder blicken.« Ohne seine Antwort abzuwarten, wirbelte sie herum und rannte aus dem Zimmer. Sie lief durch das dunkle Foyer, ohne sich noch einmal umzusehen. Percy Reynolds hatte sich selbst zuzuschreiben, dass Nellie am letzten Abend so aus der Rolle gefallen war. Sie dachte nach, während sie an der weiße Seidenbluse und einen dauernden Bläseranzug. Ab heute würde sie sich nur noch über geschäftliche Dinge mit ihm unterhalten. Jetzt schämte sie sich, weil sie sich kindisch schutzsuchend an seine Brust geworfen hatte. Wenn sie sich weiterhin so benahm, konnte er sie ja gar nicht ernst nehmen. Anstatt Selbstbewusstsein auszustrahlen, hatte sie sich blamiert, indem sie sich von einem Gruselfilm aus der Fassung bringen ließ und auf seine zärtliche Annäherung wie ein dummes Schulmädchen reagierte. »Das soll mir nicht noch einmal passieren.« Nellie steckte sich das Haar zu einer damenhaften Frisur hoch. »Ich habe mich von ihm übertölpeln lassen. Kein Wunder, dass ich mich vor ihm lächerlich gemacht habe.« Doch noch während sie sich beschimpfte, kehrten ihre Gedanken wie von selbst zu der Umarmung zurück. Sie fühlte wieder seinen Mund auf ihren Lippen, den warmen Atem, der ihre Wange streifte. All das war neu für sie. Ihre Knie wurden seltsam weich. Und es kam ihr so vor, als ginge sie auf Watte. Trotzdem. Sie musste ihn als Manager betrachten, der hier Dinge verändern wollte. Sie musste gemein zu ihm sein. Mit diesem Vorsatz verließ sie mit federnden Schritten das Zimmer. Die Sonntagvormittage verliefen im Allgemeinen ruhig. Die meisten Gäste schliefen lange und frühstückten erst spät. Gewöhnlich verbrachte Nellie diese stillen Stunden mit Büroarbeit. In der Küche trank sie schnell eine Tasse Kaffee, ehe sie sich in den Papierkrieg stürzte. Aber sie hatte nicht mit Percy gerechnet. Er stand neben ihr und schob sie einfach so ins Speisezimmer. Jetzt brauche ich nicht allein zu frühstücken. Er strahlte sie fröhlich an. Auch das noch. Nellie unterdrückte eine schnippische Bemerkung und lächelte gekünstelt. Wie nett von Ihnen, dass Sie mit mir frühstücken wollen. Haben Sie gut geschlafen? Oh, wie es in Ihrer Broschüre steht, wirkt die ruhige Atmosphäre des Hotels für einen guten Schlaf. Er fand sich wohl unglaublich witzig. Nellie steuerte auf einen freien Tisch zu, der etwas abseits von den anderen in einer Nische stand. Sie werden feststellen, Mr. Reynolds, dass meine gesamte Werbung auf Tatsachen beruht. Sie setzte sich und war bemüht, hell und freundlich zu sprechen. Aber sie war durcheinander, weil sie schon wieder an gestern Abend denken musste. Da kam Maggie, die Kellnerin. Ich bekomme Toast und Kaffee, Maggie. Die Kellnerin kritzelte die Bestellung auf ihren Block und fragte dann Percy nach seinen Wünschen. Ich finde, Sie machen das alles hier sehr gut. Percy sah Nellie freundlich an. Nicht nur Ihre Geschäftsbücher sind tadellos geführt und das Personal scheint sich auch sehr wohl zu fühlen. Das ist wichtig, wenn ein Hotel gut laufen soll. Er lächelte. Das Personal hält zusammen wie eine große Familie, fuhr Nellie so unpersönlich wie möglich fort. Das werden Sie auch noch merken. Und unsere Gäste spüren das. Es gefällt Ihnen, wie ungezwungen es hier zugeht, obwohl der Service durch und durch korrekt ist. Den Regeln unseres Hauses entsprechend geht das Personal auf die individuellen Wünsche der Gäste ein. Das Lakeside ist kein Hotel für Leute, die Luxus suchen oder ständig zur Steuerung brauchen. Unsere Gäste legen Wert auf frische Luft, gutes Essen und eine gemütliche Atmosphäre. Und genau das bieten wir Ihnen. Sie unterbrach sich, als Maggie Ihnen das Frühstück brachte. Haben Sie Vorurteile gegen groß angelegte Ferienzentren, Nellie? Nellie überlegte und beobachtete Perseys lange, schmale Hände. Er war gerade dabei, Betty Jacksons Brombeer-Jelie auf eine Scheibe Toast zu streichen. Sie dachte daran, dass diese Hände gestern Abend mit ihrem Haar gespielt hatten. Dann schüttelte sie den Kopf. Ferienzentren sind eine gute Einrichtung, aber mit Betrieben wie dem Lakeside Inn kann man sie nicht vergleichen. Dazu ist das Publikum zu unterschiedlich. In einem Ferienzentrum herrscht ständig Betriebsamkeit. Immer ist etwas los. Hier bei uns ist alles auf Entspannung und Erholung eingerichtet. Man kann angeln, segeln, rudern, im Winter Ski laufen und darüber hinaus ist das Essen gut. Mit einem Wort, das Lakeside Inn ist vollkommen. Es klang kampflustiger als gewollt und sie bemerkte, wie Percy Reynolds die Brauen hochzog. Das muss sich erst noch herausstellen. Er hob die Kaffeetasse an die Lippen. Seine Stimme klang nicht unfreundlich, doch Nellie entdeckte in seinen Augen eine Spur von Ärger. Sie senkte den Blick und schaute auf ihren Teller, als gäbe es dort etwas Interessantes zu sehen. Lächelnd blickt der grauäugige Morgen auf die dahinscheidende Nacht. Hörte sie plötzlich eine vertraute Stimme. Bei dem Zitat hob Nellie erschrocken den Kopf und schaute direkt in Mr. Leenders erwartungsvolles Gesicht. Sie forschte in ihrem Gedächtnis. Färbt die Wolken im Osten mit zartem Licht. Mr. Leender nickte und ging dann mit schwungvollen Schritten zu seinem Tisch. Eines Tages überraschte er sie mit einem Zitat, auf das ihnen nichts mehr einfallen wird. Percy sah ihm amüsiert hinterher. Das ganze Leben ist ein Risiko. Nellie fegte ein paar Toastkrümel vom Tisch. Damit findet man sich am besten schon in jungen Jahren ab. Er hob die Hand und strich ihr eine übermütige Haarsträhne hinter das Ohr. Bei dieser Berührung zuckte sie wie elektrisiert zurück. Ich glaube, dass sie jede schwierige Situation als Herausforderung betrachten. Dadurch wirken sie noch interessanter. Darf ich ihm Kaffee nachschinken? Nellie schüttelte langsam den Kopf. Sie wollte das Frühstück nicht weiter als unbedingt nötig in die Länge ziehen. Warum, war ihr selber nicht ganz klar. Sonnenlicht strahlte durch die Sprossenfenster und malte geometrische Muster auf den Fußboden. Weit entfernt brummte ein Rasenmäher. Irgendwo in der Nähe sang ein Vogel. Nellie saß mit Percy in ihrem Büro und konzentrierte sich auf die Geschäftsvorgänge. Der Berg aus Rechnungen und Betriebsbüchern zwischen ihnen stärkte ihr Selbstbewusstsein. Wenn Nellie über die Leitung des Hotels sprach, befand sie sich auf sicherem Boden. Aber sie musste auch zugeben, dass Percy Reynolds sich in kaufmännischen Dingen bis ins letzte Detail auskannte. Gewissenhaft wie ein Buchhalter prüfte er die Bücher und geschickt wie ein Kaufmann sortierte und studierte er die Rechnungen. Und er hörte sich ihre Erklärungen aufmerksam und respektvoll an. Offenbar hielt er Nellie für intelligent und deshalb hoffte sie, ihn schließlich doch noch von ihrer Meinung überzeugen zu können. Wie ich sehe, beziehen sie Ware von vielen kleinen Einzelhändlern und den hiesigen Bauernhöfen. Das stimmt. Percy zündete sich eine Zigarette an und Nellie suchte in der untersten Schreibtischschublade nach einem Aschenbecher. Das ist für alle von Vorteil. Die Produkte, die wir direkt vom Erzeuger bekommen, sind ganz frisch. Notfalls werden wir auch samstags und sonntags beliefert. Damit fördern wir die einheimische Wirtschaft. Unter einem Stapel privater Briefe fand Nellie endlich den Aschenbecher und stellte ihn auf den Tisch. Plötzlich wurde die Tür heftig aufgestoßen. Nellie! Auf der Schwelle stand Eddie, einer ihrer Angestellten. Seine Unterliebe zitterte verdächtig. Die Bodwins sind da! Ich komme gleich! Nellie unterdrückte einen Seufzer. Sie würde Eddie sagen, dass er künftig anzuklopfen hatte, ehe er ein Zimmer betrat. Er musste noch viel lernen. Trotzdem war Nellie davon überzeugt, dass er eines Tages ein guter Hotelmanager werden würde. Wer sind die Bodwins? Eine Naturkatastrophe oder eine Virusepidemie? Percy zog an seiner Zigarette. Nichts dergleichen. Nellie stand auf. Entschuldigen Sie mich bitte. In einer Minute bin ich wieder zurück. Sie schloss die Tür fest hinter sich und lief ins Foyer hinunter. Herzlich willkommen, Miss Patience! Herzlich willkommen, Miss Hope! Nellie begrüßte das ältliche Geschwisterpaar zuvorkommend. Die Schwestern Bodwin, große, hagere, unverheiratete Damen, waren Stammgäste im Lakeside. Ich freue mich, Sie gesund und munter wiederzusehen. Wir kommen immer wieder gerne hierher zurück, Miss Clark! Die beiden Damen nickten gnädig. Meistens war Miss Patience diejenige, die sprach, und Miss Hope beschränkte sich auf einsilbige Kommentare. Das war einer der wenigen Unterschiede zwischen den beiden Schwestern. Davon abgesehen wirkten sie wie Zwillinge, hatten die gleichen Gewohnheiten, die gleiche Art, sich zu bewegen und zu kleiden. Sie trugen orthopädische Schuhe und altmodische Nickelbrillen. Miss Patience' Miene hältte sich auf und Nellie bemerkte, wie ihr Blick sich auf einen Punkt heftete, der sich hinter ihrem Rücken befand. Sie drehte sich um und entdeckte Percy. Miss Patience, Miss Hope, das ist Mr. Reynolds, der Besitzer des Hotels. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, meine Damen. Percy verbeugte sich galant und gab ihnen die Hand. Miss Hopes faltige Wange rötete sich. Sie sind ein Glückspilz, junger Mann. Miss Patience musterte Percy eingehend. Dann nickte sie zufrieden. Ich nehme an, Sie wissen, dass Miss Clark ein Schatz ist. Hoffentlich würdigen Sie das entsprechend. Nellie knirschte mit den Zähnen. Lächelnd legte Percy die Hand auf ihre Schulter und entgegnete, Ich bin davon überzeugt, dass Miss Clark ein Goldstück und mein Lob ganz unzureichend ist. Miss Patience nickte beifällig. Nellie schüttelte Percy's Hand ab und verhielt sich kühl und unpersönlich. Sie bekommen denselben Tisch wie immer. Nummer zwei. Oh, wie schön. Miss Patience kräuselte die Lippen und tätschelte Nellies Wange. Sie sind ein liebes Mädchen, Miss Clark. Die Damen entfernten sich in ihr Zimmer. Na, hören Sie mal. Spöttischlechend wandte sich Percy an Nellie. Sie wollen diesen beiden alten Jungfern doch wohl nicht den zweitbesten Tisch geben. Trotzig schob Nellie das Kind vor. Verlangen Sie von mir, dass ich die Schwestern Bodwin von ihrem Lieblingsplatz verscheuche und ihnen einen Tisch in der Nähe der Küche gebe? Sehen Sie ihnen nicht vornehm genug aus? Versuchen Sie mal, die beiden Frauen als Menschen zu sehen und nicht als kleine schwarze Zahlen auf ihren Bankauszügen. Sie verschluckte sich beinahe, als er fest ihre Schultern packte und sie wütend anstarrte. Leider haben Sie ein aufbrausendes Temperament und ziemlich merkwürdige Vorstellungen, was meinen Charakter angeht. Aber niemand hat mir vorzuschreiben, wie ich meine Betriebe leite. Kein Mensch. Haben Sie mich verstanden? Wenn ich Ihren Rat brauche, dann frage ich Sie vielleicht danach. Aber die Entscheidungen treffe ich allein. Und ich allein ordne an, was zu geschehen hat. Stumm vor Schreck sah Nellie zu ihm hoch. Wenn Sie etwas tun, das mir missfällt, werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen und es Ihnen zu verstehen geben. Seine Hände befanden sich immer noch auf ihren Schultern. Sie sind eine sehr raffinierte Frau. Sie haben mit mir zusammen gefrühstückt und im Büro gearbeitet, ohne mich ein einziges Mal mit meinem Namen anzusprechen. Mit geradezu akrobatischem Geschick haben Sie jede Gelegenheit vermieden, meinen Namen nennen zu müssen. Das hat mich offen gestanden. Fasziniert. Seien Sie nicht albern. Jetzt wurde es Nellie langsam zu bunt. Was bildete dieser Mann sich eigentlich ein? Aber er ließ nicht locker. Sagen Sie meinen Namen. Sein Mund berührte fast ihre Lippen. Sie fühlte, wie ihre Knie nachgaben. Percy. Sie konnte nichts tun, außer ihn anschauen. Sehr schön. Und von jetzt an sagen Sie das öfter zu mir. Er lachte amüsiert auf und hauchte einen sanften Kuss auf ihren Mund. Sie stöhnte leicht und schlang die Arme um seinen Hals. Es schien, als stürzte sie einen tiefen Schacht hinunter, in dem bunte Sterne umeinander kreisten. Unwillkürlich erwiderte sie seine Küsse. Perseys Hände folgten dem weichen Schwung ihrer Hüften und während ihre Sinne taumelten, erforschte er die intimeren Stellen ihres Körpers. Nellies Sehnsucht wuchs und sie schmiegte sich immer enger an ihn. Sie konnte nicht mehr denken. Die Welt rings um sie versank. Doch plötzlich mischte sich Angst in ihre Leidenschaft und sie befreite sich aus seiner Umarmung. Bestürzt und verwirrt rückte sie von Percy ab. Ich muss nachschauen, wie weit das Mittagessen ist. Zitternd umschloss sie die Türklinke. Percy schob die Hände in die Taschen seines Jackets und wippte auf den Absätzen. Aber ja, geh nur. Ich will nur, dass du eins weißt, Nellie. Nämlich, dass ich dich eines Tages besitzen werde. Wenn es sein muss, bringe ich eine Zeit lang sehr viel Geduld auf. Nellie fand die Sprache wieder. Das ist doch der Gipfel. Ich bin kein Objekt, das du über deinen Makler erwerben kannst. Nein, nein, in diesem Fall kümmere ich mich ausschließlich selbst darum. Er lächelte sie aufreizend an. Ich weiß immer genau, ob mir etwas gehört oder nicht. Anschließend ist es dann nur noch eine Frage der Zeit. Aber mich bekommst du nicht. Außer sich verbut, trat sie dicht vor ihn. Ich bin kein Besitz, den du deiner Trophäensammlung einverleiben kannst. Du behauptest, du hättest Geduld. Dann warte ruhig bis zum jüngsten Tag. Sein Lächeln schürte nur noch ihren Zorn. Nellie drehte sich um und verließ Türknallen das Büro. Ab sofort würde sie mit dem reichen Mr. Reynolds nur noch das Allernötigste reden. Montag. Perseys Anwesenheit in ihrem Büro war eine Belastung für Nellie. Seine Absicht, sie eines Tages zu erobern, ärgerte sie noch immer. Frostig erklärte sie ihm jedes Telefongespräch, das sie führte, jeden Brief, den sie schrieb, jede Rechnung, die sie ablegte. Sie schwor sich, ihm keinen Grund zu der Behauptung zu geben, sie verweigere ihre Mitarbeit. Perseys verhielt sich korrekt und unpersönlich, was Nellie wiederum auch nicht gefiel. Sie hatte noch keinen Mann kennengelernt, der sich so in der Gewalt hatte wie er. Seine Ruhe war geradezu aufreizend. Sie liebäugelte mit dem Gedanken, ihm ihre Tasse Kaffee über den Kopf zu gießen, nur um ihm irgendeine Reaktion zu entlocken. Tiefvorstellung erheiterte sie. Denkst du gerade an einen Witz? Perseys hatte mitbekommen, dass sie kicherte. Was? Gleich wurde ihr Ton wieder kühl. Nein. Ich habe nur gerade an etwas anderes gedacht. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich davon überzeugen, dass die Zimmer alle aufgeräumt sind. Zum Mittagessen empfehle ich dir das Roastbeef. Es ist wirklich vorzüglich. Ich habe leider keine Zeit, die Gesellschaft zu leisten, aber ich wünsche dir guten Appetit. Ohne seine Antwort abzuwarten, verließ sie das Büro. Einfallsreichtum und Glück halfen Nellie, Perseys den ganzen Nachmittag lang aus dem Weg zu gehen. Das Hotel war beinahe leer, denn die meisten Gäste gingen spazieren und genossen das milde Frühlingswetter. Nellie huschte durch die stillen Gänge, ohne Perseys zu begegnen. Sie fand sich zwar kindisch, genoss aber trotzdem das Versteckspiel. Sie hatte sich vorgenommen, jedes Zusammentreffen mit Perseys bis zum Abendessen zu vermeiden. In der Stunde vor dem Dinner war es ruhig im Haus. Nachdenklich zählte Nellie den Bestand des Wäscheschranks im dritten Stockwerk. Sie stellte sich Bootsfahrten auf dem See vor, Spaziergänge im Wald und lange Sommerabende. In ihren schönen Tagträumen wurde sie dabei von Perseys begleitet. Das musste sich ändern. »Ich brauche ihn nicht«, Nellie legte einen Stapel frisch gebügelter Bettlaken in den Schrank zurück. »Er ist völlig überflüssig.« Sie verließ die kleine Kammer und zog die Tür leise hinter sich zu. Als sie sich umdrehte, prallte sie mit Perseys zusammen, der offenbar in unmittelbarer Nähe gestanden hatte. Sie schrie auf. »Bist du immer so nervös?« Tröstend legte er jeden Arm um die Schultern und sah sie amüsiert an. »Kein Wunder, dass du mich erschreckst, wenn du wie ein Gespenst durch die Gänge schleichst.« Nellies Herz klopfte wild. Er grinste. »Oh, ich dachte, das wäre hier so üblich. Du hast es doch selbst den ganzen Nachmittag lang getan.« Perseys hatte also ihre Taktik durchschaut. Das verärgerte sie. Mit kühlem Blick sah sie ihm in die Augen. »Ich bin sehr beschäftigt. Wenn du mir etwas Geschäftliches zu sagen hast, dann tu es bitte gleich. Meine Zeit ist begrenzt.« Wenn er nur endlich gehen würde. »Ich habe eine Nachricht für dich entgegengenommen.« Amüsiert schwenkte er einen Zettel. »Also eine Miss Peabody hat angerufen. Sie wollte dich davon in Kenntnis setzen, dass Cassandra ihre Babys bekommen hat. Vier Mädchen und zwei Jungen. Sechslinge.« Er senkte das Schriftstück und schüttelte den Kopf. Wirklich erstaunlich. »Nicht, wenn die Mutter eine Katze ist.« Nellie spürte, wie sie rot anlief. Warum musste ausgerechnet er den Anruf entgegennehmen? Warum hatte Cassandra mit ihrem Wurf nicht warten können? »Miss Peabody gehört zu unseren ältesten Stammgästen. Sie kommt zweimal im Jahr hierher.« »Die Gäste scheinen dich wirklich zu mögen.« Percy schaute auf seine Armbanduhr. »Zeit zum Abendessen. Was würdest du uns empfehlen?« Endlich hatte er die Hand von ihrer Schulter genommen. »Ich habe keine Zeit zum Essen.« Lauter als nötig schloss Nellie den Wäscheschrank. »Aber, aber.« »Du rühmst dich doch deinen Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Ich möchte, dass du mir beim Abendessen Gesellschaft leistest.« Nellie fühlte sich durch ihre eigene Aussage in die Enge getrieben. Wenige Minuten später saß sie Percy am Esstisch gegenüber. Entgegen ihrer Erwartung verlief das Essen recht harmonisch. Gelegentlich ertappte sich Nellie sogar dabei, dass sie sich von Perseys Charme regelrecht umnebelt fühlte. Doch jedes Mal, wenn sie merkte, dass ihre Feindseligkeit schwand, besann sie sich wieder und setzte eine verschlossene Miene auf. Sie tranken ihren Kaffee, als Eddie sich dem Tisch näherte. »Mr. Reynolds?« Nellie atmete auf, als Eddie weder verlegen um den heißen Brei herumredete, noch aufgeregt mit einer Neuigkeit herausplatzte, sondern ruhig und sachlich meldete, »Da ist ein Anruf für Sie aus New York.« »Äh, danke, Eddie. Stellen Sie das Gespräch bitte auf den Apparat im Büro. Es dauert bestimmt nicht lange.« Percy stand auf. »Meinetwegen brauchst du dich nicht zu beeilen.« Nellie deutete ein Lächeln an. »Ich muss mich ohne ihn gleich wieder um meine Arbeit kümmern.« »Bis gleich dann.« Ihre Blicke begegneten sich, und unvermittelt bückte Percy sich und küßte Nellie auf die Wange. Nellie wunderte sich, woher das plötzliche Schwindelgefühl kam. Sie zwang sich dazu, ruhig durchzuatmen, trank ihren Kaffee aus und begab sich dann eilig in den Aufenthaltsraum. Hier wurde die Geselligkeit gepflegt. Auf der Schwelle blieb Nellie kurz stehen und blickte sich prüfend um. In den Kutscherlampen brannten schon die Kerzen. Tische, Stühle und Sessel waren zur Seite gerückt, sodass eine Tanzfläche frei blieb. Nellie war mit der Atmosphäre zufrieden und trat an den Plattenspieler. Das viel benutzte, aber zuverlässige Gerät befand sich in einer Mahogunitruhe. Andächtig streichelte Nellie den polierten Deckel. Die ersten Gäste trafen ein, während sie noch die Schallplatten aussuchte. Die gedämpften Stimmen im Raum waren ihr so vertraut, dass sie kaum in ihr Bewusstsein drangen. Gläser klirrten, Eiswürfel klapperten und gelegentlich erklang Gelächter. Geschickt wie ein geübter Mechaniker setzte Nellie das leicht antiquierte Gerät in Gang und legte die erste Platte auf. Die dicke, schwarze Scheibe begann sich zu drehen. Nellie setzte den Tonarm in die Rille und eine Melodie ertönte, dünn, von kratzendem Geräuschen untermalt, jedoch stimmungsvoller als manches moderne Musikstück. Ehe die Platte zur Hälfte abgespielt war, bewegten sich drei Paare auf der Tanzfläche. »Was in aller Welt ist hier los?« Nellie zuckte bei dieser zischenden Frage zusammen. Sie blickte Percy fest in die Augen. »Aha, wie ich sehe, hast du deinen Anruf beendet. Es war hoffentlich keine schlechte Nachricht.« »Nichts Besonderes, Nellie. Ich will wissen, was hier los ist.« »War Percy plötzlich blind?« »Hier wird getanzt.« »Nimm irgendwo Platz, Percy. Ich sage dann Bescheid, dass man dir was zu trinken bringt. Ich muss mich um die Musik kümmern.« Bis jetzt hatte ich geglaubt, dass dieser Aufenthaltsraum über eine gut funktionierende Stereoanlage verfügt. »Diesen Glauben will ich dir nicht nehmen.« In Nellie regte sich der Widerspruchsgeist. »Aber ich begreife immer noch nicht, worauf du hinaus willst.« »Warum wird die Stereoanlage nicht benutzt? Warum bedienst du diesen vorsintflutlichen Apparat?« Mit dem Kinn deutete er auf den Plattenspieler. »Es ist Montag. Und Montagabends spielen wir immer alte Platten. Im Übrigen ist es kein vorsintflutliches Gerät, sondern eine Antiquität. Ein Museumsstück.« »Nellie, warum spielst du Montagabends alte Platten?« Er sagte es in einem Ton, als spreche er mit einer geistig behinderten Person. »Darum...« Nellie kniff die Lippen zusammen. Percy winkte ab, als sie zu einer Erklärung ausholen wollte. »Warte.« Rasch durchquerte er das Zimmer und sprach kurz mit einem der Gäste. Dann kam er zurück. »Du wirst für eine Weile am Plattenspieler abgelöst. Und jetzt komm mal mit nach draußen.« Ohne viel Umstände nahm er ihren Arm und schob sie zur Tür. Die kühle Nachtluft trug nicht dazu bei, Nellies Pulsschlag zu senken. Percy lehnte sich mit dem Rücken gegen die Hauswand. »Nellie, was hast du gegen mich?« Sie war wütend. »Ach, du regst mich so auf, dass ich vor Zaun schreien könnte. Alles lief wunderbar, bis du kamst, um von deinem hohen Ross auf uns herabzublicken.« Böse lief sie auf und ab. »Die Leute da drinnen haben Spaß an der Sache.« Mit ausgestrecktem Arm deutete sie auf ein offenstehendes Fenster. Ein langsamer Walzer erklang. »Du hast kein Recht, diese Art von Vergnügen zu kritisieren. Nur weil wir keine Kapelle engagieren oder Schlager aus der Hitparade spielen, heißt das noch lange nicht, dass sich unsere Gäste nicht gut unterhalten. Ich verstehe wirklich nicht, was du daran auszusetzen hast.« Sie verstummte, als er ihren Arm ergriff. »Schon gut, schon gut.« »Reg dich wieder ab.« Percy drehte sie energisch zu sich herum und das Haar fiel ihr ins Gesicht. Ungeduldig strich sie es sich aus der Stirn. »Ich schlage dir vor, wir fangen noch mal ganz von vorn an. Du bist zu temperamentvoll und neigst dazu, in deiner Erregung weit übers Ziel hinaus zu schießen.« Ihr fiel auf, dass seine Stimme gefährlich leise klang. »Wenn du mir gegenüber nicht so viele Vorurteile hättest, bräuchtest du dich nicht durch jedes Wort von mir beleidigt zu fühlen.« Wütend funkelte sie ihn an. Er fuhr fort. »Falls du dich erinnerst,« begann dieses denkwürdige Gespräch mit einer ganz einfachen Frage von mir. »Nelly, du schaffst es, einen Heiligen zur Weißglut zu bringen. Bei dir braucht man wirklich eine Engelsgeduld.« Er stöhnte leise. »Ich möchte wissen, warum ich mitten in einem Nostalgieabend platzte, als ich vorhin den Aufenthaltsraum betrat.« Nelly zwang sich, ruhig zu bleiben. »Jeden Montagabend bieten wir unseren Gästen diese Form der Unterhaltung. Der Plattenspieler steht seit über 50 Jahren im Hotel und wird seither immer montags benutzt. Die Gäste, die schon einmal hier waren, freuen sich darauf. Montags wird nach alten Melodien getanzt. Und diese Tradition ist so alt wie dieses Haus. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen.« Die weichen, dunklen Klänge eines Blues wehten durch das offene Fenster. Percy kam näher und umschlang sie mit seinen starken Armen. Obwohl Nelly es eigentlich nicht wollte, begannen sie zu tanzen. »Den Gästen macht es Spaß. Und ich habe festgestellt, dass das Alter dabei überhaupt keine Rolle spielt. Ob junge oder alte Leute, alle lassen sich für einen Abend gern mal in die Vergangenheit zurückversetzen.« Ihre Stimme klang längst nicht mehr so forsch. Während sie sich zu der sanften Melodie des Blues bewegten, spürte sie, wie die Gedanken ihr entglitten. »Oh, das war eine, eine vernünftige Antwort.« Percy zog sie dichter an sich und sie legte den Kopf in den Nacken, um ihm weiterhin in die Augen schauen zu können. »Ich fange an, mich selbst für diese Idee zu erwärmen.« Ihr Gesichter waren sich jetzt so nahe, dass ein Atem ihre Lippen streifte. Ihre Wangen schmiegten sich aneinander. Nelly schloss die Augen und ließ sich von Percy und der Musik führen. Die leisen Geräusche der Nacht mischten sich in die Melodie, die aus dem Fenster erklang. Blätter raschelten im Wind. Ein Kreuzchen schrie. Nachtfalter flatterten geräuschvoll gegen die erleuchtete Fensterscheibe. Es duftete leicht nach Hyazinthen. Mondlicht sickerte durch das Geäß der hohen Ahornbäume und malte ein kompliziertes Muster auf den Boden. Perseys Hände streichelten ihren Rücken. Nellys Wille schmolz, während ihre Sinne gleichzeitig immer empfindlicher reagierten. Was um sie herum geschah, nahm sie nicht mehr wahr. Nur noch sie und Percy existierten. Sehnsüchtige Gefühle stürmten auf sie ein, denen sie keinen Namen zu geben vermochte. Sie verlangte grenzenlos nach ihm. Doch dann löste sie sich aus seiner Umarmung. Nein, bitte! Ich will das nicht! Sie stützte sich am Gelände der Veranda ab und seien an. Percy kam auf sie zu und streichelte sanft ihren Hals. Doch, du willst! Sein Mund senkte sich auf ihre Lippen. Nellys glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ihre Gefühle überwältigten sich, bis sie meinte, nicht mehr atmen zu können. Percy zog sie noch näher an sich heran. Instinktiv wusste Nellys, dass sie sich sofort von ihm lösen musste, denn sonst brächte sie nie mehr die Kraft dazu auf. Nein! Sie wehrte sich mit beiden Händen gegen ihn und befreite sich aus der Umarmung. Ich will nicht! Schnell drehte sie sich herum und tastete die Verandatreppe hinunter. Woher weißt du, was ich möchte und was nicht? Und dann rannte sie weg. Bevor Nellys ins Haus zurückging, blieb sie stehen, um Atem zu schöpfen und darauf zu warten, dass ihr wild pochendes Herz sich wieder beruhigte. So aufregend war im Lakeside-In noch nie ein Montagabend für sie verlaufen. Unbewusst summte sie die Blues-Melodie vor sich hin. Doch als sie sich dabei ertappte, gab sie sich innerlich einen Stoß und betrat zielstrebig das Hotel. Sie steuerte auf die Küche zu, um Liz daran zu erinnern, am nächsten Morgen die Blumenbasen auf die Frühstückstische zu stellen. Alles sollte perfekt sein. Und sie zwang sich, nicht an Percy zu denken. Aber sie dachte die ganze Zeit an ihn. Am nächsten Morgen wählte Nellys ein schlichtes grünes Hemd-Blusenkleid und flache Schuhe, als sie die Treppen hinunterlief und sich predigte, heute nur dienstlich zu sein. Es gab weder Mondschein noch Musik, wie sie dazu verleiten konnten, ihre guten Vorsätze zu vergessen. Als sie den Speisesaal betrat, saß Percy bereits vor einem Berg Rührei und unterhielt sich angeregt mit Mr. Leander. Er winkte Nellys zur Streu zu, ohne das Gespräch mit seinem Tischnachbar zu unterbrechen. Sie ärgerte sich, weil jetzt aus ihrem Vorsatz Percy bewusst die kalte Schulter zu zeigen nichts mehr wurde. Also ging sie in ihr Büro. Eine halbe Stunde lang beschäftigte sie sich mit ihren Akten, während sie mit einem Ohr ständig lauschte, ob Percy sie aufsuchen würde. Sie hatte schlechte Laune und gab Percy die Schuld, obwohl sie nicht sagen konnte, was er ihr zuleide getan hat. »Nellie!«, aufgeriet, stürmte Eddie in ihr Büro. »Etwas ganz, ganz Schlimmes ist passiert. Die Spülmaschine ist kaputt.« Er tat so, als handele es sich um einen Todesfall. »Mitten in einem Spülprogramm blieb sie auf einmal stehen.« »Auch das noch.« »Ist gut, Eddie. Ich rufe Max an. Wenn wir Glück haben, läuft sie vor dem Mittagessen wieder wie geschmiert.« Doch das Glück ließ sie im Stich. Eine Stunde später sah Nellie zu, wie Max, der für die Reparatur zuständig war, die defekte Spülmaschine inspizierte. Sein ständiges Murmeln und Seufzen ging ihr auf die Nerven. Dann musste natürlich auch noch Percy auftauchen. »Gibt es ein Problem?« Interessiert kam er näher. »Ach, ich werde schon damit fertig.« Nellie wollte, dass er wieder ging. »Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Ich nehme an, dass du genügend mit anderen Dingen beschäftigt bist.« »Für dich habe ich immer Zeit, Nellie.« Percy näherte sich ihr, und ehe sie seine Absicht erkannte, nahm er ihre Hand und zog sie galant an seine Lippen. Max räusperte sich vernehmlich. Sie zog ihre Hand zurück. »Es ist nicht nötig, dass du dich hiermit abgibst. Max hat das Ding noch vor dem Mittagessen repariert.« »Nein, das schaffe ich nicht.« Max hockte sich auf die Fersen und schüttelte den Kopf. »Das Zahnrad ist kaputt. Ich habe keines auf Lager. Du musst eins in Burlington besorgen.« »Burlington?« Nellie erkannte die verzweifelte Situation und durfte in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich sein. Mit einem flehenden Blick, der einen Stein zum Erweichen gebracht hätte, sah sie Max an. »Ach, Max! Was soll ich denn jetzt tun?« Max war zwar schon weit über fünfzig, aber dennoch längst nicht immun gegen einen bittenden Blick aus großen grauen Augen. Er trat von einem Fuß auf den anderen und seufzte ein paar Mal. »Ah, das ist schön. Ich fahre für dich nach Burlington. Vor dem Abendessen läuft die Maschine wieder, aber früher bestimmt nicht. Hexen kann ich auch nicht.« »Oh, Max! Ich danke dir. Komm heute Abend mit deiner Frau zum Essen. Es geht auf Kosten des Hauses.« Mit einem selbstzufriedenen Lächeln sah Nellie Max hinterher. Dann fiel ihr plötzlich Percy wieder ein. Sie räusperte sich und wandte sich ihm zu. »Für deine Augen brauchst du einen Waffenschein.« Er sah sie unglaublich an. »Jeder Mann ist dir ja hilflos ausgeliefert.« »Ich weiß nicht, was du meinst.« »Vielleicht brauchst du eine Brille?«, erwiderte sie schnippisch. »Übrigens kannst du schon mal die Ärmel hochkrempeln. Heute Mittag müssen wir per Hand abwaschen.« Einige Minuten später stand Nellie mit Percy vor der Spüle und wusch Geschirr ab. Er half ihr tatsächlich. Die gemeinsame banale Tätigkeit schien sie miteinander zu verbinden, denn sie vertrugen sich hervorragend. Sie unterhielten sich und scherzten miteinander, als hätte niemals eine Spannung zwischen ihnen bestanden. »Hoffentlich kriegt Max das auch wirklich wieder hin. Jeden Tag möchte ich das nicht machen.« Percy wechselte das Wasser. »Du kennst Max eben nicht. Wenn er sagt, dass die Maschine vor dem Abendessen wieder läuft, dann funktioniert sie auch zu diesem Zeitpunkt.« Percy nickte hoffnungsvoll. Gleich darauf klingelte das Telefon. Nellie sprang auf und hob ab. »Hotel Lake, seid in?« »Ach, du bist es, Marilyn.« »Hallo.« »Ach so.« »Ja.« »Nun, ich würde sagen, du wartest ab, bis du ganz genau weißt, wer alles kommt. Dann können wir mit dem Essen und den Getränken besser planen. Ruf mich an, wenn du weißt, wie viele Leute kommen.« Nellie hängte ein und streckte ihren verspannten Rücken. Schon stand Percy hinter ihr und massierte ihr den Nacken und die Schultern. »Ich könnte mir vorstellen, dass Hochzeitsfeiern im Hotel einen guten Profit abwerfen.« Nellie verspannte sich sofort wieder. »Ja, im Allgemeinen schon, also manchmal.« Sie lief in der Küche auf und ab. »Das ist nämlich so. Gelegentlich richten wir Hochzeitsfeiern oder andere Gesellschaften kostenlos aus. Natürlich berechnen wir das Essen und die Getränke, aber nicht die Benutzung des Gesellschaftszimmers.« »Und warum nicht?« Einige Sekunden lang war es absolut still. »In diesem Fall tun wir es, weil Marilyn die Cousine von Liz ist. Sie ist eine unserer Kellnerinnen. Wir beschlossen, wie es bei uns hin und wieder üblich ist, Marilyn als Hochzeitsgeschenk eine Feier auszurichten.« Percy machte ein ernstes Gesicht. »Wir?« »Das Personal. Das kommt ihm ja aber höchstens ein paar Mal vor. Ich kann das auch vom kaufmännischen Standpunkt her vertreten, denn es ist eine gute Reklame für unser Haus. Vielleicht könnte man den Aufwand sogar von der Steuer absetzen. Frag mal deinen Steuerberater.« Gereizt wanderte sie unruhig auf und ab. Percy blieb regungslos stehen. »Ich glaube, Nellie, ich muss dich daran erinnern, dass deine Richtlinien nicht unumstößlich sind. Ich glaube, dass wir zwei uns einmal ausführlich über Sinn und Unsinn von Reklame unterhalten sollten.« Nellie nickte. »Von mir aus? Aber jetzt habe ich keine Zeit. Mein Blumenhändler kann mir keine Narzissen liefern. Ich muss zu Betty Jackson und sie beschwatzen, in ihrem Garten zu wildern. Zu blöd. Eigentlich geht mir das gegen den Strich, denn es ist schon schlimm genug, sie um ihr Gelee anbetteln zu müssen. Jetzt muss ich sie auch noch um Blumen anfliehen. Aber etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Sie hat den größten Blumengarten im ganzen Ort.« »Ich fahre dich hin«, erbot sich Percy. Er nahm ihren Arm und ging mit ihr zur Tür. »Danke, aber es ist wirklich nicht nötig. Du brauchst dir keine Umstände zu machen.« Die körperliche Berührung erinnerte sie daran, dass es ihr in seiner Nähe immer schwer fiel, einen klaren Kopf zu behalten. Aber er bestand weiter darauf, sie zu Betty zu fahren. Und so gab Nellie schließlich nach. Sie gingen nach draußen und stiegen in Percy's Mercedes. »Du kümmerst dich wirklich um alles selbst. Eine Gehaltserhöhung wäre durchaus vertretbar.« Percy grinste. »Wenn ich eine Gehaltserhöhung will, dann frage ich danach.« Jetzt war Nellie wieder ganz kühl. »Musste er den Boss so heraushängen lassen?« Nellie schloss die Augen und kraute an ihrer Unterlippe. Bis jetzt war der Tag so harmonisch verlaufen. Umso mehr störte sie seine Bemerkung mit der Gehaltserhöhung. Sie konnte ihren Gedanken nicht weiter nachhängen, denn sie erreichten Miss Jacksons Haus. Percy nahm Nellies Arm und zusammen gingen sie durch das Gartentor. Nellie vermutete, dass der metallblaue Mercedes und Percy's Hemd aus reiner Seide genügten, um Miss Jackson für die nächsten sechs Monate mit Stoff für Klatsch zu versorgen. Nellies Finger lag noch auf der Klingel, als die Tür auch schon geöffnet wurde. »Guten Tag, Miss Jackson. Das ist Mr. Reynolds, der Besitzer des Hotels Lakeside. Percy, das ist Miss Jackson.« Während Nellie redete, riss Betty sich die Schürze von der Taille und die Metallklipse aus dem Haar. »Miss Jackson, es freut mich, Sie kennenzulernen.« Percy ergriff Bettys linke Hand, da sie mit der rechten Schürze und Klipsung hinter dem Rücken versteckte. »Ich habe schon so viel Gutes über Sie gehört, dass es mir vorkommt, als seien wir alte Bekannte.« Betty errötete wie ein Teenager und war vermutlich zum ersten Mal in ihrem 60-jährigen Leben sprachlos. »Ich wollte fragen, ob ich ein paar Blumen bekommen könnte.« Nellie wunderte sich über Bettys offenkundige Verwirrung. Doch Betty antwortete gar nicht und schob Percy ins Wohnzimmer, um dann schnell die Tür hinter ihm zu schließen. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ihn mitbringst?«, fragend sah sie Nellie an. »Macht ja nichts. Jetzt ist er jedenfalls hier. Ich brenne darauf, mich mit ihm zu unterhalten. Lauf schnell in den Garten und schneid schon mal die Blumen.« Sie drückte ihr eine Kartenschere in die Hand. »Nimm dir so viel, du willst.« Sie scheuchte Nellie buchstäblich aus der Küche. »Du brauchst dich nicht zu beeilen.« Ungefähr zwanzig Minuten später betrat Nellie wieder die Küche und hörte Betty ausgelassen kichern. Vorsichtig legte sie den riesigen Strauß aus Narzissen und frühen Tulpen auf den Tisch ab und ging ins Wohnzimmer. Percy und Betty saßen einträchtig nebeneinander auf dem Sofa und tranken Tee. »Ach, Percy, Sie erzählen mir ja Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen glauben soll.« Verdutzt verfolgte Nellie das Geschehen. Sie war davon überzeugt, dass Betty Jackson seit dreißig Jahren nicht mehr so heftig geflirtet hatte. Und kopfschüttelnd bemerkte sie, dass Percy ebenso hemmungslos auf Bettys Annäherungsversuche einging. Nellie räusperte sich und trat an den Tisch. »Miss Jackson, Ihr Garten ist wirklich ein Gedicht.« »Oh, danke, Nellie. Aber er macht mir auch viel Arbeit. Hast du alles gefunden, was du wolltest?« »Ja. Und noch einmal vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich ohne sie getan hätte.« »Wunderschön«, seufzend erhob Betty sich vom Sofa. »Ich hole dir einen großen Karton für die Blumen.« Anschließend rang sie Percy das Versprechen ab, sie bald wieder zu besuchen. Eine Viertelstunde später saß Nellie neben ihm im Mercedes. Auf dem Rücksitz standen zwei Kartons. In dem einen befanden sich die Blumen, im anderen ein halbes Dutzend Gläser mit Gelee, die Betty Percy geschenkt hatte. »Nellie«, musste lächeln. »Noch zehn Minuten länger, und Betty wäre vor Entzücken ohnmächtig in deine Arme gesunken.« »Ich kann doch nichts dafür, dass ich so unwiderstehlich bin.« »Angeber!« »Du hast dieser Frau völlig den Kopf verdreht. Ein Wort von dir, und sie hätte ihren preisgekrönten Rosenbusch aus dem Boden gerissen und ihn vor unserer Eingangstür wieder eingepflanzt.« Er drehte sich zu ihr um und senkte, immer noch lächelnd, seinen Mund auf ihre Lippen. Nellie sträubte sich nur halbherzig dagegen. Doch als seine Küsse immer leidenschaftlicher wurden, bekam sie Angst und wehrte sich gegen ihn. »Percy, lass mich los!« Sie atmete hastig und drang der Fassung. »Percy, ich finde, es wird Zeit, dass wir eine Grenze ziehen.« »Zwischen Mann und Frau gibt es keine Grenzen, und wenn es welche gäbe, würde ich mich nicht daran halten.« Es klang so arrogant, dass es Nellie einen Moment lang die Sprache verschlug. »Ich lasse dir jetzt deinen Willen, weil es etwas kompliziert ist, dich bei hellem Tageslicht auf dem Vordersitz meines Wagens zu lieben. Aber irgendwann werden die Umstände bestimmt günstiger sein.« Nellie kniff die Augen zusammen und fand die Sprache wieder. »Glaubst du etwa im Ernst, dass du dich mir aufdringen kannst?« »Wenn es soweit ist, Nellie, dann werde ich dich nicht mehr zu drängen brauchen, worauf du lange warten kannst.« Sie stieg aus. »Wir zwei werden uns nie einig werden.« Deftig schlug sie die Tür zu. Nellie stand auf dem weitläufigen Rasen und genoss die warme Frühlingssonne. Sie hatte beschlossen, Percy Reynolds möglichst aus dem Weg zu gehen und sich auf ihre tausend kleinen Pflichten zu konzentrieren. Leider war das nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt hatte. Täglich mussten sie über irgendwelche geschäftlichen Dinge miteinander verhandeln. Im Augenblick ging es im Hotel sehr ruhig zu. Doch Nellie wusste, dass in drei Wochen, wenn die Saison begann, der eigentliche Betrieb erst richtig anfing. Liebevoll betrachtete sie das Haus. Die Ziegel hoben sich hell von den hohen Fichten ab, und die Fenster blitzten in der Sonne. Auf der rückwärtigen Veranda saßen zwei Gäste und spielten Karten. Nellie hörte, wie sie sich miteinander unterhielten, ohne jedoch ein Wort verstehen zu können. Bald wäre es mit dem Frieden und der Beschaulichkeit vorbei. Dann würden sich auf dem Rasen wieder Kinder balgen und die Motorboote auf dem See, die jetzt so angenehme Stille, stören. Doch selbst im Trubel der Hochsaison wirkte das Lakeside immer noch wie eine Oase der Ruhe und des Friedens. Alles war auf Entspannung und Erholung abgestimmt. Der weiche Rasen lud zum Barfußgehen ein, und im Winter konnte man dort herrlich Schlitten fahren und Schneemänner bauen. Eleganz mochte viele Leute anziehen, aber das Familienhotel besaß noch einen altmodischen Charme, der unter gar keinen Umständen zerstört werden durfte. Und wehe, wenn Percy Reynolds es wagen sollte, etwas daran zu ändern. Böse ging sie zum Haus zurück. Ach, mit diesem Gesicht vergraulst du noch die Gäste. Erschrocken hob Nellie den Kopf, als Percy ihr den Weg durch die Tür versperrte. Für das Geschäft ist das bestimmt günstig, wenn ich dich für eine Weile unter meine Fittiche nehme. Er kam auf sie zu, nahm ihre Hand und zog sie mit sich über den Rasen. Ich werde dich jetzt entführen, irgendwo hin, wo wir ein leckeres Picknick genießen können. Percy zeigte ihr den Korb, den er in der anderen Hand hielt. Ich will mir dir den See anschauen. Deshalb brauchst du mich nicht mitzuschleppen. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Das ist diese große Wasserfläche, weißt du? Du brauchst nur ein Stück geradeaus zu gehen, und dann bist du da. Nellie. Er blieb stehen und sah sie an. Seit zwei Tagen meidest du mich. Ich gebe zu, unsere Ansichten über das Hotel gehen ein bisschen auseinander, aber ich verspreche dir, keine größeren Änderungen vorzunehmen, ohne dich nicht vorher darüber zu informieren. Es klang unpersönlich und geschäftsmäßig, doch er hielt sie immer noch fest. Ich weiß deine Loyalität und Opferbereitschaft im Hotel und dem Personal gegenüber zu schätzen. Dann zog er sie einfach mit sich auf einen kleinen Pfad, der durch den Wald führte, in dem der Frühling erst zögernd seinen Einzug hielt. Hin und wieder lugten aus dem halbvermoderten Laub Schneeglöckchen hervor. Eichhörnchen kletterten flink die Baustämme hinauf, und Vögel trugen Material für den Nestbau zusammen. Der Pfad führte Nellie und Percy an das grasbewachsene Seeufer. Kein Windhauch regte sich. Das Wasser war eine spiegelglatte Fläche. Am gegenüberliegenden Ufer erhob sich eine wellige Bergkette. Die Stille wurde nur gelegentlich durch den Ruf eines Vogels unterbrochen. »Schwimmst du hier manchmal?« »Seit meinem zweiten Lebensjahr.« Nellie bemühte sich um einen leichten Ton. »Wirklich?« Er drehte sich zu ihr um. »Stimmt. Du stammst ja aus dieser Gegend, nicht wahr? Ich habe fast mein ganzes Leben lang in Lakeside gewohnt.« Sie nahm ihm den Korb ab, hockte sich auf den Boden und breitete das ordentlich zusammengefaltete Tuch aus. Als ich 19 war, zogen meine Eltern nach New York. Und ungefähr ein Jahr lang blieb ich bei ihnen. Aber dann hielt ich es nicht mehr aus. Mitten im Semester ging ich dort vom College ab und trug mich hier neu ein. »Wie findest du New York?« Percy setzte sich neben sie ins Glas und krempelte sich die Ärmel seines weißen Hemdes auf. Bewundernd blickte Nellie auf die muskulösen, gebräunten Arme. »Und ich finde New York laut.« »Und verwirrend.« »Und ich lasse mich nicht gern verwirren.« »Nein?« Er lachte sie an. Mit einer raschen Bewegung zog er ihre Haarschleife auf. »Jetzt siehst du aus wie meine kleine Nichte.« Nellie griff nach der Schleife, doch er warf kurzerhand das Band fort. »Du bist unverschämt!« Zornig funkelte sie ihn an. »Das stimmt!« Percy zog eine Weinflasche aus dem Korb und entkorkte sie mit der Geschicklichkeit deines gelernten Kellners. »Sag mal, wie kamst du eigentlich dazu, Managerin des Lakeside zu werden?« Die Frage überraschte sie. Sie sah zu, wie er den besten Weißwein, den das Hotel zu bieten hatte, in Pappbecher goss. Dann antwortete sie. »Es hat sich so ergeben.« Sie nahm ihm den Becher aus der Hand, den er ihr entgegenhielt, und merkte ihm an, dass er sich mit dieser wagen Antwort nicht zufrieden gab. Als ich noch zur Schule ging, half ich in den Sommermonaten im Lakeside aus. Ich verrichtete alle möglichen Arbeiten, die in einem solchen Betrieb eben anfallen. Und als ich vom College abging, war ich schon so etwas wie die Assistentin des damaligen Managers. Und als Mr. Blakely dann in den Ruhestand ging, empfahl er mich weiter, und ich übernahm seine Stelle. Sie hob die Schultern und biss in eine Käsestange. Nelly brach sich ein Stück Brot ab und hielt es Percy hin, um eine Käsescheibe zu erwischen. »Verbringst du viel Zeit in deinen übrigen Hotels?« Sie wollte dem Gespräch eine andere Wendung geben. »Das kommt ganz darauf an.« »Worauf?« Sie bemühte sich, ihm fest in die Augen zu sehen und seinem nachdenklichen Blick nicht auszuweichen. »Und ich sorge dafür, dass meine Manager sehr fähige Leute sind, mit dem Erfolg, dass in den Hotels eigentlich immer alles reibungslos läuft.« Er lächelte. »Und sollte ein besonderes Problem auftauchen, dann kümmere ich mich selbst darum. Wenn ich ein Hotel neu dazugekauft habe, mache ich mir erstmal ein Bild von dem Betrieb und entscheide dann später, ob irgendein Wechsel oder eine Veränderung angebracht wäre. Dann kommst du sicher viel herum.« Die neue Richtung des Gesprächs war Nelly bedeutend sympathischer. Sie entspannte sich. »Ja, haut ab.« »Weißt du, dass dein Haar mich an Weizenfelder erinnert, die ich mal in Kansas gesehen habe?« Er hob die Hand und griff spielerisch nach einer Strähne. Nelly schluckte überrascht. »Und deine Augen sind grauer als der Londoner Nebel.« Nelly befeuchtete ihre sprühen Lippen. »Wenn du jetzt nicht isst, wird dein Hähnchen kalt.« Sie deutete auf die leckeren Sachen. Er schmunzelte über ihren Versuch, ihn abzulenken, spielte jedoch immer noch mit ihrem Haar. »Hähnchen kann man auch kalt essen.« Mit der anderen Hand schenkte er sich Weißwein nach. »Ach, übrigens, da war ein Anruf für dich.« Nelly zwang sich ruhig zu bleiben und trank einen Schluck Wein. »War es etwas Wichtiges?« »Hm«, Percy blickte sie durchdringend an. »Es war ein gewisser Howard Beale.« »Du sollst zurückrufen.« Er sagte, »du hättest seine Nummer.« »Ach so«, Nelly kräuselte die Stirn und dachte daran, dass wieder einmal die Zeit für ihr Pflichtrunde, womit Betty Jacksons Neffen gekommen war. Unbewusst seufzte sie auf. »Du liebe Zeit, du strömst ja vor Begeisterung über.« Percy's trockener Kommentar zauberte ein Lächeln auf ihre Lippen. »Ach ja, das ist nur ein Bekannter.« Über Nelly und Percy spannte sich ein Postkartenblauer Himmel. Nicht ein einziges Wölkchen war zu sehen. Nelly legte sich auf den Rücken, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und genoss den Anblick. Das Gras war weich und duftete nach Frühling. Die dunklen Zweige der Ahornbäume schimmerten in einem grünen Hauch. Das junge Laub begann zu sprießen. Wenn Schnee gefallen ist, herrscht hier absolute Stille. Alles ist dann weiß. Der Schnee liegt dick auf den Bäumen und der See glänzt wie ein Spiegel. Das Eis ist so klar, dass man bis auf den Grund sehen kann. Man vergisst, dass es noch andere Orte auf der Welt gibt. Und dass es irgendwann wieder Frühling wird. »Läufst du Ski, Percy?« Sie rollte sich auf den Bauch und stützte das Kinn in die Hände. Sie lächelte Percy zu. »Ja, ich hab's jedenfalls versucht.« Forschend betrachtete er ihr Gesicht, das von der Sonne und dem Wein gerötet war. »Hier gibt es herrliches Gelände zum Skilaufen. Abends kommen viele Skiläufer zum Essen zu uns.« Nelly pflückte einen Grashalm und drehte ihn zwischen den Fingern. Percy legte sich neben sie auf den Rücken. »Gibt's auch Glühwein?« Nelly lachte. »Selbstverständlich. Man kann auch einen steifen Grog bekommen oder heißen Kakao mit einem Schuss Rum. Schade, dass ich die Skisaison verpasst habe. Dafür bist du gerade zur Erdbeerzeit gekommen. Und Fisch gibt es das ganze Jahr über. Wenn du willst, kannst du dir dein Abendessen selbst angeln. Ich bin mehr für aktivere Sportarten.« Percy begann, ihren Arm zu streicheln. Nelly bemühte sich, das angenehme Gefühl nicht zu beachten, das diese Berührung in ihr auslöste. »Tja,« nachdenklich zog sie die Stirn kraus, »ungefähr 25 Kilometer von hier entfernt gibt es einen fabelhaften Reitstall und dem Yachthafen kann man Boote mieten.« »So etwas habe ich nicht gemeint. Hast du keine besseren Vorschläge?« Er schlang den Arm um sie und zog sie auf seine Brust. »Man kann auch wandern,« Nellys Stimme klang belegt. »Wandern,« wiederholte Percy. Mit einer schnellen Bewegung rollte er sich und Nelly herum, sodass sie unter ihm lag. »Ja, der Sport wird immer beliebter.« Krampfhaft bemühte sie sich, einen klaren Kopf zu behalten. »Und im See kann man natürlich schwimmen.« »Hm«, zärtlich strich er mit dem Finger wie ihrer Wange. »Ganz in der Nähe gibt's auch Campingplätze. Wirklich sehr zu empfehlen.« »Und wie ist es mit dem Jagen?« Percy's Lippen wanderten zu ihren Mundwinkeln. »Ach so, ja sicher. Was hast du gefragt?« Nelly seufzte auf und schloss die Augen. »Ich wollte wissen, ob man hier jagen kann.« Er küsste ihre Augenlieder. Seine Hand glitt unter ihren Pullover und streichelte sanft ihre Taille. »Weiter im Norden in den Bergen gibt es Luchse.« »Oh, fantastisch!« Mit den Lippen streifte er leicht über ihren Mund, während sich seine Finger zu ihrem Busen empor tasteten. »Der Fremdenverkehrsverein wäre stolz auf dich.« Nelly zitterte, als er mit dem Daumen ihre Brust umkreiste. »Percy!« Sie bekam kaum noch Luft. »Küss mich!« Er bedeckte ihren Hals mit Küssen, und es kam Nelly wie eine Ewigkeit vor, bis sich sein Mund endlich auf ihren legte. Nelly fühlte ein unbekanntes Verlangen in sich aufsteigen. Sie zog Percy enger an sich, bis er nicht mehr mit ihren Lippen spielte, sondern sein Kuss leidenschaftlicher wurde. Voller Hingabe erwiderte sie seine Zärtlichkeiten, fortgerissen von Empfindungen, die ihr völlig fremd waren. Schließlich wurden Percy's Hände dreister, die Liebkosungen fordern da. Blitzartig kam es Nelly zu Bewusstsein, dass sie beide sich sehr schnell an den Punkt näherten, an dem es kein Zurück mehr gab. Die Stärke ihrer Gefühle erschreckte sie, und unwillkürlich versteifte sie sich. Percy spürte ihren Widerstand und hob den Kopf. Sein unregelmäßiger, warmer Atem streifte ihre Wange. »Bitte, lass mich los!« Nelly hasste sich selbst dafür, dass ihr Tonfall nicht sehr überzeugend klang. »Warum denn?« Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck unverhüllten Begehrens. Nelly wusste, wenn er sie jetzt nehmen würde, könnte sie weder die Kraft noch den Willen aufbringen, sich ihm zu widersetzen. »Bitte, Percy!« Lange sah Percy sie an. Dann richtete er sich auf. »Ich werde ihm etwas mehr Geduld aufbringen müssen.« Als er Nellys verständnislosen Blick auffing, setzte er lächelnd hinzu. »Ich sagte dir doch schon, dass ich immer bekomme, was ich will, Nelly.« »An den Gedanken solltest du dich gewöhnen.« »Empört sprang Nelly auf.« »Ich denke nicht daran, deine neueste Errungenschaft zu werden.« Percy ergriff den Picknickkorb, stand auf und packte Nellys Arm. »Wir zwei sind noch lange nicht miteinander fertig. Im Augenblick will ich mich aber nicht mit dir streiten, Nelly.« Gerade wollte Nelly etwas erwidern, als er sie warnte. »Wenn du nicht still bist, dann nehme ich mir vielleicht doch noch hier und jetzt, was du mir vorhin so bereitwillig angeboten hast.« »Du eingebildeter, arroganter Kerl!« Nelly war außer sich. »Das genügt, Nelly!« Er legte die Decke in den Korb. »Sag lieber nichts, was du später bereuen könntest.« Mit festem Griff zog er Nelly mit sich zum Hotel zurück. Beim Lakeside wünschte Nelly sich nichts sehnlicher, als sich aus Perseys Armen zu befreien und sich in einen dunklen Winkel zu vergriechen. Leider wusste sie nur zu gut, dass sie es Percy sehr leicht gemacht hatte. Viel schlimmer noch, sie hatte sogar die Initiative ergriffen. Das verstand sie selbst nicht. Noch nie zuvor hatte sie Mühe gehabt, den romantischen Anwandlungen eines jungen Mannes zu widerstehen, oder hat es überhaupt so weit kommen lassen. Doch wenn Percy sie berührte, setzte offensichtlich ihr Verstand aus. Nelly wandte sich wieder an Percy, als sie das Haus durch einen Seitengang betraten. »Ich bringe den Korb in die Küche, und dann muss ich noch arbeiten.« Nellys Vorsatz, sich einen würdevollen Abgang zu verschaffen, erstarb im Keim, als sie die allgemeine Aufregung in der Eingangshalle bemerkte. Neugier besiegte ihren Stolz. Am Empfang stand eine großgewachsene, schlanke, dunkelhaarige Frau, umgeben von einer Anzahl grellrosa Gepäckstücken. Sie trug ein totschickes, blaues Kostüm aus Roseide. Der Duft eines exotischen Parfums wehte Nelly entgegen. »Wenn Sie sich jetzt bitte um mein Gepäck kümmern, Schätzchen, und Mr. Reynolds Bescheid sagen würden, dass ich angekommen bin, wäre ich Ihnen sehr dankbar.« Diese Wünsche richtete sie mit rauchiger Stimme an Eddie, der den Mund aufsperrte und aussah, als könnte er nicht bis da erzählen. »Hallo, Eliza! Was tust du denn hier?« Die rassige Brünette drehte sich um. Nelly bemerkte, dass ihre Augen ebenso intensiv blau waren wie das Seitenkostüm. »Percy!« Eliza schwebte auf hohen Absätzen durch die Halle und fiel ihm um den Hals. »Ich komme gerade aus Chicago. Du hast es doch sicher gern, dass ich mir diesen kleinen Betrieb hier einmal anschaue und dir ein paar Vorschläge mache.« Percy befeilte sich aus Elizas Umarmung und lächelte zurückhaltend. »Wie umsichtig, Nelly! Das ist Eliza Trainer. Eliza ist für die Innenausstattung meiner Hotels verantwortlich. Eliza, das ist Miss Clark, die Managerin des Lakeside.« »Wie interessant!« Eliza nahm Nellys Jeans und den Pullover zur Kenntnis und strich sich liebevoll über ihre perfekte Frisur. »Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier für mich sehr viel zu tun.« Hochnäsig musterte Eliza die handgeknüpften Teppiche und die altmodischen Lampenschirme. »Bis jetzt hat sich noch kein Gast über die Einrichtung unseres Hauses beschwert.« Nelly war schon wieder wütend. »Naja«, Eliza lächelte herablassen, »aber finden Sie nicht auch, dass hier alles ein bisschen bieder und muffig wirkt? Herr und Frau Meier schätzen das vielleicht, aber Leute mit etwas Niveau legen Wert auf eine schicke Einrichtung. »Percy, wenn du vorhast, diesen Raum zu vergrößern, sag es mir. Ich habe da schon verschiedene Ideen. Als Grundfarbe würde ich rot nehmen. Rot ist immer ein Blickfang. Rote Samtvorhänge und einen roten Teppich stelle ich mir sehr dekorativ vor.« Aus Nellys Augen schossen Blitze. »Wissen Sie was? Nehmen Sie Ihre roten Samtvorhänge und stecken Sie sie sich an den Hut.« »Ich glaube, wir verschieben diese Diskussion auf später.« Percy trat zwischen die beiden Frauen. »Ich nehme an, Sie wollen jetzt Ihre Zimmer sehen.« Nelly biss die Zähne zusammen. »Allerdings!« Mit flatternden Wimpern hatte Eliza Nellys Wutausbruch zur Kenntnis genommen. »Komm mit auf einen Drink, Percy. Hier gibt es doch hoffentlich einen Zimmerservice.« »Selbstverständlich. Schicken Sie zwei Martini in Miss Trainers Zimmer.« Er wandte sich zu Eddie. »Welche Nummer hast du, Eliza?« »Bis jetzt habe ich überhaupt noch kein Zimmer.« Eliza blickte Eddie schmelzend an, der wie betäubt dastand. »Wir haben nämlich einige Verständigungsschwierigkeiten.« »Gib Miss Trainer den Schlüssel von 314, Eddie, und bring ihr Gepäck nach oben.« Nellys militärischer Befehl riss Eddie aus seinen Träumen, und er gehorchte beflissen. »Ich hoffe, das Zimmer genügt ihren Ansprüchen.« Sie lächelte gekünstelt und wandte sich ihrem neuen, unwillkommenen Gast zu. »Wenn Sie irgendetwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Ich sorge dafür, dass Sie Ihre Drinks bekommen.« Percy hielt einen Moment lang ihren Arm fest. »Wir zwei sprechen uns später.« Dann ließ er sie los, und sie spürte, wie das Blut langsam wieder pulsierte. »Ich stehe Ihnen jederzeit zu einem Gespräch zur Verfügung, Mr. Reynolds. Herzlich willkommen im Hotel Lakeside, Miss Trainer. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.« Und bevor sie der Versuchung nachgab, dieser Miss Trainer die Augen auszukratzen, rannte sie weg. Für Nellie war es kein Kunststück, Percy aus dem Weg zu gehen, da er sich den Rest des Tages bei Eliza aufhielt. Nellie glaubte schon, die beiden würden das Zimmer 314 nie mehr verlassen. Um ihr Selbstvertrauen wiederzugewinnen, rief sie Howard an. Sie verabredeten sich für den kommenden Abend. Howard würde sich nie mit so einer aufgetakelten Person einschließen und literweise Martini trinken, dachte Nellie aufgewacht. Aber der Gedanke an Howards soliden Lebenswandel tröstete sie nicht. Zum Dinner zog Nellie ein schwarzes, raffiniert, schlichtes Kleid an. Der weiche Stoff schmiegte sich beinahe zärtlich an ihren sanft gerundeten Körper. Das Kleid war hochgeschlossen. Doch gerade der strenge, klassisch einfache Schnitt betonte ihren kleinen, festen Busen und ihren langen, schlanken Hals. Die zierlichen Knöpfe wirkten wie Perlen. Nellie ließ das Haar offen und es fiel wie eine duftige Wolke über ihre Schultern. Ehe sie ihr Zimmer verließ, um in den Speisesaal hinunterzugehen, tupfte sie sich noch etwas Parfum hinter die Ohrläppchen. Percy und Eliza saßen an einem Ecktisch und Kerzenschein verbreitete eine intime, anheimelnde Atmosphäre. Als Nellie die beiden sah, furchte sie unwillkürlich die Stirn. Percy und Eliza waren zweifellos ein gutaussehendes Paar. Wie füreinander geschaffen, dachte sie grimmig. Eliza trug ein weinrotes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt, der ihren üppigen Busen betonte. Perseys dunkler Anzug saß wie angegossen und unterstrich seine breiten Schultern. Nellie stockte der Atem, als sie sich ungewollt an die harten Muskeln seiner Arme erinnerte. Percy musterte Nellie eingehend. Sie merkte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Doch ohne mit der Wimper zu zucken, hielt sie seinem Blick stand. Dann hob Percy eine Braue und winkte sie an den Tisch. Entrüstet über diese Unverschämtheit, machte Nellie einen Umweg und blieb fast an jedem Tisch stehen, um einige Worte mit den Gästen zu wechseln. Guten Abend. Teilnahmslos, aber höflich begrüßte sie Percy und seine Tischnachbarin. Ich hoffe, es schmeckt ihnen. Das Essen ist ausgezeichnet wie immer. Percy stand auf und rückte für Nellie einen Stuhl zurecht. Er kniff leicht die Augen zusammen und blickte sie herausfordernd an. Aber Nellie wollte sich nicht ausgerechnet jetzt auf einen Machtkampf mit ihm einlassen. Sind Sie mit Ihrer Unterkunft zufrieden, Miss Trainer? Nellie setzte sich hin. Es geht, Miss Clark. Doch ich bin entsetzt über die Einrichtung des Zimmers. Du trinkst sicher ein Glas mit uns? Percy winkte Liz, die Kellnerin herbei. Nellie blitzte Percy wütend an und bestellte Bier. Dann widmete sie sich wieder Eliza. Und was genau hat sie so schockiert, Miss Trainer? Also wirklich, Miss Clark? Eliza tat so, als wäre dieser Punkt nicht diskutabel. Die Ausstattung ist auch hoffnungslos provinziell. Sicher, es gibt ein paar hübsche Antiquitäten, aber Percy und ich ziehen ein modernes Design vor. Nellie war erzürnt und etwas eifersüchtig. Ironisch entgegnete sie. Vielleicht könnten Sie mir einem Mädchen vom Land mal erklären, was Sie unter einem modernen Design verstehen. Weiter als bis zu der hiesigen Woolworth-Filiale bin ich nämlich noch nicht vorgedrungen. Liz brachte Nellies Bier und zog sie schleunigst wieder zurück, da sie die Anzeichen des drohenden Sturms erkannte. Eliza achtete nicht auf Nellies Ironie. Zunächst würde ich die gesamte Beleuchtung ändern. Diese gläsernen Lampenschirme mit der Kette, an der man ziehen muss, das sind ja gerade zuvor sinnflutlich. Und dann brauchen die Zimmer einen Teppichboden. Die handgeknüpften Läufer und die verblassten Parserbrücken müssten verschwinden. Und das Bad würde ich von Grund auf erneuern. Seufzend hob Eliza ihr Glas an die Lippen und nippte an dem Champagner-Cocktail. Badezuber mit Füßen gehören ins Museum. Nicht in ein Hotel. Nellie musste sich mit einem Schluck Bier abkühlen, damit ihr Temperament nicht überscharmte. Unsere Gäste finden die Bäder immer ganz entzückend. Kann sein. Eliza betrachtete ihre beringten Finger. Ihre jetzigen Gäste mögen das ja schön finden, aber wenn erst einmal alles modernisiert worden ist, wird hier ein ganz anderes Publikum verkehren. Aus seinem Etui zog sie eine Zigarette und ließ sie sich von Percy anzünden. Hast du auch etwas gegen Badewannen mit Füßen und Lampen mit Ziehketten einzuwenden? Nellie wandte sich an Percy. Ihre Augen gaben Sturmwarnung. Sie passen zum gegenwärtigen Stil der Einrichtung. Er antwortete genauso artikuliert, doch er blickte sie kühl an. Vielleicht kann ich auch ein paar Ideen beisteuern, Miss Trainer, falls Sie hier Änderungen vornehmen. Nellie setzte das Glas ab und Percy zündete sich eine Zigarette an. Ich finde, Spiegel geben den Räumen gleich eine andere Atmosphäre, besonders wenn man sie an der Decke anbringt. Ein Hauf von Dekadenz spricht die meisten Leute an. Die Möbel müssten ganz aus Chrom und Plexiglas bestehen. Das ist ja heutzutage gefragt. Auf Farben sollte man völlig verzichten und alles in Weiß halten. Hier und da vielleicht einige rote Tupfer als Blickfang. Ach ja, und die Zimmer bekommen große, runde Betten mit Felldecken. Magst du Felldecken, Percy? Ich kann mich nicht erinnern, dich in Fragen der Innendekoration um Rat gebieten zu haben, Nellie. Percy zog lässig an seiner Zigarette. Der Rauch entschwebte in dünnen Schwaden zu den Holzbalken der Decke. Ich fürchte, Miss Clark, Elisa sah Nellie herablassend an, dass ihr Geschmack etwas vulgär ist. Meinen Sie wirklich? Nellie tat, als wäre sie überrascht. Das liegt vielleicht daran, dass ich zu lange auf dem Land gelebt habe. Verlass dich ganz auf mich, Percy. Was ich plane, wird dir bestimmt gefallen. Elisa tätschelte vertraulich seinen Arm. Aber du solltest mir etwas länger Zeit lassen als sonst, weil so außergewöhnlich viel geändert werden muss. Nur keine Eile, Nellie stand auf. Aber lassen Sie ja die Finger von meinen Bade zubern. Ihr Abgang war nicht ganz so würdevoll wie gedacht, weil sie beinahe mit Liz zusammengeprallt wäre, die diskret gelauscht hatte. Nellie kam nicht dazu, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen, um doch die erhitztes Gemüt wieder abzukühlen, denn sie musste sich um viele kleine, aber nervenaufreibende Einzelheiten kümmern. Erst nach zehn Uhr konnte sie aufatmend die Tür hinter sich schließen. Provinziell! Sie sah sich um und blickte auf einen Tisch, der mindestens achtzig Jahre alt war. Die Person da unten zog wahrscheinlich schwarz-weiß karierte Plastikmöbel vor. Nacheinander betrachtete Nellie liebevoll die antike Aussteuertruhe, das alte Schulmeisterpult und den Ohrensessel, dessen grüner Bezug bereits an einigen Stellen zerschlissen war. Jedes Zimmer des Hauses hatte eine besondere persönliche Note. Nellie schloss die Augen und stellte sich den Raum vor, den Eliza bezogen hat. Nellie liebte die zartgeblümte Biedermeier-Tapete, den glänzend gebohnerten Dielenfußboden und den gepolsterten Fenstersitz im Erker. Das Prunkstück war jedoch eine altmodische hohe Walnusskommode mit tropfenförmigen Messinggriffen. Jeder Gast dieses Zimmers war davon bezaubert. Erschrocken drehte Nellie sich um, als plötzlich die Tür aufging und Percy ins Zimmer trat. Erstaunt beobachtete sie, dass er die Tür absperrte und den Schlüssel wütend in seine Jackentasche steckte. »Nur weil du der Besitzer bist, hast du noch lange kein Recht, ohne triftigen Grund den Zweitschlüssel zu benutzen.« »Mir scheint, ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.« Persys Stimme war gefährlich ruhig. »Bis auf Weiteres ließ ich dir bei der Führung dieses Betriebes freie Hand, denn ich hatte nicht die Absicht und habe sie auch jetzt noch nicht, die tägliche Routine zu stören.« Aber er trat einen Schritt näher und Nellie rückte von ihm ab, bis sie an die Kante des Tisches stieß. »Ich lasse mir das Heft nicht ganz aus der Hand nehmen. Sämtliche wichtigen Entscheidungen treffe ich allein.« »Du bist der geborene Tyrann.« »Das hier ist keine Plauderei. Deine Meinung über meinen Charakter interessiert mich nicht. Ich verbitte mir, dass du über meinen Kopf hinweg irgendwelche Befehle erteilst. Elisa ist meine Angestellte. Ich bestimme, was sie zu tun hat und wann sie es tun soll. »Du wirst doch wohl nicht zulassen, dass sie all diese schönen alten Stücke hinauswirft und durch Plastikmöbel ersetzt. Allein in deinem Zimmer stehen zwei Chippendale-Möbel.« Nellie verstummte, als Percy ihren Nacken umfasste. »Welche Anweisungen ich Elisa geben werde, ist allein meine Sache, die dich nicht das Geringste angeht.« Sein Griff wurde fester. »Und du behältst deine Ansichten für dich. Es sei denn, ich frage dich ausdrücklich nach deiner Meinung. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten, sonst könnte es dir noch leid tun. Hast du mich verstanden?« »Vollkommen. Miss Trainers Einfluss hat dich meinen Argumenten gegenüber blind und taub gemacht.« »Und wenn schon, auch das geht dich nichts an.« »Deine private Beziehung zu Miss Trainers ist mir vollkommen gleichgültig.« Sie versuchte, sich loszumachen. »Aber alles, was dieses Hotel betrifft, geht mich sehr viel an. Wenn du mich loswerden willst, musst du mich schon rauswerfen. Reiz mich nicht bis zur Weißglut.« Er ließ die Hand sinken und berührte mit den Fingerspitzen den obersten Knopf ihres Kleides. »Ich habe meine Gründe, dich hier zu behalten. Aber ich lasse mir von dir nicht alles bieten. Ich habe dir zwar versprochen, dich über jede Veränderung zu informieren. Aber wenn du weiterhin so frech zu meinen Angestellten bist, wirst du dich noch wundern.« »Miss Trainers wirkt nicht, als sei sie auf den Mund gefallen.« Nelly wich zurück. »So?« Er lächelte. »Weißt du eigentlich, dass du mich am meisten reizt, wenn du wütend bist?« »Du siehst bezaubernd aus. Das Kleid ist so brav, dass es schon wieder verführerisch wirkt. War es Zufall oder Absicht, dass du es heute Abend angezogen hast?« Wie nebenbei öffnete er einen Knopf nach dem anderen. Sie sträubte sich nicht. »Was meinst du damit?« Nelly wollte sich losreißen, doch ihre Füße versagten den Dienst. »Verlass jetzt bitte mein Zimmer, Percy!« »Du lügst ja!« Seine Hand schob sich in das offene Mieder ihres Kleides. Er streichelte ihre weiche Haut und berührte ihren Busen. »Sag mir noch mal, dass ich gehen soll.« Der Boden schien wie ein Schiffsdeck unter Nelly zu schwanken. »Ich will, dass du jetzt gehst!« Ihre Stimme klang belegt. »Das glaube ich dir nicht, Nelly. Dein Körper spricht eine andere Sprache.« Er massierte leicht ihrem Rücken, ehe er sie eng an sich zog. »Du willst mich genauso, wie ich dich will.« Sein Mund umschloss ihre Lippen. Nelly kapitulierte vor einer Macht, die stärker war als sie, schmiegte sich in Perseys Arme und ließ sich bereitwillig von ihm küssen. Percy hatte ihr Herz erobert. Nelly war zugleich beseeligt und verzweifelt. Dass sie sich in Percy verliebt hatte, war eine Katastrophe. Sie brauchte ihn. Und das machte sie wehrlos und verletzlich. In seinen Armen zu liegen bedeutete für sie höchstes Glück und tiefsten Kummer. Sie hatte sich im Netz ihrer eigenen Wünsche und Sehnsüchte verstrickt. Und jeder versuchte, sich daraus zu befreien, musste scheitern. »Du willst mich?« Seine Lippen wanderten über ihren Hals. »Gib zu, dass du mich willst.« »Sag mir, dass ich hierbleiben soll.« »Ja, ich will dich.« Sie stöhnte auf und lehnte sich an seine Schulter. »Ja, ich will, dass du hierbleibst.« Sie spürte, wie er zurückzuckte und drückte ihr Gesicht tiefer in den Stoff seiner Jacke. Doch er zwang sie, ihn anzusehen. In ihren Augen glitzerte die Begierde und ihr Mund zitterte. Nelly musste sich beherrschen wie noch nie vorher in ihrem Leben. Eine Ewigkeit lang sah er sie unbewegt an. Sie verstanden nicht, warum seine Züge sich verhärteten. Was er anschließend sagte, traf sie wie ein Faustieb. »Ich glaube, wir sind etwas vom Thema abgewichen.« Er trat einen Schritt zurück und vergob die Hände in die Taschen seines Jacketts. »Ich habe mich doch unmissverständlich ausgedrückt, als ich meine Wünsche äußerte.« Verwirrt schüttelte sie den Kopf. In ihren Augen schimmerten Tränen. »Wir unterhalten uns morgen weiter.« Beim Klang seiner Stimme prallte sie zurück. »Ich verlange von dir, dass du Miss Trainer rücksichtsvoll und mit der gebotenen Höflichkeit behandelst. Vergiss nicht, dass sie ein Gast ist und entsprechend respektiert werden muss.« »Selbstverständlich.« Nellie konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. »Ich werde Miss Trainer die Wünsche von den Augen ablesen.« Nellie zog die Nase hoch, wischte sich übers Gesicht und fügte Würde vor ihn zu. »Darauf gebe ich mein Ehrenwort.« »Dein Ehrenwort?« Percy trat einen Schritt auf sie zu. Nellie flüchtete sich ins Bad und verriegelte die Tür hinter sich. »Verschwinde endlich und lass mich in Frieden. Ich habe dir mein Versprechen gegeben und jetzt hast du nichts mehr bei mir zu suchen. Geh zu deiner Miss Innenarchitektin und lass mich in Ruhe. Deine Befehle werde ich aufs I-Tüpfelchen genau ausführen. Aber mach dich jetzt aus dem Staub!« Percy schimpfte und knallte die Tür zu. Wie ein Häufchen Elend ließ Nellie sich auf den gekachelten Boden sinken und weinte herzzerheißen. Nellie stand vor dem Spiegel. Die Morgensonne enthüllte gnadenlos, dass ihre Augenränder vom Weinen immer noch geschwollen waren. Wie konnte sie sich nur so blamieren? Seufzend fuhr sie sich mit allen zehn Fingern durchs Haar, ehe sie sich vom Spiegel abwarnte. »Wie konnte es mir nur passieren, dass ich mich in ihn verliebt habe?« fragte sie sich, während sie die hellgrüne Bluse zuknüpfte. Aber ging die Liebe, war kein Kraut gewachsen. Sie kam angeflogen wie die Masern. Nellie zog einen zur Bluse passenden Rock an und schüttelte verständnislos den Kopf, als sie daran dachte, dass sie Percy am vergangenen Abend gebeten hatte, bei ihr zu bleiben. Was für eine Dummheit von ihr! Sie wusste doch, dass er lediglich eine flüchtige Affäre suchte, und sie errötete vor Scham, als sie sich an seine Abfuhr erinnerte. Warum sollte er auch seine Zeit mit ihr verschwinden, wenn er die rassig-schöne Eliza besaß? Während der nächsten zehn Minuten überhäufte Nellie sich mit den bittersten Selbstvorwürfen. Unnachgiebig und ernst betrachtete sie sich im Spiegel und schlang sich das Haar im Nacken zu einem lockeren Knoten zusammen. Anschließend straffte sie die Schultern und verließ zufrieden ihr Zimmer. Von Eddie erfuhr sie, dass Percy bereits im Büro saß und Eliza noch nicht aufgestanden war. Nellie nahm sich vor, beiden aus dem Weg zu gehen, was sie auch den ganzen Vormittag über gelang. Die Mittagszeit verbrachte Nellie im Aufenthaltsraum, um die Bestände der Bar zu prüfen. Hier war es still. Die Geräusche aus dem Speisesaal drangen nicht herein. Die Ruhe war balsam für Nellies Nerven. »Das ist also der Aufenthaltsraum?« Die rauchige Stimme riss Nellie aus ihrer Versunkenheit. Mit einem Ruck drehte sie sich um, wobei sie zwei Likörflaschen gegeneinander stieß. Eliza schwebte herein. Das blassgelbe, klassisch geschneiderte Kostüm unterstrich ihre atemberaubende Schönheit. Die gepflegten, schlanken Hände hielten einen Schreibblock und einen Bleistift. Eliza betrachtete die weißgedeckten Tische, die briefmarkengroße Tanzfläche und den aus zweiter Hand erworbenen Flügel, prüfend fuhr sie über die Wandtäfelung aus Kiefernholz und trat dann an die mit Eichenholz verkleidete Bar. »Dem Raum fehlt der Pfiff. Danke«, Nellie stellte die beiden Likörflaschen in das Regal zurück. »Geben Sie mir bitte einen süßen Wermut.« Eliza schwang sich anmutig auf einen Barhocker und legte den Schreibblock auf den Tresen. Nellie wollte ihr eigentlich scharf antworten, doch rechtzeitig besann sie sich auf das Versprechen, das sie Percy gegeben hatte. Deshalb schwieg sie und schenkte Eliza den gewünschten Drink ein. »Sie müssen berücksichtigen, Miss Clark, dass ich hier lediglich meine Arbeit tue. Diese Äußerungen dürfen Sie nicht persönlich nehmen.« Nellie versuchte, ihre Abneigung gegen Eliza zu bändigen. »Sie haben natürlich recht, aber alles, was das Lakeside Inn betrifft, geht auch mich etwas an. Für mich ist das Hotel mehr ein Zuhause als ein Arbeitsplatz.« Sie stellte das Glas Wermut vor Eliza hin und zählte weiter die Flaschen. »Ach ja, Percy erklärte mir, dass dieses Haus Ihnen sehr ans Herz gewachsen ist. Er fand das äußerst amüsant.« »Wirklich?« Nellies Hände zitterten. »Percy scheint eine merkwürdige Auffassung von Humor zu haben. Nun, man muss ihn sehr gut kennen, um solche Äußerungen richtig zu deuten.« In dem Spiegel, der sich hinter den Regalbrettern befand, trafen sich ihre Blicke. Eliza lächelte und hob das Glas. »Percy hält sie für eine sehr tüchtige Angestellte. Sie könnten gut mit Leuten umgehen,« meinte er. Eliza lächelte erneut und nahm dann einen Schluck. »Von seinen Untergebenen verlangt Percy sowohl eine erstklassige Leistung als auch Gehorsam. Manchmal greift er auf recht ungewöhnliche Methoden zurück, um seine Leute dazu zu bewegen. Ich dachte mir schon, dass sie in dieser Hinsicht ihre Erfahrungen gesammelt haben.« Langsam drehte Nellie sich um. »Schätzchen, Percy und ich haben nicht nur beruflich miteinander zu tun. Ich verstehe aber, dass er sich manchmal sehr intensiv mit einem geschäftlichen Problem befasst.« »Wie großzügig von ihm!« »Wir mit Percy auskommen will, muss ihm ziemlich viel Spielraum lassen.« Sie fuhr mit dem Finger über den Rand ihres Glases. Und für weibliche Gefühlsausbrüche oder hysterische Szenen hatte er schon gar kein Verständnis. Nellie erinnerte sich an ihren Tränenschwall und daran, wie Percy heftig schimpfend das Zimmer verlassen hatte. »Die erste Warnung kommt immer in freundlicher Verpackung, Miss Clark.« Elizas Stimme klang so scharf, dass Nellie verdutzt zurückprallte. »Überspannen Sie den Bogen nicht. Ich schätze es nämlich nicht, wenn jemand in meinem Revier wildert. Nehmen Sie mein Rat an.« Elizas beugte sich vor und packte schmerzhaft Nellies Arm. »Aber wenn Sie unbelehrbar sind, dann sorge ich dafür, dass Ihr nächster Arbeitsplatz ein Hundezwinger ist. Lassen Sie mich sofort los!« Elizas lange Fingernägel taten ihr weh. »Hauptsache, Sie verstehen, was ich meine.« Eliza strahlte Nellie an, zog ihre Hand zurück und widmete sich wieder ihrem Drink. »Ich glaube, sie sogar sehr gut zu verstehen.« Nellie nahm Eliza das Glas aus der Hand und stellte es ins Spülbecken. »Die Bar ist geschlossen, Miss Trainer.« Dann kehrte sie ihr den Rücken zu und zählte demonstrativ den Flaschenbestand weiter. Sie wünschte, Eliza würde gehen und nie mehr wiederkommen. »Aber, aber, meine Damen!« Nellie erstarrte, als sie im Spiegel sah, dass Percy den Raum betrat. »Kaum zu glauben, dass ihr euch schon zu dieser frühen Stunde an der Bar aufhaltet.« Es war wohl heiter gemeint, doch er sah sehr ernst aus. »Ich bin durchs Haus gegangen und habe mir Notizen gemacht.« Zornig beobachtete Nellie, wie Elizas Hand vertraulich über seinen Rücken strich. »Ich fürchte, das einzig Gute an diesem Gesellschaftszimmer ist die Größe. Es wäre kein Problem hier, die doppelte Anzahl von Tischen aufzustellen. Aber ehe ich konkrete Pläne mache, muss ich wissen, ob du den Raum rustikal eingerichtet haben willst oder modern.« Er sagte etwas Unverständliches und behielt Nellie im Auge, die sich am nächsten Regal zu schaffen machte. »Wenn die Gäste mit dem Mittagessen fertig sind, sehe ich mir mal in aller Ruhe den Speisesaal an. Komm doch mit, Percy. Dann kannst du mir besser erklären, welche Änderungen du dir vorstellst.« Percy wirkte zerstreut. »Ach so, nein, konkrete Vorstellungen habe ich noch gar nicht, aber der Speisesaal ist jetzt leer. Du kannst ja schon mal hingehen und dich umschauen.« Eliza zog die Brauen hoch, doch sie antwortete freundlich, »wie du willst, Percy. Ich kann auch später mit meinen Notizen zu dir ins Büro kommen.« Sie entfernte sich, und die Absätze klapperten leise auf dem Holzfußboden. Der Duft ihres schweren Parfums schwebte im Zimmer. »Ich möchte mit dir reden.« Langsam kam Percy näher. Nelly hob eine Flasche hoch und überprüfte den Inhalt. »Haben wir denn nicht schon alles besprochen?« »Nein.« »Noch lange nicht.« »Rede dich bitte um, Nelly. Ich habe keine Lust, mich mit deinem Rücken zu unterhalten.« »Jawohl, du bist der Boss.« Sie wandte sich um und blickte in seine zornig blitzenden Augen. »Provozierst du mich eigentlich absichtlich, Nelly?« »Oder kannst du nichts dafür?« Sie wechselte das Thema, denn plötzlich kam mir eine Idee. »Was hältst du davon, wenn ich dieses Hotel kaufe?« »Du hängst doch nicht so an diesem Betrieb wie ich.« »Bau dir ein Ferienzentrum weiter im Süden, das du dann ganz nach deinem Belieben einrichten kannst. Wenn du mir etwas Zeit gibst, bringe ich das Geld auf.« »Ach, sei nicht albern!« Sein Vorwurf dämpfte ihre Begeisterung. »Womit willst du denn ein solches Objekt bezahlen?« »Das müsste ich mir noch überlegen.« Hinter dem Tresen wanderte sie auf und ab. »Ich würde es schon irgendwie zusammenkratzen.« »Nein.« Er ging um den Tresen herum und versperrte ihn den Weg. »Ich habe nicht die Absicht, dieses Hotel zu verkaufen. Ich sagte, ich wollte mit dir sprechen. Im Augenblick habe ich keine Lust, über dieses Hotel zu diskutieren.« Da ließ Nelly ein Glas fallen. Schnell bückte sie sich, um die Schaben aufzusammeln, und verletzte sich prompt am Daumen. Stöhnend vor Schmerz und Wut über ihre Ungeschicktheit, richtete sie sich auf. »Lass mich mal sehen!« Percy packte ihr Handgelenk und ließ es auch nicht los, als sie sich wehrte. Er zog den blutenden Daumen kurz an seine Lippen. Dann wickelte er das Taschentuch darum. »Musst du eigentlich immer dein Haar aufstecken?« Mit der freien Hand zog er ihr die Haarnadeln aus dem Knoten und warf sie auf den Boden zu den Scherben. Dann lächelte er sie an. »Wie kommt es bloß, dass du mich ständig bis zur Weißglut reizt? Im Augenblick siehst du so lieb aus wie ein Kätzchen.« Percys Finger strichen über Nellys Haar und blieben dann auf ihrer Schulter liegen. Sie spürte, wie ihre Knie wieder nachgaben. »Warum hast du gestern Abend gewankt, Nelly? Tu das nie wieder!« »Gestern Abend war ich drauf und dran, die Tür zu deinem Badezimmer einzutreten. Deine Tränen bringen mich um den Verstand.« »Normalerweise weine ich auch nicht.« Sie hob das Kinn und befürchtete, im nächsten Moment wieder die Fassung zu verlieren. »Es war deine Schuld.« »Ja, das stimmt. Und es tut mir jetzt leid. Es tut mir sehr leid.« Sie wunderte sich über diese unverhoffte Entschuldigung. Er hauchte einen weichen Kuss auf ihre Lippen. »Schon gut. Wir wollen den Vorfall vergessen.« Sie versuchte, seinen Mund auszuweichen, doch hinter ihr befand sich der Tresen. Anstatt sie in die Arme zu ziehen, fragte Percy, »Wollen wir heute gemeinsam zu Abend essen? Oben in meinem Zimmer, wo wir uns ungestört unterhalten können?« Sie schüttelte den Kopf und dachte an ihr leiser. »Selbst auf die Gefahr hin, deine männliche Eitelkeit zu verletzen, möchte ich dir mitteilen, dass ich heute Abend schon etwas anderes vorhabe. Ich bin nämlich verabredet.« »Verabredet?« Er schob die Hände in die Taschen und wippte auf den Fersen. »Du hast dich nicht verhört. Ich glaube, ich habe ein Recht auf ein bisschen Privatleben. Mein Arbeitsvertrag schreibt mir nicht vor, dass ich dir 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen muss.« Vernichtend fügte sie hinzu. »Ich nehme an, dass Miss Trainer heute Abend bestens für deine Unterhaltung sorgen wird.« »Ganz bestimmt.« Seine Gelassenheit brachte Nellie aus der Ruhe. Und ihr Temperament ging mit ihr durch. Wütend fauchte sie. »Na, dann ist dir alles in Ordnung. Ich wünsche dir einen vergnügten Abend, Percy. Auch ich werde mich köstlich amüsieren. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe zu arbeiten.« Sie wollte an ihm vorbeirauschen, doch er hielt sie fest. »Da wir beide heute Abend anderweitig beschäftigt sind, können wir vielleicht gleich erledigen, was mir auf dem Herzen liegt.« Er küßte sie so leidenschaftlich, dass sie Angst bekam. Anfangs biss sie die Zähne zusammen, doch dann öffneten sich ihre Lippen unter dem Druck seines Mundes. Gerade als ihr innerer Widerstand schmolz, ließ er sie los. »Bist du fertig?« Hoffentlich klang das spöttisch genug. Sie sehnte sich danach, nochmals von ihm geküsst zu werden und war gleichzeitig wütend auf ihre Empfindungen. »Nein, Nellie!« Es klang aufreizend zuversichtlich. »Ich bin noch lange nicht fertig.« Eine freche Antwort lag ihr auf der Zunge, doch er ließ sie gar nicht zu Wort kommen. »Ich rate dir jetzt, den Daumen zu verbinden.« Entzürnt stürzte Nellie aus dem Aufenthaltsraum. Für einen würdevollen Abgang war sie viel zu aufgeregt. Um diese Tageszeit ging es in der Küche immer ruhig zu. Nellie betrat sie unter dem Vorwand, eine Tasse Kaffee zu trinken. »Was hast du denn mit deinem Daumen gemacht?« fragte Elsie, die Köchin beiläufig. Sie war damit beschäftigt, Obst auf Tortenböden zu schichten. »Ach, das ist nur ein Kratzer.« Nellie blickte missbilligend Perseys Taschentuch an und steuerte auf die Kaffeemaschine zu. »Tu dir lieber etwas Jod auf die Wunde.« »Ach, das brennt bloß.« Elsie schüttelte nachdenklich den Kopf und wischte sich die Hände an der Schürze ab, wie sie in dem kleinen Medizinschrank herumstüberte. »Setz dich hin und stell dich nicht so an.« »Ach, das ist doch weiter nichts. Es blutet nicht mal mehr.« Aber Nellie wusste, dass aller Widerstand vergebens war. Hilflos ließ sie sich auf einen Stuhl fallen und sah zu, wie Elsie ein Fläschchen und Verbandzeug holte. »Mach nicht so viel Wirbel um einen Kratzer.« Zufrieden lächelnd befestigte Elsie den Verband mit einem Stück Heftpflaster. »Diese Schnüffeltante wollte in meine Küche kommen.« Elsie war mit dem Verband fertig und regte sich auf. »Wer?« »Ach, du meinst Miss Trainer?« Nellie vergaß ihren schmerzenden Daumen und wandte sich neugierig an die Köchin. »Erzell schon, was ist passiert?« »Ich habe sie natürlich hinausgeworfen.« »Was dachtest du denn?« Selbstbewusst entfernte sie etwas Mehlstaub von ihrem übigen Busen. »Fabelhaft!« Nellie lehnte sich zurück und lachte schallend. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie Elsie die vornehme Eliza aus ihrer Küche komplementiert hatte. »War sie wütend?« »Reif für die Zwangsjacke!« Elsie strahlte Nellie an. »Du triffst dich heute Abend mit Howard?« »Ja.« Nellie wunderte sich nicht im Geringsten, dass Elsie im Bilde war. »Ich nehme an, dass wir ins Kino gehen.« »Warum verschwendest du deine Zeit mit diesem jungen Burschen, wenn Mr. Reynolds hier ist?« »Was hat denn Mr. Reynolds damit zu tun?« »Ich verstehe nicht, wieso du mit Howard ausgehst, wenn du in Mr. Reynolds verliebt bist.« Elsie schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. »Bin ich nicht.« »Aber natürlich.« Elsie gab nicht auf. »Von wegen. Das muss ich ja wohl am besten wissen. Wie kommst du eigentlich auf diesen absurden Gedanken?« »Ich bin 50 Jahre alt und seit 24 Jahren kenne ich dich. Das dürfte wohl genügen.« Elsie sah sie triumphierend an. »Und du irrst dich wohl nie, hm?« Nellie war beunruhigt. Elsie überhörte die Frage und fuhr in aller Gemütsruhe fort. »Ich fände es richtig schön, wenn du heiraten und dich hier in der Nähe niederlassen würdest. Solange keine Kinder da sind, kannst du das Hotel weiterführen. Bleib bei deinen Brathähnchen und Tortenböden, Elsie. Als Wahrsagerin bist du nämlich eine Niete. Mr. Reynolds würde mich weder heiraten noch sich hier niederlassen. Außerdem bin ich für seinen Geschmack viel zu provinziell und unerfahren. »Ach, Unsinn!« Elsie rümpfte die Nase und schüttelte den Kopf. »Du solltest nur mal sehen, wie er die Augen nach dir verdreht.« »Meine Liebe, Elsie, da du in deinen 50 Jahren ja sehr viel Weisheit und Lebenserfahrung gesammelt hast, kennst du bestimmt auch den Unterschied zwischen dem Wunsch nach einer oberflächlichen Affäre und dem Bedürfnis, zu heiraten und sesshaft zu werden. Selbst wenn man, wie wir, in der Provinz aufgewachsen ist, kennt man den Unterschied zwischen Sex und Liebe.« Dann stand sie auf und verließ die Küche, während Elsie ihr Kopf schüttelnd nachschaute. Während Nelly sich für ihr Rendezvous zurechtmachte, gelangte sie zu dem Schluss, dass ihr Aussehen offenbar nicht dem Bild entsprach, das man sich von einer Respektsperson machte. Nelly stöberte in ihrem Kleiderschrank und holte eine weiße Seidenbluse hervor. Sie betonte den zierlichen Busen und die elegante schwarze Rose schmiegte sich eng an die sanft gerundeten Hüften und die schlanken, wohlgeformten Beine. Nelly seufzte. Ob Howard diese Sachen überhaupt bemerken würde? Er hatte treuherzige Augen wie ein junger Hund und über der Oberlippe spross ein kümmerliches Bärtchen. Er sähe gar nicht so übel aus, wenn er nur ein markantes Kinn hätte, überlegte Nelly. Howards Gesicht verschmolz schon vom Mund abwärts mit dem Hals. Aber er war ein feiner Kerl, freundlich, sympathisch, unkompliziert und vor allem offen. Sie schlüpfte in leichte schwarze Sandalen, nahm ihre Handtasche und verließ das Zimmer. Sie hoffte, ungesehen nach draußen entwischen zu können, wo sie auf Howard warten wollte. Doch Eddie fing sie völlig aufgelöst in der Diele ab. Nelly, Nelly, warte mal! Er rannte ihr bis zur rettenden Tür hinterher. Eddie, falls das Hotel abbrennt, sag es mir lieber erst morgen. Ich wollte nämlich gerade gehen. Nein, Nelly! Aufgeregt griff er nach ihrer Hand. Liz hat erzählt, dass Miss Trainer das ganze Hotel umkrempeln will. Mr. Reynolds hat vor, hieraus ein Ferienzentrum zu machen, mit einer Sauna in jedem Zimmer und einem illegalen Spielcasino im Keller. Verzweifelt klammerte er sich an sie und blickte Nelly durch seine starke Brille flehend an. Mr. Reynolds beabsichtigt keineswegs, ein illegales Spielcasino einzurichten. Ungeduldig schaute Nelly auf die Uhr. Und Liz sagt, Miss Trainer will den Aufenthaltsraum ganz neu gestalten. Die Einrichtung soll in Rot und Gold gehalten werden und an die Wände kommen Bilder mit nackten Frauen. Nun, das ist doch Unsinn! Sie tätschelte seine Hand und amüsierte sich über Eddys Verlegenheit. Bis jetzt ist noch gar nichts entschieden. Und wenn Mr. Reynolds dafür ist, dass der Aufenthaltsraum renoviert wird, dann bestimmt nicht in Rot und Gold und auch nicht mit Bildern von nackten Frauen. Äh, Eddie, ich glaube, die beiden Damen Bodwin haben nach ihnen gerufen. Nelly zuckte zusammen, als sie hörte, dass das Percy war. Ich bin schon unterwegs, Sir. Mit hochrotem Kopf eilte Eddie davon und überließ Nelly ihrem Schicksal. Na nun? Percy musterte sie eingehend. Dein Freund scheint ja einen sehr hohen Siedepunkt zu haben. Sie wollte ihm zufauchen, dass Howard überhaupt keinen Siedepunkt hätte. Dann besann sie sich. Gefall ich dir? Kukit strich sie das Haar über die Schultern zurück und lächelte Percy so verführerisch wie möglich an. Tja, unter anderen Voraussetzungen fände ich diese Bluse ausgesprochen entzückend. Seine Laune schien nicht gerade besonders gut zu sein. Er war offensichtlich verstimmt. Übermütig strich Nelly kurz über seine Weile. und schwebte zur Tür. Gute Nacht, Percy. Warte heute nicht mehr auf mich. Es kann sehr spät werden. Triumphieren trat sie hinaus in den rosa bewölkten Abend. Kurze Zeit später kam Howard und sie fuhren in den Ort. Es waren kaum Leute unterwegs, nur bei dem Kino im Außenbezirk ging es etwas liebhafter zu. Howard parkte den Wagen präzise in einer Lücke, half Nelly beim Aussteigen und schloss das Auto ab. Dann umfasste er zu ihrer maßlosen Verwunderung besitzergreifend ihren Arm und führte sie zum Kino. Eine Stunde später hatte Nelly den Eindruck, dass mit Howard irgendetwas nicht stimmte. Er verschlang weder sein Popcorn mit dem üblichen Eishunger, noch rutschte er auf dem unbequemen Sitz hin und her. Seine geistesabwesenden Augen glänzten fiebrig und leicht verstört. Howard? Nelly nahm seine Hand. Er zuckte zusammen, als hätte sie ihn gekniffen. Howard, fühlst du dich nicht wohl? Statt einer Antwort ließ er die Popcorn-Tüte fallen, riss Nelly an sich und küsste sie, ebenso unbeholfen wie leidenschaftlich. Nelly war entgeistert. Bisher hatte Howard sich darauf beschränkt, sie beim Abschied vor der Haustür brüderlich zu umarmen. Als die Leute in den Sitzreihen hinter ihnen kicherten, riss sie sich von ihm los. Howard, benimm dich! Er ergriff jedoch ihren Arm und zog sie aus dem Kino. Sag mal, Howard, hast du den Verstand verloren? Ich hielt es da drin nicht mehr aus. Er drängte zu seinem Wagen. Es war mir zu voll. Voll? Sie blies sich eine verwiegende Locke aus der Stirn. Im ganzen Kino können nicht mehr als zwanzig Leute gewesen sein. Vielleicht solltest du zu einem Arzt gehen. Sie klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. Dann betastete sie prüfend seine Stirn. Du fühlst dich ganz heiß an. Vielleicht hast du ein bisschen Fieber. Ich schlage vor, du fährst gleich nach Hause. Und ich nehme mir ein Taxi. Nein, nein, bitte, bitte steig in den Wagen. Sie blickte ihn nachdenklich an, ehe sie sich ins Auto setzte. In der Dunkelheit konnte sie nicht viel erkennen, aber er raste in hohem Tempo über die kurvenreiche Landstraße. Eine Weile später blinkten die erleuchteten Fenster des Hotels auf. Plötzlich lenkte Howard den Wagen an den Straßenrand, stellte den Motor ab und schlang die Arme um Nelly. Im ersten Moment war sie mehr überrascht als böse. Lass mich sofort los, Howard! Was in aller Welt ist nur in dich gefahren? Nelly! Seine Lippen suchten ihren Mund und diesmal war sein Kuss weder unbeholfen noch brüderlich. Du bist so schön! Seine Hand tastete nach dem Ausschnitt ihrer Bluse. Howard, du solltest dich schämen! Nelly stieß ihn energisch fort und rutschte ein Stück zur Seite. Du fährst auf der Stelle nach Hause, nimmst deine kalte Dusche und legst dich ins Bett. Keine Widerrede! Sie öffnete die Tür und sprang aus dem Wagen. Draußen am Straßenrand strich sie sich das Haar aus der Stirn und glättete ihre Kleidung. Ich laufe jetzt zum Hotel, bevor deine Gefühle nochmal mit dir durchgehen. Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief davon. Howard musste wahnsinnig sein. Zehn Minuten später stapfte Nelly keuchend den Steinenhügel hinauf. Sie trug die Sandalen in der Hand und verwünschte alle Männer. Über ihr raschelte das erste Laub der hohen Bäume. Ein einsames Kreuzchen stieß seinen Schrei aus. Doch Nelly befand sich nicht in der Stimmung, den Zauber der Nacht zu genießen. Gehst du spazieren? Wie aus dem Nichts stand Percy plötzlich vor ihr. Sehr witzig! Sie wollte weiterlaufen, doch er hielt sie am Handgelenk fest. Was ist los? Ging deinem Freund das Benzin aus? Deine Ironie hat mir gerade noch gefehlt. Erst jetzt merkte Nelly, dass ihr vorschreckt die Sandalen entglitten waren, und sie suchte auf dem dunklen Boden danach. Ich bin nämlich gerade hundert Kilometer gelaufen, nachdem ich mich gegen einen Verrückten gewehrt habe. Hat er dir wehgetan? Percy musterte sie prüfend. Natürlich nicht! Howard könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Ich weiß auch nicht, was plötzlich in ihn gefahren ist. So merkwürdig hat er sich noch nie benommen. Bist du wirklich so naiv, oder tust du nur so? Percy packte sie bei den Schultern und schüttelte sie leicht. Werd endlich erwachsen, Nelly! Schau mal in den Spiegel! Der arme Howard konnte ja gar nicht anders. Sei nicht albern! Sie befreite sich aus seinem Griff. Howard und ich kennen uns von klein auf. Und so hat er sich noch nie benommen. Vielleicht hat er in letzter Zeit so viele Liebesromane gelesen oder dergleichen. Du liebe Güte! Als ich zehn Jahre alt war, haben wir noch zusammen nackt im See gebadet. Hat dich noch niemand darüber aufgeklärt, dass du jetzt nicht mehr zehn Jahre alt bist? Sein Tonfall verwirrte sie. Keine Angst, Nelly! Nelly, ich tue dir nichts. Sie spürte, wie ihre Knie zitterten. Ich käme mir vor wie ein Puma, der sich an einer Hauskatze vergreift. Einen Augenblick lang schauten sie sich nur an. Über ihnen schimmerten die Sterne. Der Mond schien sie zu beobachten. Und ein Nachtvogel stieß einen klagenden Ruf aus. Dann schmiegte sie sich in seine Arme. Nelly stellte sich auf die Zehenspitzen, um Percy zu küssen. Die Bäume flüsterten und sie seufzte hingebungsvoll. Vergangenheit und Zukunft waren ihr gleichgültig. Sie gab sich ganz der Gegenwart hin. Sein Mund berührte ihren Hals, und sie stöhnte auf, schob die Finger in sein Haar und öffnete die Lippen, um seine Küsse zu empfangen. Eng umschlungen standen sie im Schatten der hohen Bäume, umgeben von den Geräuschen der Nacht. Doch plötzlich ging die Eingangstelle des Hotels auf, und ein breiter Lichtstrahl fiel über den Hof. »Ach, Percy, da bist du ja! Ich habe schon auf dich gewartet!« Niedergeschlagen löste Nelly sich aus Perseys Armen. Lässig lehnte ihr leiser Arm-Türrahmen. Ein Negligé aus schwarzer Hauchdünner Spitze umschmeichelte ihren faszinierenden Körper. Das dunkelglänzende Haar fiel lose über ihren Rücken. Nelly war zumute, als hätte ihr jemand einen Kübel Wasser über den Kopf gegossen. Sie fühlte sich ausgenutzt. Percy hatte sie geküsst, während eine andere Frau schon auf ihn wartete. Sie bückte sich nach ihren Sandalen. »Wo willst du hin?« Percy ergriff ihr Handgelenk, als sie hastig den Rückzug antreten wollte. »In mein Zimmer! Wohin denn sonst? Mir scheint, heute Abend hast du schon etwas vor.« Mit den Sandalen in der Hand stürmte Nelly die Treppe hinauf ins Haus, während die Leiser triumphierend lächelte. Nelly holte sich die Akten und Geschäftsbücher in ihr Zimmer. Dort konnte sie am ehesten ungestört arbeiten, ohne durch Percy abgelenkt zu werden. Sie vergrub sich in dem Papierwust und versuchte, sich darauf zu konzentrieren. Draußen herrschte trübes Wetter. Nieselregen sprühte gegen die Fensterscheiben und bildete den passenden Hintergrund für ihre Stimmung. Nelly schrak hoch, als die Tür plötzlich aufgestoßen wurde. Percy trat ein. Ihr stockte der Atem. »Versteckst du dich?« Seine Lippen wurden seinem schmalen Strich. »Nein!« Instinktiv hob sie das Kinn. »Ich finde es nur praktischer, in meinem Zimmer zu arbeiten, solange du das Büro beanspruchst.« »Aha!« Drohend beugte er sich über den Schreibtisch, so, dass sie sich klein und hilflos vorkam. »Eliza hat mir von eurem Streit gestern im Aufenthaltsraum berichtet.« Überrascht öffnete Nelly den Mund. Sie wunderte sich, dass sie leise den Mut besaß, ihr Verhalten zu erklären. »Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, Nelly, dass du Eliza, solange sie in diesem Hotel wohnt, mit der gleichen Höflichkeit zu behandeln hast wie alle anderen Gäste?« Nelly wunderte sich immer mehr. »Entschuldige, Percy, aber. Aber heute Morgen bin ich offenbar besonders begriffsstutzig. Würdest du mir diese Frage bitte einmal erläutern?« »Sie erzählte mir, du seist regelrecht unverschämt zu ihr gewesen. Du hättest dich dazu hinreißen lassen, ihr ein Verhältnis mit mir zu unterstellen. Hättest dich geweigert, ihr etwas zu trinken zu geben und das Personal angewiesen, ihr die Arbeit nach Möglichkeit zu erschweren.« »So, das hat sie gesagt?« Nelly wurde zaunig. Bedächtig legte sie den Bleistift zur Seite und erhob sich, obwohl Percy so bedrohlich nahe vor ihr stand. »Ist es nicht erstaunlich, wie unterschiedlich zwei Menschen ein und dieselbe Situation auslegen? Na schön.« Sie schob die Hände in die Taschen ihres Rocks und straffte die Schultern. »Jetzt will ich dir etwas sagen.« Doch dann sagte sie gar nichts. Er würde ihr doch sowieso nicht glauben. »Ach, es war gar nichts.« Resigniert warnte sie sich ab. Aber dann kam die Wut zurück. »Ich bin deine kostbare Elisa Leit. Ich lasse mir nicht gefallen, dass sie an diesem Haus kein gutes Haar lässt und mich ständig betrachtet, als sei ich eine Magd, die gerade die Kühe auf die Weide getrieben hat. Ich wehre mich dagegen, dass sie dir Lügen über mich auftischt. Und ich hasse dich, weil du mich dazu benutzt, dich als Mann zu bestätigen, während Elisa schon halbnackt auf der Suche nach dir durch das Hotel rennt und darauf wartet, dass du ihr das Bett anwärmst.« Das Telefon läutete. Nelly riß den Hörer von der Gabel, meldete sich und reichte Percy dann den Hörer. »Für dich, ein Paul Bailey.« Dann wollte sie das Zimmer verlassen, aber er hielt sie am Arm fest. »Du bleibst hier.« Er ließ sie erst los, nachdem sie zustimmend genickt hatte. Dann ging sie zum Fenster und starrte in den strömenden Regen hinaus. Percy sagte nur wenig. Er wirkte konzentriert und gelegentlich antwortete er einsilbig. Sie legte die Stirn gegen das kühle Fensterglas. »Warum musste ich mich auch in diesen unmöglichen Mann verlieben?«, überlegte sie betrübt. »Nelly«, sie zuckte zusammen. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie Percy gerade den Hörer auf die Gabel zurücklegte. »Pack deinen Koffer. Nimm Sachen für drei Tage mit.« »Wie bitte?«, verdutzt rietend, er ließ sich um und blickte Percy entgeistert an. »Wir werden drei Tage unterwegs sein. In einer Viertelstunde erwachte ich dich.« Der Anruf kam vom Manager eines meiner Hotels. Er hatte ein Problem, um das ich mich selbst kümmern muss, und du kommst mit. »Ich soll mitkommen?«, sie war fassungslos. »Warum das denn?« »Erstens, weil ich darauf bestehe.« Er verschränkte die Arme über der Brust und sah sich streng an. »Und zweitens, weil ich will, dass meine Manager etwas herumkommen. Für dich ist es eine gute Gelegenheit, dich in einem anderen Betrieb von mir ein bisschen umzusehen. Aber ich kann doch hier nichts ohne weiteres abreisen. Wer soll denn sonst für Ordnung sorgen?«, sie war ratlos. »Eddy!«, es wird höchste Zeit, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Er verlässt sich viel zu sehr auf dich. »Aber am Wochenende kommen fünf neue Gäste. Jetzt hast du nur noch zehn Minuten Zeit zum Packen, Nelly. Und wenn du dich nicht beeilst, dann reichst du mit den Kleidern ab, die du gerade trägst.« Sie merkte, dass es keinen Sinn hatte, mit Percy zu diskutieren, und versuchte nicht daran zu denken, was es für sie bedeutete, mit ihm zu verreisen. »Es ist eine reine Geschäftsreise«, sagte sie sich immer wieder, »absolut nichts Privates.« Als er ging, rief sie hinter ihm her. »Dann sag mir wenigstens, wohin wir fahren. Schließlich muss ich ja wissen, ob ich Skistiefel oder einen Bikini einpacken soll.« Lächelnd drehte er sich um. »Bikinis. Wir fliegen nach Palm Beach.« Am Flughafen gab es eine Überraschung. Sie sollten nicht mit einer Verkehrsmaschine, sondern mit Perseys Privatflugzeug fliegen. Es wartete schon startbereit auf der Piste. Riegungslos betrachtete Nellie die schnittige Maschine, während Percy sich um ihr Gepäck kümmerte. »Nellie, du brauchst doch nicht hier im Riegen zu stehen. Geh schon rein.« »Percy!« Sie achtete nicht auf den Riegen, der sie durchnässte. »Ich muss dir etwas gestehen.« »Ich fliege nicht gern.« »Das ist halb so schlimm.« Er klemmte sich ihren kleinen Koffer unter den Arm und ergriff ihre Hand. »Wirst du luftkrank?« »Ich geb dir eine Pille.« »Nein.« Sie schluckte krampfhaft und ließ die Schuttern hängen. »Wenn ich fliege, bin ich... bin ich wie gelähmt. Gelegentlich tragen mich die Stewardessen in den Frachtraum, damit die anderen Passagiere meinetwegen nicht in Panik geraten.« Er zauste liebevoll ihr nasses Haar. »Endlich habe ich deine schwache Stelle entdeckt.« »Wovor hast du Angst?« »Dass die Maschine abstürzt.« »Ach, das ist alles nur Einbildung.« Er half ihr, die Jacke auszuziehen. »Dafür gibt es einen medizinischen Fachausdruck.« »Ja, sterben«, pflichtete sie ihm bei, worauf er lachte. Beleidigt, weil er sie nicht ernst nahm, wandte sie sich ab und sah sich in der luxuriösen Kabine rum. »Hier sieht es aus wie in einem Salon, gar nicht wie in einem Flugzeug.« Andächtig streichelte sie den dunkelbraunen Sandbezug eines Sessels. Sie hörte Percy lachen. Er machte sich wohl lustig über sie. »Dir wird das Lachen schon vergehen, wenn ich gleich als stöhnendes Häufchen Elend auf deinem kostbaren Teppich liege.« Sie ließ sich in einen Sessel fallen. »Ah, dann werde ich bestimmt ganz ernst.« Er kam auf sie zu, und sie verkrampfte sich unwillkürlich. »Nelly, wollen wir nicht Frieden schließen? Wenigstens für die Dauer unserer Reise? Was hältst du von einem Waffenstillstand?« Er nahm ihr Kind zwischen Daumen und Zeigefinger und zwang sie, ihn anzuschauen. »Wenn wir zurückkommen, können wir uns ja weiter streiten.« Er lächelte, und ihr innerer Widerstand schmolz. »In Ordnung, Percy, ich bin einverstanden.« Gegen ihren Willen erwiderte sie sein Lächeln. »Dann schnall dich jetzt an.« Er küsste sie auf die Stirn, und ihr versagten wieder einmal die Knie. Nellys Angst hielt sich während des Starts in Grenzen, weil Percy sich unablässig mit ihr unterhielt. Zum ersten Mal in ihrem Leben flog sie, ohne dass ihr vor Nervosität heiß wurde. »Oh, ist das schön hier, und so warm!« Nelly sah sich um, als sie die Gangway runterstiegen. Schmunzelnd führte er sie zu einem schnittigen, schwarzen Porsche. Percy wechselte einige Worte mit einem Parkplatzangestellten, ließ sich die Wagenschlüssel geben und schloss sie auf. »Wo steht dein Hotel?« Nelly stieg ein. »In Palm Beach. Hier sind wir in West Palm Beach. Wir müssen den Worth See überqueren, um auf die Insel zu kommen.« »Ach so!« Dann schwieg Nelly und betrachtete verzückt die hohen, schlanken Palmen an der Straße. Die Landschaft, durch die sie fuhren, war so anders als ihre Heimat in Neuengland, dass sie sich vorkam wie in einer fremden Welt. Das Wasser des Worth Sees, der Palm Beach vom Festland trennte, glitzerte in der Nachmittagssonne. Am Strand standen vornehmer Elegantor Hotels. Nelly erkannte die Initialen PR an einem turmartigen weißen Gebäude, das sich zwölf Stockwerke hoch über den Atlantik erhob. Hunderte von Fenstern spiegelten das Sonnenlicht wieder. Percy fuhr die halbkreisförmige Auffahrt entlang und hielt vor dem Hoteleingang. Nelly kniff leicht die Augen zusammen und staunte über die gepflegte Anlage. Neben der Glastür, die in das Hotel-Foyer führte, standen üppig wuchernde tropische Pflanzen in Marmorkübeln. Die unterschiedlichen Farben waren gut aufeinander abgestimmt. Alles an diesem Hotelkomplex wirkte harmonisch. Das Foyer kam Nelly vor wie ein tropisches Paradies. Der Boden war gekachelt. In der Mitte befand sich ein künstlich angelegter Felsengarten mit einem Springbunnen. Das Hotel war rund gebaut. Die Decke war blau und wirkte offen wie der Himmel. Einen krasseren Gegensatz zu der anheimelnden, familiären Atmosphäre des Lakeside Inn konnte Nelly sich nicht vorstellen. Guten Tag, Mr. Reynolds. Ein schlanker, gut gekleideter Mann störte Nelly in ihren Betrachtungen. Wie schön, dass Sie wieder einmal hier sind. Paul, Percy schüttelte ihm lächelnd die Hand. Nelly, das ist Paul Bailey, der Manager. Paul, das ist Miss Nelly Clark. Oh, es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Miss Clark. Paul Bailey begrüßte Nelly und betrachtete sie interessiert. Kümmern Sie sich um unser Gepäck, ich bringe Miss Clark nach oben. Später komme ich dann zu Ihnen. Selbstverständlich. Alles ist für Ihre Ankunft vorbereitet. Die Zähne blitzten in dem tiefgebräunten Gesicht auf. Er ging zur Rezeption und griff nach einem Schlüssel. Ihr Gepäck wird gleich hochgebracht, Mr. Reynolds. Percy nahm Nellys Hand und führte sie zu einem der drei Aufzüge. In einem achteckigen, gläsernen Gehäuse glitten sie aufwärts und stiegen in der obersten Etage aus. Sie gingen den mit weichem Teppich ausgelegten Flur entlang. Dann schloss Percy eine Tür auf. Nelly betrat den Raum und wandte sich gleich dem riesigen Fenster zu, das eine ganze Wand einnahm. Aus schwindelerregender Höhe blickte sie hinab auf den weißen Strand und das azurblaue weite Meer. Das ist ja eine fantastische Aussicht! Vor Freude klatschte sie in die Hände. Ich hätte Lust, gleich vom Balkon ins Wasser zu springen. Sie drehte sich um und sah Percy an, der mitten im Zimmer stehen geblieben war, und sie anblickte. Ausgiebig musterte Nelly das Zimmer. Wenn Eliza das eingerichtet hat, dann besitzt sie tatsächlich einen hervorragenden Geschmack, musste Nelly sich eingestehen. Möchtest du etwas trinken? Percy drückte auf einen Knopf. Die Spiegelwand hinter der Bar glitt zurück. Auf einem Regal waren Flaschen und Gläser angeordnet. Ja, ich hätte gern ein Sodawasser. Mit dem Ellenbogen stützte sie sich auf den Tresen aus poliertem Ebenholz. Percy nickte und reichte ihr ein Glas. Dann klopfte es, und ein Page stellte das Gepäck ab. Warum hat er beide Koffer hier gelassen? Fragen sah sie Percy an. Wäre es nicht besser gewesen, er hätte meinen Koffer gleich in mein Zimmer gebracht? Das hat er ja getan. Percy wandte sich der Bar zu und schenkte sich einen Whisky ein. Aber ich dachte, dies wäre deine Suite. Das stimmt auch. Jetzt verstand sie. Ich werde nicht mit dir schlafen, funkelte sie ihn wütend an. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das von dir verlangt habe, lässig nahm Percy einen Schluck Whisky. In dieser Suite gibt es zwei große Schlafzimmer. Ich glaube, in deinem wirst du dich ganz wohl fühlen. Sie errötete bis an die Haarwurzel. Ich bleibe nicht in dieser Suite. Jeder wird glauben, dass wir miteinander schlafen. Belustigt schaute Percy sie an. Dein guter Ruf ist ohnehin nicht mehr zu retten, Nelly. Da du mich hierher begleitet hast, nimmt natürlich jeder an, dass du meine Geliebte bist. Aber wir beide wissen es ja besser. Also kann uns auch egal sein, was die Leute reden. Solltest du allerdings den Wunsch verspüren, das Gerücht Wahrheit werden zu lassen, dann lasse ich mich gern von dir verführen. Nelly starrte ihn mit ihren großen grauen Augen an. Sie war sprachlos. Dann wäre das also erledigt, hm? Er leerte sein Glas. Falls du befürchtest, dass ich mitten in der Nacht lüstern in dein Zimmer eindringe, dann kann ich dich beruhigen. Die Tür zu deinem Schlafzimmer ist mit einem einbruchssicheren Schuss ausgestattet. Ich gehe jetzt hinunter zu Bailey. Zieh dich inzwischen um und vertreib dir die Zeit am Strand. Dein Zimmer ist das zweite links vom Flur aus gesehen. Er ließ sie allein, bevor ihr eine passende Antwort einfiel. Anstatt sich aufzuregen, wollte Nelly die luxuriöse Umgebung lieber genießen. Darüber hinaus war die Suite tatsächlich geräumig genug für sie und Percy. Sie zog sich knappsitzende braune Shorts und ein hellgrünes luftiges Oberteil an und machte sich auf den Weg zum Strand. Ihren Koffer konnte sie später immer noch auspacken. Die Lage des Hotels faszinierte Nelly. Die gepflegte Anlage am Meer unter freiem Himmel war mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Ein riesiges, mosaikgekacheltes Schwimmbecken war für die Gäste bestimmt, die das gefilterte Wasser dem offenen Meer vorzogen. Auf ihrem Spaziergang zum Strand kam Nelly an einer Reihe von Tennisplätzen vorbei. In diesem Hotel fielte es den Gästen an nichts. Die gesamte Hotelanlage war der Inbegriff von Vornehmheit und Eleganz. Nelly suchte nach einem passenden Vergleich zum Lakeside. Wie Eiernudeln und Kaviar fiel ihr ein. Beides passt einfach nicht auf denselben Teller. Hallo! Überrascht ritten er ließ sich um, blinzelte im grellen Sonnenlicht und erblickte einen fabelhaft aussehenden jungen Mann. Hallo! Sie erwiderte das Lächeln in dem ungemein attraktiven Gesicht. Zu der tief gebräunten Haut bildete das hellblonde Haar einen interessanten Kontrast. Wollen Sie das Meerwasser ausprobieren? Heute noch nicht. Oh, das ist ungewöhnlich. Er begleitete sie über den weichen Sand. Normalerweise geht hier jeder Neuankömmling gleich am ersten Tag ins Wasser. Ich bin Tennislehrer. Mein Name ist Chad Hardy. Nelly Clark. Sie ging auf den Weg zu, der zum Hotel führte. Wieso sind Sie am Strand und nicht auf den Tennisplätzen? Nun, heute ist mein Feiertag, erklärte er. Zu ihrer Überraschung griff er in ihr Haar und wickelte sich eine Strähne um den Finger. Aber wenn Sie gern eine Privatstunde hätten, dann ließe sich das leicht einrichten. Nein, danke. Sie trat den Rückweg an. Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Chad nahm ihre Hand und zog sie sanft, aber entschlossen an sich. Ich habe leider keine Zeit. Dann möchte ich Sie jetzt wenigstens zu einem Drink einladen. Sie amüsierte sich über seine Hartnäckigkeit. Vielen Dank, aber dafür ist es etwas zu früh. Dann wachten wir noch etwas ab. Lachend schüttelte Nelly den Kopf und entzog ihm die Hand. Nein, das geht leider nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen, Mr. Hardy. Ich heiße Chad. Er kehrte mit ihr zum Hotelgelände zurück. Haben Sie denn morgen Zeit? Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Wir können gemeinsam frühstücken, zum Mittagessen oder das ganze Wochenende in Las Vegas verbringen. Nelly lächelte. Diesem unbekümmerten Charme konnte sie nicht widerstehen. Es wird Ihnen bestimmt nicht schwerfallen, eine andere Begleitung zu finden. Er lachte sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Nelly überlegte kurz und gab schließlich nach. Na schön. Dann laden Sie mich zu einem Glas Orangensaft ein. Eine halbe Minute später saß Nelly an einem Tisch neben dem Swimmingpool. So früh ist es doch gar nicht mehr. Chad wunderte sich, dass sie keinen Alkohol wollte. Die meisten Gäste treffen jetzt ein, duschen sich den Sand ab und kleiden sich zum Essen um. Ich trinke aber um diese Zeit nicht gern. Nelly nippte an dem eisgekühlten Saft. Sie betrachtete die tropischen Fächerpalmen und die Blütenpracht in den Marmorkübeln. Sie haben Glück, dass Sie hier arbeiten können. Ja, mir gefällt es. Chad spielte mit seinem Glas. Ich mag meine Arbeit und ich mag die Sonne. Er hob das Glas an die Lippen und lächelte ihr über den Rand hinweg zu. Und dieses Leben ist äußerst reizvoll. Ehe sie seine Absicht erkannte, hatte er ihre Finger ergriffen und hielt sie fest. Wie lange bleiben Sie hier? Ach, nur ein paar Tage. Sie überließ ihm ihre Hand, denn sie fand es kindisch, sich zu sträuben. Es ist eher ein Blitzbesuch als ein Urlaub. Dann trinke ich auf Ihren Blitzbesuch. Chad prostete ihr zu. Chads Charme siegte und unwillkürlich erwiderte Nelly sein strahlendes Lächeln. Hufieren Sie eigentlich alle weiblichen Gäste auf diese Weise? Nur wenn Sie jung und hübsch sind und lange, schlanke Beine haben. Nelly! Sie hob den Kopf und sah direkt in Percys finsteres Gesicht. Ach, du bist's! Percy! Hast du deine Konferenz mit Mr. Bailey beendet? Ich habe sie nur unterbrochen. Sein Blick heftete sich auf Chads Hand, die immer noch Nellys Finger umschloss, und kehrte dann zu Nelly zurück. Ich habe dich überall gesucht. Ach, wirklich? Aus einem unerklärlichen Grund fühlte sie sich plötzlich schuldbewusst. Tut mir leid. Das ist übrigens Chad Hardy. Das war's ich. Hallo, Hardy. Guten Tag, Mr. Reynolds. Chad war die Höflichkeit in Person. Ich wusste gar nicht, dass Sie im Hotel sind. Ich bleibe auch nur ein paar Tage. Wenn du ausgetrunken hast, kommst du besser nach oben und ziehst dich zum Dinner um. Was du jetzt an hast, ist wohl kaum für den Speisesaal geeignet. Er nickte Chad Hardy knapp zu und machte auf dem Absatz kehrt. Du liebe Zeit! Chad ließ Nellys Hand los und lehnte sich zurück. Er betrachtete sie interessiert. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie die Freundin des Chefs sind? Ich möchte meinen Job hier nämlich nicht gern verlieren. Nelly schnappte ein paar Mal nach Luft wie ein Fisch, ehe sie antwortete. Ich bin nicht Perseys Freundin. Wieder sprach sie scharf. Chad grinste schief. Oh, das sollten Sie lieber ihm sagen. Schade. Er seufzte übertrieben. Ich hatte mir schon die schönsten Hoffnungen gemacht. Aber ich werde mich hüten, mich auf gefährliches Gebiet zu begeben. Er stand auf und strahlte sie an. Sollten Sie einmal allein hierher kommen, melden Sie sich bei mir. Harzhaft schlug Nelly die Tür zur Sweet ins Schloss und klopfte energisch an Perseys Tür. Suchst du mich? Sie drehte sich um. Percy lehnte mit dem Rücken gegen die Badezimmertür. Er hatte lediglich ein Handtuch um seine schmalen Hüften geschlungen. Das Haar fiel ihm in feuchten Strähnen ins Gesicht. Sie stockte und schluckte heftig. Ja, sie dachte an Chats Bemerkungen. Vorhin hast du dich unmöglich benommen. Du hast bei Chad bewusst den Eindruck erweckt, als sei ich deine … Sie zögerte und ihre Augen verdunkelten sich zornig. Mätresse? Half Percy nach. Nelly blitzte ihn an. Er gebrauchte zumindest den Ausdruck Freundin. Sie übersah die kräftigen muskulösen Arme und das dunkle Haar aus seiner Brust und näherte sich ihm, bis ihre Zehenspitzen sich beinahe berührten. Du hast mich absichtlich wie deine Geliebte behandelt, und das lasse ich mir nicht gefallen. Wirklich nicht? Angesichts der Tatsache, dass Hardy es innerhalb weniger Minuten geschafft hat, dich um den Finger zu wickeln, scheinst du für Männer seines Schlags leichte Beute zu sein. Ich hielt es für meine Pflicht, mich um dich zu kümmern. Du als Beschützer? Dass ich nicht lache. Und wie willst du dich dagegen wehren? Er lächelte so arrogant, dass Nelly die Beherrschung verlor. Wenn meine Verhaltensweise Hardy und seine Kumpane dazu veranlasst, die Finger von dir zu lassen und dich daran hindert, dich zu blamieren, bin ich zufrieden. Du solltest mir dankbar sein, dass ich so gut auf dich aufpasse. Dankbar soll ich dir sein? Nellys Augen wurden vor Zorn fast schwarz. Dir soll ich gehören? Du hast Angst, ich könnte mich blamieren? Sie holte zu einem Schlag aus, doch er fing ihren Arm ab und presste ihn gegen ihren Rücken. Dann zog er sie an sich, bis sie seinen nackten Oberkörper berührte. Versuch das nicht nochmal, warnte er sie sanft, aber eindringlich. Das könnte Folgen haben. Seine freie Hand legte sich auf ihre Talie. Mir scheint, wir haben uns nicht an unseren Waffenstillstand gehalten. Du hast ihn zuerst gebrochen, beschuldigte Nelly ihn. Meinst du wirklich? Und dann küsste er sie einfach. Widerstandslos vertraute sie sich seiner Umarmung an. Dann ließ er sie los und streichelte ihren Rücken. Nelly verschränkte die Arme in seinem Nacken und wünschte sich nichts sehnlicher als seine Zärtlichkeit. Unvermittelt ließ er sie frei. Sie verlor das Gleichgewicht und taumelte gegen die Wand. Zieh dich jetzt um! Er wandte sich ab und umschloss den Türgriff. Dann warf er die Tür zu seinem Zimmer hinter sich zu. Noch lange rätselte Nelly über Perseys seltsames Benehmen. War es verletzter Stolz? Oder war er wütend auf sie? Sein Verhalten konnte sie sich beim besten Willen nicht erklären. Der Morgen dämmerte. Die Sterne verblassten und erloschen ganz, als die Sonne sich dem Horizont näherte. Nelly stand auf und war froh, dass sie die Nacht überstanden hatte. Das Dinner mit Perseys war ein Fehlschlag, wegen der gespannten Atmosphäre gewiesen. Sie unterhielten sich betont höflich miteinander, und Nelly hatte den Eindruck gehabt, als säße sie mit einem wildfremden Mann am Tisch. Gleich nach dem Essen schützte sie Müdigkeit vor und zog sich in ihr Zimmer zurück. Die ganze Nacht lang fand sie keine Ruhe. Sehr spät hörte sie, wie Perseys die Suite betrat. Sie hielt den Atem an, damit er nicht wahrnahm, dass sie noch immer wach lag. Erst nachdem er die Tür zu seinem Zimmer leise ins Schloss gezogen hatte, atmete sie erleichtert auf. Und nun, da der Morgen graute, fühlte sich Nelly wie zerschlagen. Bekümmert erinnerte sie sich an die Ereignisse des vergangenen Tages und gestand sich offen ein, dass sie Perseys liebte. Doch gleichzeitig wusste sie, dass sie nicht auf Gegenliebe stieß. Sie zog sich einen Bikini an, griff nach einer Forteejacke und schlich auf Zehenspitzen aus ihrem Zimmer. Der Ausblick aus dem Fenster des Wohnraums zog sie magisch an. Sie beobachtete den Sonnenaufgang. Die ersten Sonnenstrahlen tauchten den Horizont bereits in ein goldenes Licht. Wirklich ein herrlicher Anblick. Erschrocken drehte Nelly sich um und wäre beinahe mit Percy zusammengeprallt, dessen Schritte sie auf dem dicken Teppichboden nicht gehört hatte. »Ja, wirklich. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als einen Sonnenaufgang.« Sie merkte, wie gekünstelt ihre Worte klangen. Percy trug lediglich ausgefranste Jeans. »Wie hast du geschlafen?« fragte er höflich. Sie zuckte nur die Schultern und wich an der direkten Antwort aus. »Ich wollte schwimmen gehen, ehe der Strand überfüllt ist.« Er nahm ihr Gesicht in die Hände und sah sie prüfend an. »Du hast Ringe unter den Augen.« Mit der Fingerspitze berührte er die zarten Stellen unter ihren Augen. »So müde habe ich dich noch nie gesehen. Normalerweise wirkst du immer ausgeruht und quicklebendig. Jetzt siehst du blass und zerbrechlich aus, gar nicht mehr wie das Mädchen mit den Hängezöpfen, das sich mit jungen Burschen auf dem Sportplatz prügelt.« Sie fühlte, wie ihr die Knie weich wurden, und wandte sich ab. »Ich glaube, die erste Nacht in einem fremden Bett ist immer etwas ungemütlich.« »Du meinst, es hätte er am Bett gelegen?« Er zog die Brauen hoch. »Du bist sehr großzügig, Nellie.« Sein Lächeln wirkte auf sie wie ein Lebenselixier. Und plötzlich fühlte sie sich nicht mehr so matt. »Percy, ich möchte...« »Ich fände es schön, wenn wir Freunde sein könnten.« »Freunde?« Er lächelte vergnügt. »Ach, Nellie, du bist süß, wenn auch ein bisschen naiv.« Dann ergriff er ihre Hände und zog sie, eine nach der anderen, an seine Lippen. »Na schön, meine Freundin.« »Dann lass uns schwimmen gehen.« Außer Nellie und Percy hielten sich nur Möwen am Strand auf. Breit und einladend lag der weiße Sand vor ihnen. Die Luft versprach einen heißen Tag. Und Nellie schaute sich beglückt um. »Mir kommt es vor, als wären wir ganz allein auf der Welt. Menschenmaßen scheinen dir nicht zu liegen, Nellie, hm?« »Nein.« »Ich glaube nicht.« Sie hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. »Ich mag Menschen, aber es muss ein persönlicher Kontakt bestehen. Ich möchte immer wissen, was sie von mir verlangen. Auf kleine Probleme verstehe ich mich gut. Ich kann hier einen Stein einmauern, doch deinen Nagel einschlagen. Aber ich wäre nicht imstande, ein Gebäude dieses Ausmaßes zu errichten, so wie du es tust. Ohne Leute, die Steine aufeinandersetzen und Nägel einhämmern, kann man aber kein Gebäude hochziehen.« Lachend zauste er ihr Haar. »Los, wir machen ein Wettrennen. Mal sehen, wie er zuerst am Wasser ist.« Nellie blickte Percy abschätzend an und schüttelte den Kopf. »Du bist viel größer als ich, also befindest du dich im Vorteil.« »Ach, ich weiß doch längst, wie schnell du rennen kannst.« Er senkte die Augen. »Du bist zwar sehr zierlich, aber hast trotzdem erstaunlich lange Beine.« »Na schön.« Sie schürzte die Lippen und holte tief Luft. Ohne noch länger zu warten, lief sie los und stürzte sich ins Wasser. Sie schwamm, was ihre Kräfte hergaben. Doch plötzlich merkte sie, dass Percy erfolgte und ihre Talie backte. Lachend wehrte sie sich, aber er tauchte sie unter. »Percy, willst du mich ertrinken?« Sie schnellte hoch. »Das hatte ich eigentlich nicht vor. Halt still, dann passiert das nicht nochmal.« Nellie sträubte sich nicht mehr gegen seinen festen Griff. In seinen Armen fühlte sie sich geborgen, und sie spürte das laue Wasser wie Seide auf ihrer Haut. Seine Lippen küßten ihren nassen Scheitel und glitten dann ihren Hals bis zur Schulter entlang. Erwartungsvoll öffnete sie den Mund. Sein Kuss war sanft und zärtlich, und sie wehrte sich nicht gegen seine Leidenschaft. Seine Hand schob sich unter den Träger ihres Bikinis und liebkoste ihren Busen. Nellie genoss träumerisch Percy's Zärtlichkeiten. Das wogende Wasser und die Hitze der aufgehenden Sonne. Am liebsten wäre sie noch lange so neben Percy auf dem Meer dahin getrieben. Sie zitterte vor Glück. »Dir wird kalt.« Percy ließ Nellie los, um sie anzuschauen. »Komm, schwimm dich wieder warm.« Der Zauber verflog. »Wir paddeln zurück und legen uns in die Sonne.« Nellie setzte sich in den bereits warmen Sand, und Percy streckte sich neben ihr aus. Sie versuchte, seinem Blick auszuweichen. »Er hat mir ja gesagt, wie es kommen würde,« erinnerte sie sich. »Leider hat er recht behalten.« »Ich kann mich nicht gegen ihn wehren, und bald werde ich eine neue Elisa in seinem Leben sein.« Sie zog die Knie an, stützte ihr Kinn darauf und beobachtete den Horizont. »Aus irgendeinem Grund findet er mich attraktiv,« dachte sie. »Vielleicht, weil ich mich von den übrigen Frauen unterscheide, die er bisher kannte. Ich bin nicht so weltgewandt und erfahren wie sie, und vermutlich findet er gerade das reizvoll und amüsant.« »Wo bist du mit deinen Gedanken?« Percy richtete sich auf, schob seine Finger in ihr nasses Haar und sah ihr ins Gesicht. Nellie erhob sich. Sie spürte, dass sie Percy eines Tages nachgeben würde. Doch das Unvermeidliche wollte sie so lange wie möglich hinauszögern. Sie war ihm nicht gewachsen. Er war ihr weit überlegen, weil er offenbar viel Erfahrung im Umgang mit Frauen hatte. »Ich habe Hunger,« sie sah auf Percy ihn unter. »Spendierst du mir ein Frühstück? Eigentlich müsstest du das, denn immerhin habe ich den Wettlauf gewonnen.« »Meinst du?« Er erhob sich ebenfalls, während sie in die kurze Forteejacke schlüpfte. »Das meine ich nicht nur, das weiß ich. Ich war der eindeutige Sieger.« Sie sah zu, wie er sich seinem blauen Pullover über den Kopf zog. »Dann müsstest du mich zum Frühstück einladen. Der Gewinner gibt immer etwas aus.« Lächelnd reichte er ihr die Hand. Lächelnd, zögernd griff sie zu. »Hast du Appetit auf eine Schüssel Cornflakes?« »Och, Cornflakes sind mir zu billig.« »Tja,« bedauernd hob sie die Schultern. »Da ich so überraschend nach Florida entführt wurde, sind meine finanziellen Mittel leider begrenzt.« »Bei mir hast du Kredit.« Er ließ ihre Hand los und legte den Arm kameradschaftlich um ihre Schulter. Gemeinsam gingen sie zum Hotel zurück. Gegen Mittag befand sich Nellie in Hochstimmung. Percy behandelte sie erstaunlich galant und zuvorkommend. Er führte sie durch das Hotel. Nellie bewunderte den ganz in Silber und Kobaltblau ausgestatteten Aufenthaltsraum, stöberte entzückt in den beiden Boutiquen und besichtigte sachverständlich die riesige Küche. Im Spielsalon ließ sie sich von Percy Kleingeld geben und er sah nachsichtig zu, wie sie sich begeistert mit den verschiedenen Automaten beschäftigte. Er stand neben ihr und beobachtete, wie sie per Computer das nächste Auto zu Schrott fuhr, während er sie mit immer neuen Münzen versorgte. »Wenn du an allen Automaten spielst, dann wird das ebenso teuer wie das Kleid, das dir in der Boutique so gut gefiel. Für diese lauten Apparate lässt du dir von mir Geld geben. Warum durfte ich dir dann nicht das hübsche Kleid kaufen? Das ist etwas ganz anderes.« Sie konzentrierte sich darauf, das nächste Computerauto um die Hindernisse herumzusteuern. »Warum?« Percy zog eine Grimasse, als sie haarscharf an einem nichtsahnenden Fußgänger vorbeifuhr und der Wagen schleunernd um die Ecke bog. »Du hast mir noch gar nicht erzählt, ob ihr euer Problem gelöst habt.« Nellie riss das Lenkrad herum, um meinem Lastzug auszuweichen. »Problem?« »Ja, die Angelegenheit, deretwegen du hierher geflogen bist.« »Ach so, ja.« Er lächelte und strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn. »Alles hat sich zum Besten gewendet.« Nellie schimpfte laut, als ihr Wagen gegen eine Telegrafenmast prallte, durch die Luft geschleudert wurde und geräuschvoll Endstücke zerschellte. »Ach, ich glaube, du hörst jetzt lieber auf.« Percy ergriff ihre Hand, die sie ihm hoffnungsvoll entgegenhielt. »Lass uns zum Mittag essen.« »Ehe ich vollkommen pleite bin.« Auf der Terrasse über dem Swimmingpool aßen sie Quichloraine und tranken dazu einen Chablis. Einige Gäste tummelten sich in dem turkisblauen Wasser. Nach dem Essen schaute Nellie versonnen auf die Schwimmer und Sonnenanbieter hinab. Als sie den Blick wieder hob, fiel ihr auf, dass Percy sie lächelnd beobachtete. »Ist irgendetwas?« Um ihre Verlegenheit zu überspielen, nahm sie einen Schluck Wein. »Nein, nein, es macht mir nur Spaß, dich anzusehen. Deine Augen wechseln ständig die Farbe. Einmal sind sie dunkelgrau wie der Rauch eines Torffeuers, im nächsten Moment hell wie das Wasser eines Sees. Solltest du jemals Geheimnisse haben, würden deine Augen sie sofort verraten.« Er lächelte breit, als sie errötete. Sie blickte in ihr Weinglas, in dem der Chablis golden funkelte. »Du bist eine unglaublich hübsche Frau, Nellie.« Sie hob überrascht den Kopf. Er lachte leise, ergriff ihre Hand und führte sie an seine Lippen. »Aber ich glaube, das sollte ich dir nicht so oft sagen. Sonst wirst du dir deines guten Aussehens bewusst und verlierst vielleicht deinen natürlichen Charme.« Er stand auf und zog sie mit sich. »Jetzt bringe ich dich in das Fitnesszentrum. Es ist mit allem ausgestattet, was Körper und Seele gut tut, und du sollst dir einen gründlichen Eindruck verschaffen. »Ah, das interessiert mich schon, aber ich werde Bescheid sagen, dass man dir das volle Programm bietet,« fiel er ihr ins Wort. »Und wenn wir uns um sieben zum Dinner treffen, will ich keine Ringe mehr unter deinen Augen sehen.« Percy überließ Nellie, der Oppo deiner energischen, dunkelhaarigen Frau, und das gesundheitsfördernde Programm begann. Man setzte Nellie zuerst in ein sauerstoffhaltiges Sprudelbad, dann in eine Sauna. Danach wurde sie massiert. Drei Stunden lang dauerte die Behandlung. Einmal spielte sie mit dem Gedanken, sich wieder anzuziehen und sich heimlich fortzuschleichen. Als sie feststellte, dass ihre Kleidung nirgends zu sehen war, ergab sie sich jedoch in ihr Schicksal und bemerkte bald, wie sich die unbewusst aufgestauten Spannungen lösten. Während der Massage dämmerte sie langsam in einen Halbschlaf hinüber. Wie aus weiter Ferne nahm sie die Unterhaltung der beiden Frauen wahr, die sich der gleichen Behandlung unterzogen wie sie. »Vor zwei Jahren war ich schon einmal hier. Er sieht fantastisch aus. Eine blendende Partie. Und das viele Geld dazu. Reynolds ist unermesslich reich.« Als Perseys Name fiel, öffnete Nellie die Augen und horchte auf. »Erstaunlich, dass es noch keinem raffinierten Weibsbild gelungen ist, sich diesen attraktiven Junggesellen zu angeln.« Die rothaarige Frau strich sich eine schweißnasse Strähne hinter das Ohr und verschränkte die Arme unter dem Kinn. »Ach, Herzchen! Du kannst dich darauf verlassen, dass Dutzende es schon versucht haben.« Die dunkelhaarige Gesprächspartnerin unterdrückte ein Gähnen und lächelte vielsagend. »Er hat bestimmt nichts dagegen, dass die Frauen ihm hinterherlaufen. Ein Mann wie Reynolds sonstig gern in weiblicher Bewunderung. Ich schwärme auch für ihn.« »Hast du seine Begleiterin gesehen? Ich beobachtete sie gestern Abend und heute am Swimmingpool.« »Hm. Ich habe ihre Ankunft miterlebt, aber ich muss gestehen, dass ich nur Augen für ihn hatte. Sie ist doch so eine zierliche Blonde, nicht wahr?« »Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie von Natur aus so blond ist.« Nellie war anfänglich über diese Unterhaltung empört. Doch dann amüsierte sie sich. »Hm. So, so«, überlegte sie. »Man hält mich also allgemein für Perseys neueste Errungenschaft.« »Es kann nicht schaden, wenn ich mir die Meinung des Volkes einmal anhöre.« »Glaubst du, dass die Neue ihn halten kann? Wie ist sie eigentlich?« »Ach, genau das wollte ich herausfinden.« Die dunkelhaarige Frau verzog das Gesicht. »Es hat mich zwanzig Dollar gekostet, um zu erfahren, dass sie Nellie Clark heißt. Mir war beim besten Willen, nicht herauszubekommen. Nicht mal der gute alte Paul Bailey scheint etwas zu wissen. Es sieht so aus, als wäre sie vom Himmel gefallen. Hier war sie jedenfalls noch nie. Und ob sie ihn auf die Dauer halten kann.« Sie hob die gleichmäßig gebräunten Schultern. »Man kann nie wissen.« »Er verschlingt sie buchstäblich mit den Augen.« »Unsereins könnte vor Neid erblassen.« Skeptisch zog Nellie eine Augenbraue hoch. »Ich glaube, er spricht auf große, graue Augen und eine blonde Mähne an. Tatsächlich ist das Mädchen auch ausgesprochen hübsch, frisch und natürlich.« Nellie stützte sich auf den Ellenbogen und lächelte die beiden Frauen an. »Vielen Dank!« sagte sie freundlich. Dann legte sie wieder den Kopf auf die verschränkten Arme und schmunzelte über die plötzliche Stille. Erfrischt und mit sich und der Welt zufrieden kehrte Nellie in Percy's Suite zurück. Unter dem Arm trug sie eine lange, flache Schachtel. Trotz ihrer Auseinandersetzung mit der resoluten Verkäuferin war sie gut gelaunt. Nach der dreistündigen Behandlung im Fitnesszentrum war Nellie in die Boutique zurückgegangen. Sie probierte das Kleid aus silberglänzender Seide an, das Percy so bewundert hatte, und richtete sich innerlich darauf ein, ihre Ersparnisse anzubrechen. Zu ihrer Verwunderung belehrte die Verkäuferin sie, dass Mr. Reynolds Nellies Rechnungen begleichen würde. Verärgert über Perseys Eigenmächtigkeit stritt sie sich mit dem Mädchen, das sich jedoch nicht beirren ließ. Schließlich verließ Nellie die Boutique mit dem Kleid und schwor sich, das finanzielle Problem später mit Percy persönlich zu regeln. Wenn sie schon als die geheimnisvolle Fremde galt, wie Percy Reynolds umgarnte, benötigte sie auch die entsprechende Ausstattung. Lächelnd ließ Nellie das Badewasser ein und fügte einen stark schäumenden Badezusatz hinzu. Sie genoss das heiße, duftende Wasser, als die Tür plötzlich aufging. Da bist du ja wieder. Percy lehnte sich gegen den Türrahmen. Hat's dir gefallen? Percy! Nellie rutschte tiefer ins Wasser und bedeckte sich mit Schaum. Ich bade gerade! Ja, das sehe ich. Aber es ist nicht nötig, dass du dich dabei ertränkst. Möchtest du einen Drink? Seine Stimme klang höflich und unpersönlich. Nellie fiel die Unterhaltung der beiden Frauen wieder ein und ihr Stolz regte sich. Es wird höchste Zeit, fand sie, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ja, gern. Sie schaute ihn so unbekümmert wie möglich an. Bring mir bitte einen Sherry, wenn's dir keine Mühe macht. Innerlich triumphierte sie, als er erstaunt die Brauen hochzog. Es macht mir durchaus keine Mühe. Er wandte sich ab und ließ die Tür halboffen. Nellie hoffte, dass der Schaum sich nicht auflöste, ehe sie aus der Wanne steigen und in ihren Bademantel schlüpfen konnte. Hier hast du deinen Sherry. Percy kam mit dem Glas zurück. Nellie lächelte strahlend und probierte das Getränk. Danke. Ein halbtrockener Sherry. Genau richtig. Ich bin gleich fertig, falls du ins Bad möchtest. Du brauchst dich nicht zu beeilen, erschüttelte den Kopf. Ich kann dir das andere Bad benutzen. Wie du willst. Sie atmete auf, als Percy den Raum verließ und die Tür hinter sich schloss. Erleichtert stellte sie das Glas mit dem restlichen Sherry auf den Wannenrand. Ganze fünf Minuten lang blickte Nellie in den großen Spiegel. Silberglänzende Seide umschmeichelte ihren Busen und wurde von schmalen Schulterträgern gehalten. Der Schnitt des Kleides ließ ihren Rücken bis zur Taille frei. Der Rock fiel gerade über die sanft geschwungenen Hüften und die schlanken Beine und ein Schlitz, der bis zur Mitte des Oberschenkels reichte, verschaffte ihr die nötige Bewegungsfreiheit. Das Haar hatte sie sich in duftigen Locken hochgesteckt. Nur einige Strähnen fielen ihr wie unabsichtlich in die Stirn. Eine fremde Frau blickte Nellie aus dem Spiegel entgegen und sie fühlte sich unbehaglich. Selbstkritisch gestand sie sich ein, dass die echte Nellie Clark das Versprechen, das die Frau im Spiegel andeutete, nicht halten konnte. Bist du fertig? Percy klopfte und seine Frage riss sie aus ihren Betrachtungen. Als sie das Wohnzimmer betrat, schenkte Percy sich gerade einen Aperitif ein. Seine Hand erstarrte mitten in der Bewegung. Er holte tief Luft. Na, sowas! Er machte stiele Augen. Du hast dir das Kleid also doch gekauft? Ja! Selbstbewusst näherte sie sich ihm. Ich fand, meine jetzige Garderobe passt nicht zu einer Frau mit zweifelhaftem Ruf. Könntest du mir das bitte näher erklären? Erreichte Nellie ein Glas. Mechanisch ergriff sie es. Ach, zufällig hörte ich, wie sich zwei Damen im Massageraum unterhielten. Sie blickte ihn spitzbübisch an, als sie das Glas auf die Bartee gestellte. Percy, das war wirklich komisch. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, mit welchem Eifer die Gäste hier Anteil an deinen Affären nehmen. Während sie das Gespräch wiedergab, kicherte sie leise. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es für mein Selbstbewusstsein ist, als geheimnisumwitterte Frau zu gelten und beneidet zu werden. Hoffentlich spricht es sich nicht herum, dass ich nur die Managerin eines Familienhotels in der Provinz bin. Das würde meinem Ansehen schaden. Selbst wenn es herauskäme, würde es ohnehin niemand glauben. Percy schien die Angelegenheit nicht so amüsant zu finden wie Nellie. Ernst nippte er an seinem Drink. Verwundert fragte Nellie, ärgerst du dich, weil ich mir daraufhin das Kleid gekauft habe? Im Schaufenster gefiel es dir noch. Ich finde es immer noch schön. Er nahm ihre Hand und endlich lächelte er. Jetzt müssen wir natürlich Champagner trinken. Zu diesem eleganten Kleid passt kein anderes Getränk. Percy und Nellie begannen das Essen mit Austern und Champagner. Ihr Tisch stand ganz oben in dem in mehrere Ebenen unterteilten Speisesaal, direkt vor einem Aquarium, das fast die ganze Wand einnahm. Als die klare Fleischbrühe serviert wurde, probierte Nellie den Wein und sah sich um. Ah, es ist wunderschön hier, Percy. Ah, ich lege auch Wert darauf, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Er sprach zuversichtlich wie ein Mann, dessen Leistung höchstes Lob verdient. Wer sich in diesem Paradies nicht wohlfühlt, ist selbst schuld. Das Personal ist so höflich und gut geschult, dass man es kaum bemerkt. Man sieht nicht, wie gearbeitet wird. Trotzdem klappt alles vorzüglich. Ich nehme an, dass während der Wintermonate hier jedes Zimmer belegt ist. Ah, das stimmt. Und wenn es sich einrichten lässt, vermeide ich es, meine Hotels während der Hochsaison zu besuchen. In ein paar Wochen beginnt bei uns die Sommersaison, stellte sie fest. Im nächsten Moment griff Percy nach ihrer Hand und hielt sie fest, während er gleichzeitig Champagner nachschenkte. Es ist mir gelungen, dich den ganzen Tag über von deinem Lieblingsthema abzulenken. Mal sehen, ob wir es schaffen, auch den Abend über das Hotel Lakeside zu vergessen. Wenn wir morgen wieder zurück sind, können wir uns über Zimmerreservierungen und Stornierungen unterhalten. Ich rede nicht gern über Geschäftliches, wenn ich mit einer schönen Frau das Dinner genieße. Nelly lächelte nachsichtig. Worüber sprichst du denn am liebsten, wenn du mit einer schönen Frau zusammen bist? Hm, mehr über private Dinge. Er streichelte ihren Handrücken. Zum Beispiel mache ich ihr gern Komplimente. Ich sage ihr dann, dass ihre Stimme wie das Rieseln eines Bachs im Frühling klingt, dass ich glaube, in ihren Augen den Sonnenaufgang zu sehen und dass ich sie am liebsten küssen möchte, wenn sie lächelt. Er nahm Nellys Hand und drückte einen Kuss genau auf die Stelle, wo ihr Puls schlug. Sie wurde misstrauisch. Percy, machst du dich über mich lustig? Nein. Seine Stimme klang weich. Ganz im Gegenteil, Nelly. Nelly lächelte glücklich und gestattete Percy das Gespräch, auf die angenehmen Dinge des Lebens zu lenken. Flackerndes Kerzenlicht, das gedämpfte Klirren von Kristall und Silber, leises Stimmengemurmel, dazu Perseys verliebte Blicke. Nelly wusste, dass sie diesen Abend nie vergessen würde. Lass uns einen Spaziergang machen. Komm. Percy stand auf und zog ihren Stuhl zurück. Sonst schläfst du noch über deinem Champagner ein. Hand in Hand gingen sie zum Strand. Sie schwiegen. Genossen ihr Beisammensein und die laue Nacht. Orangenblüten dufteten Betören. Dieser duft wurde Nelly immer an den Mann erinnern, dessen Hand sie jetzt hielt. Konnte sie jemals wieder den Mond anschauen und im Sternenlicht spazieren gehen, ohne an ihn zu denken. Morgen, dachte Nelly, dreht sich alles wieder ums Geschäft. Und in ein paar Tagen wird Percy abreisen. Für mich ist er dann nur noch ein Name auf einem Briefkopf. Aber das Legzeit darf ich behalten. Tröstete sie sich. Von irgendwelchen Änderungen war nicht mehr die Rede gewesen. Sie hätte dann ihre Heimat, ihre Arbeit und ihre Erinnerungen. Was schon mehr wäre, als manche Menschen je besessen hatten. Sie erschauderte. Du zitterst ja. Percy legte den Arm um ihre Schultern. Dann gehen wir lieber zurück. Sie nickte stumm und zwang sich nicht mehr an den nächsten Tag zu denken. Ihre Spannung löste sich. Der Champagner tat seine Wirkung und sie beschloss, ihrer beschwingten Laune nachzugeben. Ach, Percy! Sie blieb stehen. Da ist eine der Frauen, die ich heute bei der Massage belauscht habe. Nelly deutete auf die dunkelhaarige Dame, die sie mit unverhohlener Neugier musterte. So, so! Percy drückte auf den Knopf, um den Aufzug herbeizuholen. Ob ich eher zuwinken soll? Nelly kicherte. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Ehe sie seine Absicht erkannte, zog er sie in die Arme und küsste sie mit einer Glut, die ihr beinahe den Atem nahm. Als Percy sie wieder losließ, sah Nelly wie die Brünette, die Augen weit aufriss und staunend hinter ihr her sah. Als die Tür der Suite hinter ihnen zu viel lachte Nelly Percy an. Wirklich schade, dass ich keine schlimme Vergangenheit habe, die sie ausgraben könnte. Mach dir darüber keine Gedanken, sie wird dir schon eine andichten. Möchtest du einen Kognak? Er trat an die Bar und ließ die Spiegelwand zurückleiten. Nein, meine Nase ist ganz taub. Ach so, ist das ein Geburtsfehler oder ein vorübergehender Zustand? Das ist das Signal, keinen Alkohol mehr zu trinken. Wenn meine Nase taub wird, habe ich schon mehr getrunken, als ich vertrage. Aha. Percy schenkte sich einen Kognak ein. Dann wird also nichts aus meinem Plan, dich erst unter Alkohol zu setzen und dann zu verführen. Leider nein. Wofür hast du eine besondere Schwäche, Nelly? Für dich? hätte sie beinahe geantwortet. Doch sie besammelt sich noch rechtzeitig. Ich habe eine Schwäche für schummrige Beleuchtung und sanfte Musik. Tatsächlich? Ein Zauber tauchte den Raum plötzlich in gedämpftes Licht und leise Musik. Wie hast du das gemacht? Er setzte sich neben sie. Oh. Hinter dem Regal befindet sich eine Schaltanlage. Wunder der Technik! Nellys Sinne waren hellwach, als Percy die Hand auf ihren Arm legte. Ich möchte mit dir tanzen. Er zog sie vom Barhocker. Dein Haar duftet nach Wiesenblumen. Lass es fallen, damit ich es berühren kann. Vorsichtig zog er eine Haarnadel nach der anderen heraus, bis die Locken weich über die Schultern fielen. Er streichelte ihr Haar, ehe er Nelly in die Arme schloss. Langsam bewegten sie sich zum Rhythmus der Musik, wobei er Nelly fest an sich zog. Ihre anfängliche Nervosität legte sich und sie fühlte sich beinahe schläfrig und wohlig entspannt. Zärtlich schmiegte sie die Wange an seine Schulter. Willst du mir nicht endlich verraten, wie du mit vollem Namen heißt, flüsterte er ihr ins Ohr. Das weiß keiner außer mir. Sie musste schon wieder kichern. Selbst das FBI rätselt daran herum. Dann werde ich mich wohl an deine Mutter wenden müssen. Auch sie erinnert sich nicht mehr. Wie unterschreibst du denn amtliche Dokumente, hm? Er streichelte ihre Hüfte. Mit Nelly Clark. Aber in einem Reisepass muss doch der richtige Name stehen. Sie hob die Schultern. Dabei streiften ihre Lippen unabsichtlich seinen Hals. Bisher habe ich noch nie einen Reisepass benötigt. Aber du brauchst einen, wenn du nach Rom fliegst. Ja, wenn ich demnächst meine Weltreise antrete, werde ich mich um einen Pass kümmern. Dann unterschreibe ich natürlich mit Petronella. Sie amüsierte sich köstlich, weil er nicht merkte, dass sie ihm ihren ursprünglichen Namen verraten hatte. Spitzbübisch lächelnd blickte sie ihn an und er gab ihr einen Kuss. Nelly, erpresste sie an sich. Küss mich noch einmal, Percy. Champagner und Liebe umnebelten ihre Sinne. Küss mich richtig. Ohne auf die warnende Stimme der Vernunft zu achten, schloss sie die Augen. Erneut flüsterte er ihren Namen. Dann stöhnte er leise und riss sie heftig an sie. Nelly taumelte, als er sie leidenschaftlich wie nie zuvor küsste. Der Raum schien zu kreisen und dann bettete Percy sie auf den weichen Teppich. Während er ihr Gesicht und ihren Hals liebkoste, schob sich seine Hand unter die kühle Seite ihres Rocks und streichelte ihre glühende Haut. Nelly erwiderte seine Zärtlichkeiten. Scheu tastete sie über seinen muskulösen Rücken. Er begehrte sie fordernd. Seine Lippen und Hände erregten sie und erweckten ihre Sehnsucht und Erwartung. Unvermittelt hob Percy den Kopf und sah ihr in die Augen, in denen sich ihre Wünsche, aber auch ihre Angst widerspiegelten. Dann stand er auf und zog sie mit sich. Geh jetzt ins Bett. Er trat in die Bar und schenkte sich nur einen Kognak ein. Nelly erstarrte. Sie begriff nicht, dass er sie zurückstieß. Hast du mich nicht gehört? Ich sagte, du sollst jetzt ins Bett gehen. Mit einem Zuck leerte er das Glas und zog dann eine Packung Zigaretten aus der Tasche. Percy, das verstehe ich nicht. Ich dachte, vor Scham und Enttäuschung kamen ihr beinahe die Tränen. Ich dachte, du begehrst mich. Das stimmt auch. Er inhalierte den Rauch der Zigarette. Und jetzt geh schlafen. Percy. Sie prallte vor seiner Wut zurück. Geh, sonst vergesse ich alle Anstandsregeln. Nelly straffte die Schultern und schluckte ihre Tränen. Na schön, du bist der Boss. Ohne Rücksicht auf seinen Zaun fuhr sie fort. Aber etwas solltest du dir merken. Was ich dir eben anbot, wird sich nicht wiederholen. Nie wieder lasse ich mich von dir in die Arme nehmen. Von jetzt an ist unsere einzige Verbindung das Legzeit. Darüber reden wir später. Er wandte sich ab, um sich den nächsten Kognak einzuwiesen. Mach jetzt, dass du ins Bett kommst. Nelly lief ihn aus und schloss die Tür zu ihrem Zimmer hinter sich ab. Wie ein verletztes Kind, das sich in die Arme der Mutter wirft, flüchtete Nelly sich in die Arbeitsroutine. Auf dem Rückflug hatte sie mit Percy kaum drei Worte gewechselt. Er beschäftigte sich mit irgendwelchen Papieren und sie vergrub sich hinter einer Zeitung. Für sie war es kein Problem, Percy während der nächsten drei Tage aus dem Weg zu gehen. Und auch er mied jede Begegnung. Hingebungsvoll baute Nelly um sich herum einen Schutzwall aus. Hass und Groll auf, hinter dem sie sich verschanzen konnte, wenn Percy sie und das Hotel verlassen würde. Zu ihrem größten Verdruss hielt Eliza sich immer noch im Lakeside auf. Obwohl Nelly bemerkte, dass Percy sich Eliza nur selten widmete, wirkte die Anwesenheit dieser Frau auf sie wie Salz in einer offenen Wunde. Jedes Mal, wenn sie Eliza sah, erinnerte sie sich kläglich und verwirrt an ihre Beziehung zu Percy. Nelly begriff Percys Verhalten nicht. Sie war fest davon überzeugt, dass er sie in der letzten Nacht in seinem Hotel begehrt hatte. Aber er war wohl von ihrer Unerfahrenheit enttäuscht. Um jeden unnötigen Kontakt mit ihm zu vermeiden, richtete Nelly sich für die Dauer seines Aufenthalts im Familienhotel Lakeside ein Büro in ihrem Zimmer ein. Eines Nachmittags, als sie sich mit den Papieren beschäftigte, wurde sie plötzlich aus ihrer Arbeit gerissen. Erschrocken sprang sie auf. Rechnungen und Lieferscheine fielen zu Boden. Über ihrem Zimmer hörte sie Schreie und trampelnde Schritte. Blitzartig stürmte Nelly in das dritte Geschoss. Die Geräusche kamen eindeutig aus Zimmer 314. Sie riss die Tür auf und schnappte entsetzt nach Luft. Im ersten Moment blieb sie wie gelähmt auf der Schwelle stehen. Mitten auf dem handgeknöpften runden Teppich focht Eliza mit einem Zimmermädchen einen wilden Streit aus. Eddie tanzte aufgeregt um die beiden Frauen herum und versuchte vergeblich den Kampf zu schlichten. Meine Damen, bitte! Nelly stürzte sich mutig in das Handgemenge. Beschimpfungen und Anschuldigungen waren die Folge. Nelly breitete die Arme aus, um die beiden streitbaren Frauen voneinander zu trennen. Louise, Miss Trainer ist unser Gast. Was ist denn in dich gefahren? Erfolglos versuchte sie das stämmige Zimmermädchen zur Seite zu ziehen. Dann wandte sie sich Eliza zu. Bitte schreien Sie doch nicht so. Ich kann ja kein Wort verstehen. Nelly merkte, dass sie selbst geschrien hatte, senkte bewusst die Stimme und drängte Eliza von Louise zurück. Bitte, Miss Trainer, Louise ist halb so groß und doppelt so alt wie Sie. Nehmen Sie doch bitte Rücksicht. Sie tun ihr ja weh. Fassen Sie mich nicht an! Abwehrend hob ihr leiser den Arm und ihre Faust traf scheinbar zufällig Nelly's Kinn. Nelly taumelte zurück und stürzte mit dem Kopf gegen einen Bettpfosten. Vor ihren Augen tanzten Sterne, die ganz plötzlich erloschen. Sie spürte nur noch, wie sie an der Bettstelle entlang langsam zu Boden sagte. Nelly! Ihr schien, als riefe jemand durch einen langen Tunnel ihren Namen. Sie stöhnte und öffnete langsam die Augen. Bleib ganz still liegen! Es war Percy. Vorsichtig blickte sie in sein besorgtes Gesicht. Er beugte sich über sie und strich ihr sanft das Haar aus der Stirn. Was ist passiert? Sie wollte sich aufrichten, Percy drückte sie jedoch zurück. Genau das möchte ich auch gerne wissen. Er drehte den Kopf und Nelly folgte seiner Bewegung. Auf dem kleinen zweisitzigen Sofa saß Eddie und hielt die schluchzende Louise im Arm. Eliza stand am Fenster und wandte ihnen das Profil zu. Ihr Mund war ein schmaler Strich. Ach du meine Güte! Die Erinnerung kehrte zurück und Nelly schloss wieder die Augen. Bewusstlosigkeit hatte auch ihre Vorteile. Diese Leute veranstalteten mitten im Zimmer einen Ringkampf. Leider gab mir Miss Trainer dabei einen Kinnhaken. Percy hörte auf, Nellys Wange zu streicheln. Sie hat dich geschlagen? Das habe ich nicht absichtlich getan, Percy. Eliza ließ Nelly nicht zu Wort kommen. Sie schien aufrichtig bekümmert zu sein. Ich wollte nichts weiter als die vorsinnflotlichen Gardinen abnehmen, als dieses Dienstmädchen hereinkam. Hu heizvoll deutete sie auf Louise. Sie schrie und griff mich täglich an. Dann kam der da. Sie zeigte auf Eddie, ehe sie die Hand über ihre Augen legte. Und plötzlich tauchte Miss Clark wie aus heiterem Himmel auf, brüllte mich auch noch an und stieß mich zurück. Es war schrecklich. Eliza schüttelte sich und rang sichtlich nach Fassung. Ich wollte mich doch nur wehren. Wie kommt sie eigentlich dazu, in mein Zimmer einzudringen? Keiner von diesen Leuten hier hat das Recht dazu. Und sie hat kein Recht die Gardinen abzunehmen. Louise zerknüllte nervös Eddies Taschentuch. Mit dem feuchten Lappen deutete sie so lange auf das Fenster, bis alle Anwesenden ihrem Blick folgten. Der weiße Tüll hing schlaff und unordentlich an der Stange. Sie bezeichnete die Vorhänge als unmodern und unpraktisch, wie alles andere in diesem Haus. Dabei habe ich sie erst vor zwei Tagen gewaschen. Louise bedeckte ihren wogenden Busen mit der Hand. Es kommt gar nicht in Frage, dass sie wieder schmutzig werden. Ich habe Miss Trainer höflich gebeten, sie nicht anzufassen. Höflich? Elisa sah aus wie eine kampfwütige Löwin. Sie sind über mich hergefallen wie eine Wilde. Ich wurde erst deutlicher, als sie nicht vom Stuhl steigen wollte. Stell dir vor, Nelly, sie stand auf dem guten Bandwood-Stuhl. Wie kann sich jemand nur auf so ein schönes Stück stellen? Louise vergrubige Sicht an Eddies Schulter, unfähig weiterzusprechen. Percy! Elisa strich sich einer Locke hinter ihr Ohr und trat auf ihn zu. In ihren Augen blitzten Tränen. Erlaubst du, dass dieses Weibsbild so über mich spricht? Ich will, dass du sie sofort entlässt. Sie hätte mir wer weiß was antun können, als sie mich vom Stuhl zog. Die Frau ist ja nicht ganz richtig im Kopf. Flehend legte Elisa Percy die Hand auf die Schulter und die ersten Tränen tropften über ihre Wangen. Entrüstet über diesen weiblich hilflosen Auftritt richtete Nelly sich auf. Sie wehrte Percy ab, der sie zurückdrücken wollte. Mr. Reynolds, bin ich noch Managerin dieses Hotels? Jawohl, Miss Clark. Seine Stimme klang wütend, aber Nelly achtete nicht darauf. Großartig, Miss Träner. Ich entscheide, wer hier eingestellt oder entlassen wird. Wenn Sie sich beschweren wollen, tun Sie das bitte schriftlich. Ich möchte Sie jedoch gleich darauf hinweisen, dass Sie für jeden Schaden, den Sie in diesem Zimmer oder sonst wo anrichten, aufkommen müssen. Und nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Louise in diesem Fall die volle Unterstützung des Hauses genießt. Percy! Elisa schäumte vor Zorn. Muss ich mir das gefallen lassen? Mr. Reynolds! Nelly sehnte sich nach einem Aspirin und Ruhe. Bringen Sie Miss Träner bitte in den Aufenthaltsraum und bieten Sie ihr auf Kosten des Hauses etwas zu trinken an. Ich schlage vor, wir setzen diese Diskussion später fort. Percy nickte zögernd. In Ordnung, wir reden zu einem anderen Zeitpunkt weiter. Und du bleibst heute den ganzen Tag im Bett, Nelly. Ich sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Erst nachdem Eddie und Louise sich mitfühlend bei Nelly bedankt hatten, konnte sie sich in ihr Zimmer zurückziehen. Sie stieg über die verstreut herumliegenden Rechnungen und Lieferscheine hinweg, holte sich das so dringend notwendige Aspirin und rollte sich dann auf ihrer Bettdecke zusammen. Vage bekam sie noch mit, dass die Tür aufging, und dann spürte sie, wie eine Hand über ihr Haar strich. Doch sie schlief schon halb und wusste nicht, ob der auf ihre Lippen gehauchte Kuss Traum oder Wirklichkeit war. Als Nelly aufwachte, hatte das heftige Pochen in ihren Schläfen nachgelassen. Der Schmerz war zumindest erträglich geworden. Sie richtete sich auf und betrachtete staunend den ordentlichen Papierstapel auf ihrem Schreibtisch. Vielleicht habe ich nur geträumt, vermutete sie, als sie sah, dass auf dem Boden kein einziges Blatt mehr lag. Oder ich habe das alles selbst aufgehoben und weiß es jetzt nicht mehr. Sie beschloss, nach unten zu gehen und mit Percy zu sprechen. In der Eingangsdiele begegnete sie Eddie, Liz und Louise, die sich leise, aber dennoch heftig miteinander stritten. Seufzend ging Nelly zu ihnen, um Frieden zu stiften. Ach, du bist es, Nelly, Liz wunderte sich. Wir dachten, du dürftest nicht gestört werden. Wie geht es dir? Louise hat uns gesagt, Miss Trainer hätte dir einen Kinnhaken versetzt. Ach, alles halb so schlimm. Nellys Blick wanderte von einem ernsten Gesicht zum anderen. Deswegen habt ihr euch gezankt? Die drei schwatzten gleichzeitig los. Mit einer Hand berührte Nelly den immer noch schmerzenden Kopf. Die andere hob sie gebieterisch. Eddie, du erzählst, entschied sie. Es ging um den Architekten, der hier war, kurz bevor du so plötzlich nach Florida abreisen musstest. Nur wussten wir natürlich nicht, dass er Architekt war. Liz meinte, er sei Künstler, weil er immer mit Block und Bleistift durch die Gegend lief und Skizzen machte. Nelly machte sich auf einen unzusammenhängenden Bericht gefasst, seufzte und fragte, wovon hat er denn Skizzen gemacht? Vom Hotel natürlich. Eddie war außer sich. Aber er war gar kein Künstler. Er war nämlich Architekt, mischte sich Liz ein, die sich nicht länger zurückhalten konnte. Eddie warf ihr einen tadelnden Blick zu. Und woher weißt du, dass er Architekt war? Nelly fragte sich, warum sie sich trotz ihrer Kopfschmerzen überhaupt mit dieser lächerlichen Angelegenheit befasste. Weil Louise hörte, wie er mit Mr. Reynolds am Telefon sprach. Nelly wandte sich an das Zimmermädchen und spürte ein flaues Gefühl in der Magengrube. Du hast doch nicht etwa das Gespräch belauscht, Louise? Ich habe nicht gelauscht. Louise stand würdevoll da. Nelly blickte sie strafend an und schließlich gab sie kleinlaut zu. Naja, ich wollte nicht horchen, bis ich hörte, dass es um das Hotel ging. Ich hatte nämlich vor, im Büro Staub zu wischen und weil Mr. Reynolds telefonierte, wartete ich so lange draußen. Als er etwas von einem Neubau sagte und der Name Fletcher fiel. Da kam mir plötzlich wieder in den Sinn, dass der Mann so hieß, der ständig mit einem Zeichenblock herumlief. Sie schaltete eine Pause ein, um die Spannung zu erhöhen und blickte triumphierend in die Runde. Eine Zeit lang drehte sich das Gespräch nur um Maße und Bauholz. Doch dann sagte Mr. Reynolds, er sei Mr. Fletcher sehr dankbar, weil er seinen eigentlichen Beruf verschwiegen hätte. Nelly, Eddie klammerte sich an Nellys Arm. Glaubst du, er lässt das Hotel doch umbauen oder vielleicht sogar abreißen? Werden wir dann alle entlassen? Nein. Nellys Kopf schmerzte bereits wieder höllisch, deshalb antwortete sie schärfer als gewöhnlich. Nein, es kann sich nur um einen Irrtum handeln. Ich werde mich darum kümmern. Jetzt geht alle wieder an die Arbeit und erzählt keinem Menschen ein Wort davon. Es handelt sich nicht um einen Irrtum. Elisa schwebte auf die Gruppe zu. Ich habe gesagt, ihr sollt wieder an die Arbeit gehen, wiederholte Nelly in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Eddie und die beiden Frauen entfernten sich und erst außer Hörweite tuschelten sie wieder miteinander. Ich habe keine Zeit für Sie, Miss Trainer, ich bin sehr beschäftigt. Gewiss, aber Percy möchte gern mit Ihnen sprechen. Verdrossen nahm Nelly den Köder an. Wirklich? Oh ja. Er will Ihnen erläutern, was er mit diesem kleinen Betrieb vorhat. Sie werden staunen. Elisa musterte sorgfältig die Diele. Wissen Sie über seine Pläne Bescheid? Nelly war vorsichtig. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass er hier alles beim Alten lässt, nur weil Sie es wünschen. Elisa lachte hell auf und schnippte eine winzige Fluse von ihrer türkisfrünen Bluse. Zu so großzügigen Gesten lässt sich Percy nicht hinreißen. Dazu ist er viel zu praktisch und geschäftstüchtig. Es kann natürlich sein, dass er Ihnen eine untergeordnete Stellung einräumt, wenn das Projekt erst einmal vollendet ist. Sie sind wohl kaum imstande, einen großen Hotelkomplex zu leiten. Aber gewisse Fähigkeiten kann man Ihnen nicht absprechen. Ich an Ihrer Stelle würde mir natürlich die Demütigung ersparen und von selbst gehen. Soll das heißen, dass Percy fest entschlossen ist, aus diesem Familienhotel ein Ferienzentrum zu machen? Natürlich! Was dachten Sie denn? Elisa lächelte nachsichtig. Wozu sollte er sonst mich und einen Architekten engagieren? Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wie ich ihn kenne, wird er das Personal nicht entlassen. Vorläufig jedenfalls nicht. Elisa lächelte, drehte sich um und ließ Nelly stehen. Nachdem Nellys erste Verzweiflung abgeklungen war, spürte sie eine kalte Wut. Sie nahm jeweils zwei Stufen auf einmal und stürmte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Zehn Minuten später hetzte sie wieder wie wild die Treppe hinunter und platzte ins Büro, ohne anzuklopfen. Nelly! Percy stand vom Schreibtisch auf und blickte verdutzt in ihr hochrotes Gesicht. Du sollst doch im Bett bleiben! Schweigend warf sie ein Blatt Papier auf den Schreibtisch. Er nahm es in die Hand und überflog ihren Kündigungsbrief. Das haben wir doch schon einmal durchexerziert. Du gabst mir dein Wort! Ihre Stimme zitterte enttäuscht über den Vertrauensbruch. Doch trotzig schob sie das Kind vor. Von mir aus kannst du diese Kündigung auch zerreißen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich gehe. Suchen Sie sich ein neues Spielzeug, Mr. Reynolds. Ich bin mir für Ihre Verzögerungstaktik zu schade. Als sie aus dem Büro rauschte, prallte sie mit Eddie zusammen. Sie stieß ihn rücksichtslos zur Seite und hastete wieder die Treppe hinauf. In ihrem Zimmer zerrte sie die Koffer aus dem Schrank und schleuderte planlos alles hinein, was ihr in die Hände kam. Kleidungsstücke, Kosmetikartikel und allerlei Kleinigkeiten. Sie wirbelte herum, als sie hörte, dass jemand ihr Zimmer betrat. Es war Percy. Raus hier! Sie wünschte sich sehnlichst stark genug zu sein, um ihn wahrhaftig aus dem Raum zu werfen. Bis ich weg bin, ist das hier noch mein Zimmer. Percy blieb ganz ruhig. Hör lieber auf damit, denn du fährst nirgendwo hin. Doch, sobald ich meine Sachen gepackt habe, verschwinde ich. Um ein Haar hätte sie den Topf mit dem Schwertfahnen auf die Unterwäsche geworfen. Ich will nicht mehr für dich arbeiten und auch nicht noch länger mit dir unter einem Dach wohnen. Du hast mir ein Versprechen gegeben und es gebrochen. Zornig blitzte sie ihn an und verwünschte sich, weil ihr die Tränen kamen. Ich habe dir geglaubt. Ich habe dir vertraut. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich konnte dich nicht davon abhalten, irgendwelche Änderungen vorzunehmen und irgendwie hätte ich mich schon angepasst. Aber was ich nicht ertragen kann, ist Unehrlichkeit. Ungeduldig wischte Nelly sich die Tränen mit dem Handrücken fort. Ach, verflixt nochmal. Sie drehte sich um und riss hektisch Bilder von der Wand. Schade, dass ich kein Mann bin. Wenn du ein Mann wärst, hätten wir diesen Auftritt vermieden. Und wenn du nicht gleich damit aufhörst, das Zimmer auseinanderzunehmen, werde ich dich gewaltsam daran hindern. Das täte mir leid, denn ich finde, für heute hast du schon genug durchgemacht. Perseys Stimme klang gelassen und amüsiert. In ihrer Wut über seinen Wortbruch mischte sich die Verzweiflung über ihre unglückliche Liebe. Lass mich jetzt allein. Leg dich hin, Nelly, und später unterhalten wir uns in aller Ruhe. Er wollte sich in die Arme ziehen. Wage es nicht, mich anzuhören. Wenn du mich anfasst, kannst du etwas erleben. Perseys ließ die erhobenen Hände wieder sinken. Na schön, wie du willst. Er sah sie grollend an, mit trügerischer Ruhe vorher fort. Vielleicht erklärst du mir mal, was ich dir angetan habe. Das weißt du sehr gut. Ich will es aber noch einmal von dir hören. Er trat einen Schritt zurück und zündete sich an der Zigarette an. Während wir in Florida waren. Hast du einen Architekten herkommen lassen? Fletcher? Er betrachtete sie aufmerksam. Was ist mit ihm? Hinter meinem Rücken hat er ungehindert Skizzen angefertigt. Dir traue ich sogar zu, dass du extra mit mir nach Florida geflogen bist, um ihm freie Bahn zu verschaffen. Oh, das war tatsächlich ein Gesichtspunkt. Dieses offene Eingeständnis verschlug Nelly die Sprache. Nelly, erzähl mir einmal in der Reihe nach, was du weißt. Elisa war so freundlich, mich aufzuklären. Der Gedanke an Elisa machte Nelly zusätzlich fertig. Wenn du genauer Bescheid wissen willst, dann geh doch zu ihr. Elisa ist abgereist. Ich habe sie darum gebeten. Nelly, glaubst du, ich wollte sie noch hier behalten, nachdem sie dich geschlagen hat? Seine Stimme klang weich und ihre Tränen flossen noch heftiger. Hastig wischte sie sie fort. Erzähl mir, Nelly, was hat sie dir gesagt? Sie hat mir alles berichtet. Dass du den Architekten bestellt hast, damit er Pläne entwirft, wie das Hotel in ein Ferienzentrum umgestaltet werden kann. Und dass ich von meinem Posten abgesetzt werde, weil ich zu unerfahren bin, um einen großen Betrieb zu leiten. Sie brach ab und fuhr nach einer Weile leidenschaftlich fort. Es ist schon schlimm genug, dass du mich belogen und dein Wort gebrochen hast. Aber das alles könnte ich dir noch verzeihen. Viel schlimmer ist, dass diese Landschaft verändert werden soll. Viele Leute werden ihr Einkommen verlieren, damit du noch ein paar Dollar mehr verdienst. Dein Hotel in Palm Beach ist wunderschön und passt genau dorthin. Aber dieses kleine Haus sei still, Nelly. Er drückte die Zigarette aus und schob die Hände in die Taschen. Ich habe Fletcher aus zwei Gründen herbeordert. Erstens sollte er mir ein Haus für ein Grundstück entwerfen, das ich letzte Woche über einen Makler gekauft habe. Es liegt ungefähr 15 Kilometer außerhalb der Stadt auf einem Hügel mit Blick auf den See. Du kennst es bestimmt. Wozu brauchst du ein Grundstück? Zweitens, fuhr er fort, ohne ihren Einwand zu beachten, sollte er prüfen, ob es möglich ist, dieses Hotel zu vergrößern, ohne dass sich dadurch der Gesamteindruck ändert. Das Büro ist viel zu klein, Nelly. Ich brauche bedeutend mehr Platz, da ich vorhabe, mein Büro von New York hierher zu verlegen, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Nelly sah ihn mit Riesenaugen an und er starrte. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander und sie vergaß sogar ihre Kopfschmerzen. Wie kommst du darauf, dass ich dich heiraten werde? Mehr konnte sie im Moment nicht sagen. Du wirst mich schon heiraten, er lehnte sich gegen den Schreibtisch, aber geh lieber erst zu deinen Angestellten und sag ihnen Bescheid, dass hier alles beim Alten bleibt. Am Hotel wird nichts verändert und du arbeitest auch künftig als Managerin. Mit einigen Einschränkungen natürlich. Einschränkungen welcher Art? Ihre Knie wurden weich und sie sank auf einen Stuhl. Es macht mir nichts aus, mein Büro in dieses Haus zu verlegen, aber eine Hotelzimmer-Ehe möchte ich nicht führen. Wir werden in unserem neuen Heim am See wohnen und Eddie kann dich vertreten, wenn du nicht hier bist. Es wird Zeit, dass er lernt, selbstständig zu arbeiten, denn in drei Wochen fliegen wir ja schon nach Rom. Rom? wiederholte sie fassungslos. Sie erinnerte sich verschwommen, dass sie sich irgendwann einmal über einen Reisepass und Rom unterhalten hatten. Ja, deine Mutter schickt deine Geburtsurkunde, damit du einen Pass beantragen kannst. Meine Mutter? Nelly kam sich vor wie ein Papagei. Sie stand auf und trat ans Fenster, um ihre Verwirrung abzuschütteln. Du scheinst ja alles bis ins Kleinste geplant zu haben. Sie rang nach Fassung. Nach meinen Gefühlen fragst du wohl gar nicht. Deine Gefühle kenne ich. Er legte die Hände auf ihre Schultern und sie verkrampfte sich. Ich sagte dir doch schon einmal, dass deine Augen jedes Geheimnis verraten. Du kannst froh sein, dass ich dich liebe. Sie schluckte und beobachtete einen Sonnenstrahl, der durch das Laub der hohen Bäume fiel. Ja, das vereinfacht alles. Er massierte leicht ihre Schulter, doch ihre Verkrampfung löste sich nicht. Warum möchtest du mich heiraten, Percy? Warum wohl? Was glaubst du? Sie fühlte, wie er ihr Haar küßte und schloss die Augen. Du brauchst mich nicht zu heiraten, nur um mich in dein Bett zu ziehen, das wissen wir beide. Sie holte tief Luft und fuhr fort. Am ersten Abend, als du mein Zimmer betratst, hattest du schon gewonnen. Das genügt mir nicht. Er umfasste ihre Taille und zog sie an sich. Sie kämpfte gegen ihre Gefühle an. In dem Augenblick, als du in das Büro gestürmt kamst und mich beschimpftest, dass mir Hören und Sehen verging, stand für mich fest, dass ich dich heiraten wollte. Ich wusste, dass ich dich dazu bringen würde, mich zu lieben. Das spürte ich, als ich dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Aber das reichte mir nicht. Ich wollte, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Bitter lachte Nelly auf. Und bis du das erreichtest, hast du dich mit Elisa amüsiert. Er schüttelte sie so heftig, dass sie das Haar um den Kopf flog. Ich habe weder Elisa noch eine andere Frau angerührt, nachdem ich dich kennengelernt hatte. Als sie sich in ihrem Negligee produzierte, hat sie das nur getan, um dich zu ärgern. Und du warst so naiv, darauf hereinzufallen. Glaubst du, ich hätte eine andere Frau anrühren können, ohne mir vorzukommen wie ein Verräter? Nelly konnte Percy nicht antworten, denn er verschloss ihr den Mund mit einem Kuss. In den zwei Wochen, die wir uns jetzt kennen, hättest du mich beinahe zum Wahnsinn getrieben, sagte er zwischen zwei Küssen. Dann umfasste er ihr Gesicht und fragte, habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe? Nelly konnte vor Überraschung nicht antworten. Stumm schüttelte sie den Kopf. Dabei liebe ich dich, seit ich dich auf dem Sportplatz sah. Sie schlang die Arme um seinen Hals und drückte ihn so fest an sich, als befürchtete sie, er würde fortlaufen. Percy, warum hast du damit so lange gewartet? Amüsiert zog er die Brauen hoch und beschämt erinnerte sie sich, dass sie sich erst seit zwei Wochen kannten. Die vierzehn Tage kommen mir wie Jahre vor. Sie lehnte ihren Kopf von seiner Schulter. Was habe ich gesagt? Wie Jahrhunderte! Und während dieser Jahrhunderte hast du dich erfolgreich dagegen gewehrt, dass ich dir meine Liebe gestehen konnte. An dem Tag, als ich in das Aufenthaltszimmer kam und du die Whiskyflaschen zähltest, hatte ich vor, Freundschaft mit dir zu schließen. Doch du zeigtest mir wirkungsvoll die kalte Schulter. Schließlich kam ich auf die Idee, einen Ortswechsel vorzunehmen, um woanders ganz von vorn mit dir anzufangen. Es war wie ein Geschenk des Himmels, dass Bailey aus Florida hier anrief. Aber sagtest du nicht, du hättest in Florida ein Problem zu lösen? Ach, das war eine Lüge. Er setzte sich und zog Nelly auf seinen Schoß. Ich hatte im Sinn, dich für einige Tage von deinem Hotel fortzulocken. Ich wollte dich ganz für mich allein haben. Du solltest vollkommen gelöst und nicht ständig auf der Hut sein. Er lachte wieder und knifft sie liebevoll ins Ohrläppchen. Und prompt sah ich wie Hardy, die er den Hof machte. Du warst eifersüchtig. Nelly freute sich. Oh, das ist noch milder ausgedrückt. Dabei hatte ich alles so schön geplant. An unserem letzten Abend wollte ich dir in aller Form einen Heiratsantrag machen. Und warum hast du das nicht getan? Du hast mich von meinem Vorsatz abgelenkt. Seine Lippen strichen über ihren Hals und sie erinnerte sich an ihre leidenschaftliche Umarmung an diesem Abend. Ich hatte nicht die Absicht, es so weit kommen zu lassen, aber es gelang dir immer wieder meine Selbstbeherrschung herauszufordern. Er seufzte und drückte seine Wange gegen ihr Haar. Ich war wütend auf mich, weil mir die Situation so aus der Hand glitt. Und ich dachte, dein Zorn galt mir. Sei froh, dass es so gekommen ist. Sonst hätte ich dich noch auf dem Teppich geliebt. Aber ich war nicht in der Stimmung, dich behutsam in die Liebe einzuführen. Keine Frau habe ich jemals so begehrt wie dich in dieser Nacht. Sie sah ihn groß an. Brauchst du mich, Percy? Er streichelte ihre Wange. Ja, Nellie. Ich brauche dich. Sein Mund berührte leicht ihre Lippen. Doch dieser Hauch genügte ihr nicht. Sie schlang einen Arm um seinen Hals, zog seinen Kopf zu sich herunter und verlangte mehr. Ihr schien, als öffnete sich das Tor zum Paradies. Ihre Finger gruben sich in sein dichtes Haar und sie wünschte sich, der Kuss möge nie aufhören. Wir müssen uns unbedingt um die Heiratslizenz kümmern, Nellie, sagte er heiser. Ich werde mal mit dem hiesigen Stand des Beamten sprechen. Er ist Eddies Onkel. Aha, ich sehe schon, Kleinstädte sind das Salz der Erde. Erneut küsste er sie leidenschaftlich. Lächelnd verschränkte sie die Arme um Percy's Hals. Nun, Mr. Reynolds, möchten Sie meine Meinung dazu hören, ob es möglich ist, am Lakeside anzubauen, ohne dass der Stil des Gebäudes dadurch beeinträchtigt wird? Nellie, sei still. Du bist der Boss. Mit ihrer ganzen Liebe blickte sie ihn an, ehe sich ihre Lippen zu einem langen Kuss trafen.